Na, erinnert ihr euch noch? In einer sehr missligen, bedrohlichen Lage habe ich dieses Pad übernommen. Werde ich es schaffen, mich daraus zu befreien? Das erfahrt ihr jetzt. Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP, die ganze Welt des Fan-Merch. Last of Us 2 ... Eigentlich müssen zwei Larsen das spielen. Zwei Larsen, genau. Ja, ich geh jetzt mal direkt ins Spiel rein. Die Situation ist, falls ihr euch nicht mehr erinnert, Simon hatte sich versteckt in so einer Kiste, wollte abmoderieren, und dann kam von links ein Schurke, und dann hast du ganz schnell Pause gedrückt. Ja, und noch die schlechte Pause. Einfach Schnellmenü rein. So ein Snack, der nicht so gut ist. Schlechte Pause. Schlechte Pause, nur halb so teuer. Okay, mach mal. Seid ihr soweit? Dann geht's jetzt los. Shit. Oh, es ist ein unfairer Spielstand. Nee, ist schade. Aber zum Glück kämpft sie. Jawoll! Du hast noch Halbenergie. Gut. Ah, ich kenne einfach gar nichts. Weißt du, was bei Messerattacken häufig passiert? Dass sich der Angreifer selbst verletzt, hab ich gelesen. Weil, ja. Ja, eigentlich total logisch. Weil Messer, die meisten Messer haben ja vorne nicht so einen Rutschschutz. Diese, diese Sperre. Wie beim Schwert. Ach, und dann rutschen die in die Hand? Ja, exakt. Die meisten unterschätzen, wie schwer es ist, jemanden zu erstechen. Und glitschen dann ab und schneiden sich selbst. Ähm, passiert voll häufig. Das sind so Informationen. Warte mal. Wie man nicht, ne? Darauf würde man nicht kommen. Gut, dass ich das weiß. Nein, das stich mich nicht, weil ich hab mal gelesen, dass du dich da nur selbst verletzt. Weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? Ah. Vielleicht sagt man das den Leuten auch extra nicht. Und deswegen ist das nicht bekannt, damit die Leute, die den Fehler dann machen, ihn machen. Und sich nicht vorher einen Handschuh anziehen. Aber ich mein, das Ding ist ja, also ist man da nicht selber trotzdem erstochen? Also dann haben sie halt, okay, dann müssen sie halt zum Arzt und sich nähen lassen oder sowas. Ja, aber man, also, wenn du sagst, ich war's nicht, aber hast einen passenden Schlitz direkt an der Hand. Tja. Ja, da hast du natürlich recht. Aber, ja. Ne, ich wollte, wie gesagt, jetzt nicht mit der Gruppe diskutieren. Das ist total interessant. Ich hab keine Meinung dazu oder so. Das hab ich noch nie gehört. Und man hört so oft davon, dass irgendeine Messerschlikerei ist. Ja, aber das klingt irgendwie total logisch. Findest du nicht irgendwie? Also, wenn du ein richtiges, gutes, passendes Schlitzermesser hast, geht's wahrscheinlich. Also, Crocodile Dandy. So, wie ist die Richtung? Oh ja, noch ein Tischfußballspiel. Ja. Oder halt direkt ein Breitschwert. Ich finde, eh, der Trend, also, ein Breitschwert holst du auch nicht raus für eine kleine Meinungsverschiedenheit. Da musst du schon richtig Ärger haben. Der Trend geht zum Zweitbreitschwert. Ähm, das finde ich gut. Dann gibt man hier auch den ganzen Scheiß, hier Explosives. Oh, Klavier, man kann nicht spielen. Das ist verwunderlich. Es wirkt, als hätten sie so ein bisschen versucht, Sachen zu schützen, so ein bisschen Kultur zu retten. Die Hunde noch schnell vergolden. Die würden doch eh nicht überleben. Aber Schatz! Der hier ist frisch. Und er hat einen dieser Wolf auf Nähe. Aha. Da oben, ja. Sie haben es mit ihrem Beziehen wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Alter, nee. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist, nee. Wir müssen das selbst machen. Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Ist das eine Machete? Oh. Oh! Was für die Munition, für das Jagdgewehr hat sie eingepackt. Okay, ich dachte, das wäre ein neues Gewehr. Ja, aber dieses Jagdgewehr, ne? Du hast ja einmal nur, glaube ich, geschossen. Das ist mega gezimmert. Genau, aber wir haben halt echt super wenig Munition. Sodass sie wahrscheinlich echt dafür gedacht ist, so für Sniper-Aktivitäten und so. Aber in dem Moment hat sie mir echt geholfen und das Knie war weg. Ja. Noch nie sah ich ein Knie so schief. Schief. Das ist Pussy. Na, wer gibt mir hier ein Nahkampfwerkzeug? Sie wurden erschossen. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Vermutlich. Die Infizierten sind gerade gekommen. Schmopp. Alle bringen sie sich immer um. Ja, es ist der Mensch, ist sie einfach. Die Apokalypse, das ist so. Oh, neun. Das war eine schöne Schublade. CD-Funkgeräte. Und keine Trucker mehr auf der Straße, die man jetzt anrufen könnte. Außer Donny. Inside Donny. Der liefert immer. End-Zeit-Donny. Jetzt möchte ich ihn sehen. Jetzt möchte ich Inside Donny beim Trucker fahren. Der sich über die ganzen Leichen auf der Straße beschwert. Ne. Das war ein gut gesicherter Schrank. Hey, da ist hier Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Okay. Ist das Foreshadowing? Man weiß es nicht. Aber merkt immer, hier ist Benzin. Irgendwann bauen wir eine große Falle, wo wir dann Zombies reinlocken wollen. Und dafür brauchen wir das Benzin. Einen riesigen brennenden Krater. Genau. Genau. Du bist doch eigentlich, du bist doch der Walking-Dead-Profi. Du musst doch eigentlich all die Pläne schon längst ... Die erkenne ich auch nicht. Ja, die Serie ist ja nicht immer besonders klug. Das stimmt. Aber manchmal, wenn sie diese ... Da, wo sie die Zombies in die Schlucht gelockt haben und so. Das sind schon irgendwie ganz interessante Pläne. Das stimmt. Aber dazu müssen die Zombies eben auch so dumm sein wie in Walking-Dead. Das ist echt ein Problem. Ja, schlaue Zombies, das wäre wirklich ... Gibt's dabei ... Ja, aber die hier sind ja schon echt gefährlicher. Ja, die sind nervig, ja. Aber das ... Ja, das ist halt ... Das sind eigentlich fast schon mehr als Zombies. Das sind ja fast Mutanten eigentlich schon. Ja, Monster irgendwie. Irgendeine schnelle ... Also ich finde, wenn ein Zombie ... Also wenn ein Virus den Mensch körperlich so verändert, dass er ... ähm ... Gefährlicher wird, dann ist es eigentlich Mutant. Unser Schlag gegen den Fedra-Kontrollpunkt war erfolgreich. Ich habe mindestens drei von diesen Verbrechern getötet. Nein, eher vier oder fünf. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Ich bin ein guter General. Nach unseren letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unseren neuen Kommandanten gewählt. Eigentlich hätte ich gewinnen sollen. Ja. Es war ein hitziges Treffen. Seine standrechtliche Exekution dieser Gefangenen stößt manchen Leuten noch übel auf. Aber ich mag ihn. Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April. Ich bin total erschöpft. Aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind acht neue Rekruten hier aufgetaucht. Und sechs davon sind Fedra-Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das oder es sind die ganzen Flugblätter. Die ich eigentlich ... Die Werbung. Zehn Pfennig pro Blatt. Diese Leute nehmen uns jetzt ernst und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Wir werden diese Faschisten vertreiben und auf dem Fundament, das Emma und Jason gelegt haben, etwas Neues haben. Immer derselbe Scheiß. Oder? Aber sind Flugblätter, wenn sie nur rumliegen, überhaupt noch Flugblätter? Oder Liegblätter? Ja. Dann sind sie eigentlich nur Müll. Ja. Das stimmt. Flugblätter sind eigentlich nur sehr kurz Flugblätter, bis sie zum Müll werden. Also, der Weg von im Flugzeug lagernd, Flugblatt, Müll. Das ist tatsächlich ein sehr ... Also, wenn man bedenkt, dass das ungefähr 0,2 Prozent der Lebensdauer eines Flugblatts ist, ist der Name ... Also, das ist schon ... Ja. Äh, Etikettenschwindel, ja. Ja. Das ist es. Oh, 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 was hat hier stattgefunden? Guck mal auf sein Knie. Wie ist es im Trakt? Nee, der ist noch da. Der wird leben, ja. Oder? Nee. Ist das einer von denen? Der bei war? Doch. Der war, das war einer von den Typen. War das der, der sie getreten hat? Ich glaube, ja. Scheiße. Hier drüben ist noch jemand. Aber lass uns auch jemanden übrig, ey. Ich will dir das nicht. Das ist wie so ein Wettrennen, der sie zuerst erledigt. Oh, das ist auch einer von denen. Oder? Und der hat ein Code mit seinem Blut geschrieben. Den kenn ich nicht. Nee, doch nicht. Oh, für das Eastgate. Eastgate 1. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf das nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Jetzt aber kein Mitleid hier, ne? Mm-mm. Post 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. 7302. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Kann man sich leicht merken. Weil 74 war der zweite WM-Titel. Also 7402. Ich bin 50 war der Erste. 74 war der Zweite. Aber es ist ein weniger einfach nur. Also 7302. Heute beinten die Welt im Fußball. Ich merke mir das mit, ich hab so eine Bud Spencer-Terms-Tel-Oliver-Oniens-Musik im Kopf. 7302. 7302. 302. Na. Du wirst es nie wieder aus dem Kopf kriegen. 7302. In zehn Jahren wirst du noch, verdammt Simon. Bevor wir wieder kombinatisch abdriften, das ist eine richtig krasse Szene gewesen. Ja, auch. Dass diese Methode, das hab ich auch ehrlich gesagt noch in keinem Film gesehen. Also ich erinnere mich nicht. Das ist eigentlich voll smart. Also auf eine perfide Art. Mhm. Ne? Das ist wie das Prisoner-Dilemma, nur anders interpretiert. Ich frag mich auch, Entschuldigung, du warst noch nicht fertig. Nee, ich wollte nur sagen, dass das wieder eine Szene war. Wir sind ja relativ schnell drüber entweggangen, haben wieder was anderes erzählt, aber das war echt eine gute Szene. Ja, ich muss auch die ganze Zeit drüber nachdenken, ob nicht eventuell der Verlauf im Spiel so ist, dass wir jetzt dem blutigen Pfad quasi unseres Partners hinterherlaufen und dadurch nach und nach so ein bisschen hinterfragen, was wir eigentlich vorhaben. Kann ich mir vielleicht vorstellen. Ja. Weil das war ja schon ein bisschen hart, obwohl's richtig ist. Vielleicht kommen sie irgendwann auf den Trichter, dass das halt auch nicht the way ist. Ja, wir sind halt auch die Wölfe sozusagen. Ja. Also ich bin immer gespannt. Ich find das bisher total toll. Also, wie es auch moralisch jetzt einem nicht weder die eine noch die andere Seite aufzwängt, sondern einen einfach selbst entscheiden lässt noch. Das find ich schön. Ja, das ist ja, wir haben ja auch eingangs schon spekuliert, dass die werden auch ihre Gründe haben, weshalb sie Joel verfolgt haben. Und dann... Okay, Volker. Ah, unser Fältchen ist wieder. Ist da der Bodenwagen, oder? Ach nee, da kamen wir ja her. Das ist mal runtergeklättert, ja. Haben wir jetzt... Also sind wir einmal durch? Oder wie? Kannst du mal auf der Karte... Ja. Ach so, ja, jetzt waren wir... Nee, BLF, da müssen wir jetzt hin. Also einmal zurück und dann links die 9th Avenue. Oder? Geradeaus und dann rechts, ja. Genau. Nee, warte. Äh... Ja, ich glaube... Ach so, da und dann rechts. Ja. Krass, krass, krass. Ja, ey, du hast völlig recht. Und wir verfolgen die. Und er kommt uns zuvor, aber ich will auch mal ein Stück der Rache noch haben. Ja, aber das ist genau, glaube ich, ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Auge für Auge macht die ganze Welt blind. Äh, was bringt's denn? Aber das... Wir müssen auf jeden Fall vorher noch ein bisschen mehr Leid ertragen. Ja. Und dann wird irgendwann der Konflikt zwischen den beiden natürlich da sein, ne? Vielleicht sagt sie, äh, hör auf. Und sie sagt aber nein, ich will das aber. Sein Ohr gehört mir. Ja, das, äh... Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich das hier noch entfalten könnte. Ich kann mir ja vorstellen, dass sie noch mal gebissen wird oder so. Oh Mann, ja. Und dann glaubt die André ihr nicht, dass sie immun ist oder sowas. Also diese Geschichte wird sicher auch noch, wie du meintest, wird auch noch kommen. Sie hat das ja ein bisschen überspielt, aber... Ich hab's... Au. Die Frage ist nur, wo führt uns das hin? Das werden wir sehen. Halt auf. Oh, es regnet's auch, ne? Rechts ist das Gebäude gleich. Ja, Wetterwechsel gibt's auch. Befragt sich, ob das wahrscheinlich gescriptet alles. Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Schwarzungsweise ohne Infizierte. Oder WLF. Wolves. Wie auch immer. Ich hab noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Hm. Nein, danke. Diese Mandeldinger? Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich klang gerade wie meine Mutter. Ich brauch nichts. Alter. Alter. Mein Pferd ist explodiert. Los. Tina. Oh. 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 Ah! Kann ich irgendwas machen? Es wird doch nix. Das wird nix. Jetzt kommt der und tritt da drauf oder so. Du hast ... Schießt, schießt! Warum denn? Und jetzt wieder mit ... Der Gewehrkolben ... Ich hasse diesen ... Gewehrkolbenschlag. Ich würde meinen Gewehrkolben auspolstern, dass wenn ich damit geschlagen wäre, das nicht wehtut. Weil, dass der Schuss dann losgeht. Sehr gut. Hätte nicht gedacht, dich noch mal zu sehen. Der. Der war das, der sie getreten hat. Alter, töten! Oder? Der war das doch. Ja, 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 der andere ist auch so ähnliche. Hab nach nem Typen mit der scheiß hässlichen Narbe gefragt. Hm. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Hm? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Ja. Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten? Ja, aber dann gehen wir auf den Schmuggler. Ja, aber dann gehen wir auf den Schmuggler. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Nicht schon wieder treten jetzt. Messer auf dem Stuhl. Scheibe. Sche ... Scheiben ... Schere. Sieg, 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 sieg. Oh, meilig, meilig. Messer auf dem Stuhl. So, und jetzt nimmst du das Messer. Und jetzt haust du das dem Typen in den Schädel. Zack. Ja, Rache Nr. 1, Rache Nr. 1. Ja, komm dich, Lisa Wixer. Verfickter Scheißkerl. Ah, sie sieht richtig schön aus. Alles gut? Geht schon. Halli. Halli. Wir sollten gehen. Nummer 1. Schau mal. Sie gehört zu ihnen. Na los, zieh dir den später an. Bei deinem TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm. Mann, Alter. Ja, siehste. Wie ist sie eigentlich entkommen? Ach so, sie ist da ... Sie ist so runtergerollt. Ja. Haben sie die gar nicht eingesammelt. Sie ist schnell abgehauen. Nee, sie haben sie nicht gefunden. Äh ... Okay, jetzt ... Ich hab noch meine Waffen. Oh, Alter. Oh. Der erst mal ... Ich hab sie im Visier. Du flankierst sie. Okay, ich flankier sie. Ich halte mich an deine ... ... Anweisung. Nur erst, wenn ich lupen darf. Lass sie aus! Ja! Du hast noch halb Energie. Ja, tot. Hab dich! Er hätte versuchen sollen, den Kopf zu schießen. Kannst nicht heilen und rechts das Tuch noch nehmen. Oh ja, das ist eine ganz wunderbare Idee. Okay. Wie viele hast du gesehen? Genug. Scheiße, wir müssen hier raus. Äh, ich wollte aber auch ... Auch mal nehmen, ne? Nach oben digital und dann R2. Ah ja, R2. Ich träg immer X, aber es ist ... Das muss man sich erst mal dran gewöhnen. Es ist R2. Oh! Das ist ein Tape aber. Ach so. Kann man damit was anderes bauen? Tape ist ... Ja, da kannst du die Waffe upgraden, siehst du? Ah ja. Nee, reparieren doch, oder? Ja, erhöht den Schaden. Aber dann warte ich erst mal, bis die ein bisschen kaputt ist. Das ist ja Verschwendung. Okay. Alles klar. Ach, das Bleirohr ist das. Okay. Als ob so ein Stahlrohr kaputt geht, wenn du da ein paar Schädel mitzertrünnerst. Die darf ich nicht looten. Ja, ich glaub auch, ehrlich gesagt, dass ... dass das Bleirohr sich nicht von einem Schädel beeindrucken lässt. Und wenn, dann hat's halt eine leicht andere Form. Also ... Es ist nicht so, als ob's dann ... Naja. Ja, ich mein, was soll der Typ bei Walking Dead sagen mit seinem Baseballschläger? Ja. Den er irgendwie so ... Oder diese Michonne oder so, die hat doch auch immer so eine Machete, ne? Alter, was? Alter. Alter, wie schlecht schieß ich grade. Ja, perfekter Kopfschuss. Ja, schlecht. Na los! Erledigt! Ganz ruhig. Energie vielleicht? Ey, sie will sich nicht heilen. Ja, aber du schaffst das. Er zwei. Okay? Ja. 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 Oh, 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 oh! Tod? Nee. Boah, flucht nochmal! Was? Wieder nochmal her. Ja. Erstmal hol ich deine Munition und ich hab nicht mehr viel. Einen Schuss. Was ist deine Munition? Wie seid ihr keine Munition? Ich weiß, dass du da bist! Ja, das stimmt auch. Ja. 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 Ah, das war aber unsouverän. Ich hab schlecht gezielt. Das nervt mich. Ich nehm's dir nicht übel. Das ist, äh, das Aiming ist irgendwie nicht so smooth. Und dieses Auto-Aim vor allem, das ist halt irgendwie gefühlt überhaupt nicht. Es ist, äh, in einem bestimmten Grenzbereich funktioniert's. Aber davor und danach nicht mehr. Komisch. Das ist echt strange. Ich finde übrigens diese Klassenräume mit diesem bisschen Moos sehen wesentlich schöner aus. Ja, ist doch überall, oder? So, ich weiß, wir müssen in diese Richtung, meine Liebe, aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich nicht mal bei den Leichen und so noch mal ein bisschen nach Loot suche. Da seh ich doch schon wieder was. Ja. Da leuchtet überall was. Oh. Hm. 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 Ja, ich mein, das sind amerikanische Klassenzimmer, ne? Das findet man im Zweifel. Das ist, glaub ich, schon Study Room, oder? Ein bisschen ... Ich ... ich ... ich will's dir eigentlich nicht sagen, aber da war, glaub ich, noch was. Ja, aber sag das doch. Ist doch wunderbar. Ja, aber du ... ich weiß, dass du dann zurück ... Ja, bist okay. Ich glaub, hier grade aus, und auf der ... Nee, nee, wenn du dann rechts jetzt guckst ... Zwischen den Regalen bist du da eben langgelaufen. Genau, und hier auf der rechten Seite hat, glaub ich, was ... Nee, nee, nee. Ach so, ich dachte ... Geradeaus, und da auf der rechten Seite ... Oh Mann! Ich hätt schwören können, da war was. Ja gut, dann tut's mir leid, ich hab irgendwas blitzen sehen. Simon, ich find das unerträglich, dass du ständig in mein Spiel reinredest. Da! Das war ein Scherz. Siehste? Das meinte ich. Ja, okay, dann ist gut. Ja, so, dann hier ist wohl auch nichts mehr. Dann können wir weiter marschieren. Ähm ... So hatten wir hier jetzt schon ... Ja, du wolltest zurück, ne? Also ... Ja, ja, wir gehen in eine Richtung auf jeden Fall, aber ... Wir konnten ja nirgendwo gucken, weil wir, äh, wurden ja gefangen genommen. Deswegen konnten wir die Sachen hier alle nicht ... Ah, da kamen wir her. Hier kamen wir her, genau. Aber ich mein, wenn du jetzt manche öffentliche Schulen anguckst, sieht's da jetzt auch nicht so viel anders aus. Ja. Das ist halt Schimmel statt ... statt Grün. Ja, das ist ja wirklich so. Ey, ich kenn das noch. Diese Asbest-Container-Schule. Ja, meine Schule war auch noch komplett so, ja, den Bereich müssen wir sperren, weil da ist irgendwie Asbest. Und dann irgendwie ... Überall waren so Wasserflecken und Schimmel und so. Das ist so furchtbar. Wir wurden eine Zeit lang in Containern wirklich unterrichtet. Ja. Und wir hatten noch ... Also, unsere Zeiten waren noch die guten Zeiten, wo noch Geld übrig war für die Bildung. Also, die entdecken dich ab einer gewissen Entfernung. Ja. Alter. Ja. Ja, aber ein Spülnähchen hat die. So, jetzt. Jetzt zurück und einfach von hinten. Ja. Weiß nicht, wo da noch welche sind. Mal gucken. Oh, da ist ein Stein, den könnte ich zur Ablenkung nehmen. Da krieg ich sie jetzt. Ah! War sie das? Nein, das war sie nicht. Ja, niemand kann auch nicht. Da ist jetzt der andere. Ja. Ja. Ja, du hast das. Du hast das und ... Dreieck! Vorsicht, das ist Glasscheibe. Oh, ich hab Angst, dass der sich rumdreht. Nein. Gut. Tschüss. Oh. Wir finden jetzt die Leiche, oder? Okay. Da liegen auf jeden Fall noch Sachen, die ich dann gleich mir nehmen werde. Zwei Schuss. Wie viel Schuss hab ich denn? Gut. Ich bin nicht wirklich gut mit Schusswaffen. Die müssen wir in der anderen Hand nehmen. Aber schau mal, ob du nicht in der anderen Hand mit der zweiten Waffe noch eine andere Waffe hast. Rechts meinst du. Ach so, nach unten meinst du? Genau, du hast nämlich schon, glaub ich, noch ... Ah, die ist rot. Ja, gut. Aber das ist die, ja, da, rechts, hast du aber wirklich nur zwei Schuss. Ja, vor allem, wenn ich jetzt schieße, hören die anderen das auch. Ja, du kannst hier nicht schießen, das vergessen. Aber den erwischt der auch, der kommt ja zu dir schon fast. Der guckt sich jetzt die Leiche an, bitte nichts sagen, nicht rufen. Warte eine Sekunde. Shit, schnell, 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 jetzt, jetzt, mach, mach! Äh, ich hab mich geirrt! Das war doch nicht, Chris! Jetzt meil dich hinter den Tisch, schnell! Ah! Watt, von wo? Da, links, direkt vor dir, links, links und rechts. Gott, der Scheiß! Jeder Schuss ist ein bisschen ... Ach, das ist sie. Nee, doch nicht! Oh Gott. Das ist kein Schuss mehr. Oh! Alter! Jetzt kannst du dann irgendwann auch die Brechstange. Die hat nämlich noch zwei von fünf. Ach so, die Brechstange reparieren, das ist eine gute Idee? Ja, bevor sie ganz weg ist. Gute Idee, Simon. Gut aufgepasst. Guter Beifahrer. Das ist noch ein Schrott für den Schuss. Also, im Laufe. Ja, ja. Zu den Marines kommt der aber nicht mehr. Nee. Scheiße. Schnell, schnell, schnell! Ach, das war sogar eine Frau. Alter, okay. Das ist geupgradet jetzt auch mit diesen Scheren. Aber das tut schon ziemlich weh, wenn du das siehst. Das sind echt Fehler. Ich hab's gesagt. Da haben wir ein bisschen Moni. Voll die Massenmörderin, ey. Halt echt, aber ganz ehrlich. In der Welt. Die haben's auch einfach alle verdient. Schrotflinte bewahr ich mir mal auf. Da kommen wir schnell irgendwelche, die haben Rüstungen an oder sowas. Ja. Da brauchen wir einen Schrot dringender. Ich muss ein bisschen an meinem Aiming arbeiten. Ich bin unzufrieden mit meinem Aiming bislang. Zum Glück heißen die Amy. Kann aber auch daran liegen, dass du die bisher die Waffe nicht verbessert hast. Die ist dann natürlich auch nicht so geil. Ja, es ist halt kein Shooter. Irgendwie so wirklich. Es ist irgendwie ein bisschen ... Es ist halt kein Call of Duty, wo das Aiming einfach ... Das wichtigste Feature einfach zu spielen. Du willst ein 18-jähriges kleines Mädchen? Naja, aber die ist ... Die weiß, wie man schießt. Uns würde die mal locker vom Erdbogen pflegen. Ich würde mich aber auch nicht mit ihr anlegen. Nee. Ich wäre da einfach auch zu smart für. So, ich gehe noch mal auf die Toilette. Die haut schon mal ab, weil sie ungeduldig wird. Woher kenne ich das? Ach nee, die Toilette ist zu ... Geht nicht auf. Okay. Dann gucken wir mal, was hier noch so rumliegt. Warte mal, können wir erstmal einmal nachladen. Da haben wir nix und ... Genau, immer schön in der Ruhephase nachladen. Ach so, da passen noch drei rein, okay. Gut, dann nehmen wir die mal hier mit vier Schuss. Okay. Guck mal, die ist so ungeduldig. Ja, was soll ich sagen, wenn selbst die NPCs ungeduldig werden. Ja. Karte, karte. Seht ihr das mal an? Ja, mach ich. Scheiß auf die Wolves. Klaue ihr Zeug. Drei. Scheiß auf die Wolves. Ja, Mann. Das ist die richtige Einstellung. Das ist ein guter Sniper-Posten hier. Ja, der ist richtig gut. Nee, ist das ein Typ? Oh. Oh. Das ist ja gut. Hey, ihr zwei. Der Eindringling ist weg. Was? Hast du was gesehen? Nein. Sichert das Dach. Ich suche hier drüben. Halt euch auf. Sicher, dass sie nicht auf der Straße ist? Habt ihr nachgesehen? Wie kommt sie da runter? Keine Ahnung. Wurde das gemeldet? Frank ist zum Capital Hill. Er müsste jeden Moment mit den Typen zurück sein. Okay. Dann würde ich vorschlagen, du da rechts bist der Erste, den ich umbringe. Ich sag's, wie es ist. Jetzt. Beim Namen. Ich sehe die alle. Ist da unten irgendwas? Hier ist die. Ich hab kein gutes Gefühl. Zurecht. Hier ist gleich der von der Kante Schubse. Nicht. Das ist aber nicht jetzt irgendwie Sinn. Sinn meines Verstecks, dass du dich da nicht mehr versteckst. Jo. Hier drüben. Jawohl. Gut. Ja. Jawohl. Richtig gemacht. Schön zu sehen. Das waren sie alle. Machst du das Cent alle? Ja. Das überprüfen wir nicht. Die hat offensichtlich keine Munition für uns dagelassen. Sehr unhöflich. Und guck mal, die Leiche ist zufrieden. Bitte? Bin zufrieden. Ja. Ich bin nicht unzufrieden, aber ich finde, ich bin ja, mein erstes Aiming muss noch ein bisschen besser werden. Okay. Okay, da hinten gibt's einen Weg. Da sind ja die hergekommen. Also, die machen das schon auch mit der Muni. Die ist sehr verknappt, ne? Das ist aber auch, finde ich, gut. Ja. Weil jeder Schuss zählt. Und das ist gut. Genau. Nichts ist schlimmer. Man soll sich ärgern, wenn man daneben steht. Ja, genau. Nichts ist schlimmer, so viel Muni zu haben, dass du da einfach rumspratzt. Und so wie du es jetzt auch machst, so wie wir es machen, ist es ja auch gewollt. Dieses Nahkampf, bis es nicht mehr geht. Da haben wir die Waffen ausgepackt. Aber langsam müssten wir für ein Upgrade eigentlich genug haben. Ja. Auf jeden Fall irgendwann noch mal zur Werkbank. Ja, hier ist doch schon eine, oder? Ist das eine? Ne, leider nicht. Tötet ab hier alle Eindringlingen. Ich schicke zusätzliche Einheiten, um die andere Frau zu finden. Watt kommt abends in die Basis zurück, bringt alle verfügbaren Vorräte mit. Ich denke, die andere Frau ist sie, weil die ja am Anfang entkommen ist. Ja, das hatte ich auch gerade überlegt. Aber es war schon, dann waren wir ganz schön lang bei denen gewahrsam, wenn die da schon irgendwelchen Zettel schreiben. Ja. Wir haben auch scheinbar keine Walkie-Talkies. Nur Zettel. Wie sieht das aus hier mit Hauptpacks? Ne, fehlt uns der Alk. Oh, fuck. Was ist hier mit? Was? Ja, das sieht gut aus. Versuchen wir es. Panzerwagen, oder was? Oh, Alter, Leute. Na los, rein da! Oh, mit dem Hund. Zwei Hunde. Okay, die Hunde. Die schnüffeln uns. Wir müssen aus dieser Schule raus. Ja, also. Abschuss statt Abschluss. So kommt ihr aus der Schule. Zehn Tipps. Ja, für die gelungenen. Die gelungenen? Nee. So, dann jump ich da mal rüber wie ein Jumper, oder? Ja, mach das. Probier's einfach. Good job! Ey, diese Stoffgardinen da, diese komischen Dinger, ich hasse die. Ja, warum? Weil ich hatte die früher. Und die haben unten, du musst die so zuknipsen, weil die ja verbunden sind mit so kleinen Seilchen und so. Kördelchen, ja, ja. Und die sind aber auch ständig, vor allem wenn du Tiere hast, die da immer so durchlaufen, hast du halt ständig, gehen die auf. Und dann verknoten die sich. Und dann musst du die ständig entknoten und wieder richtig zusammenstecken. Und das musst du permanent machen. Und wenn du eine Katze hast, die verwirrt sich dann darin, findet es mega lustig, macht alles kaputt und pinkelt die am Ende noch hin. Aus irgendeinem Grund. Das war auf jeden Fall, da hab ich ganz schlimme Erinnerungen. Also würde ich niemandem empfehlen. Sowas muss aussterben. Ja, finde ich ein Klädoyer, das, ähm... Wie heißt das überhaupt? Gardinenvorhänge? Gardinenstreifen? Du hast eine voll funktionsfähige Gardine und du schneidest sie in Streifen. Das ist doch bescheuert. Vielleicht damit so ein bisschen, ich weiß nicht, dass die Luft sanft sich durchkreuzelt. Dann schneid doch Löcher rein. Und man kann die halt so, es ist halt offen. Und dann kann man die ja drehen. Es gibt's immer bei Ärzten, gibt's so einen Scheiß immer. Genau, ich hasse die. Und oben muss die immer knack, 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 dass die alle die richtige Winkellage haben. Und es ist furchtbar. Es sieht immer, es sieht nur gut aus, wenn du es zum ersten Mal im Ikea siehst. Und das war's. Nie wieder sieht's gut aus. Da ist auch immer so ein kleiner Schraubenschlüssel, wenn du später mal gucken willst, in deinem Baumenü. Jetzt nicht, aber wenn du was bauen kannst, ist da ein Schraubenschlüssel. Achso. Brauchen wir nicht genau nachgucken. Wir können mal hier übrigens upgraden. Wir haben schon 103. Genau. Wir können mal jetzt unsere Haupt... Wollen wir das machen? Ja, klar. Oh, wir haben sogar noch mehr jetzt hier. Was ist das da unten? Oh! Lauschmutz, Bewegungsgeschwindigkeit. Das willst du. Komm. Lauschmutz deutlich schneller. Ja, okay. Und das? Was ist das? Du überlebst normalerweise tödlichen Schaden mit geringer Gesundheit und hast eine Möglichkeit zur Flucht. Das könnte ja heißen, dass man eventuell die Clicker überlebt. Ja. Diesen One-Hit-Click. Ja, klar. Das wäre natürlich nice. Ja, durchs Fenster willst du durch. Wir müssen zur Straße. Aber der Papa guckt sich erstmal hier alles an. Ich hoffe, dass sie so eine ähnliche Giraffen-Situation wieder haben. Ja, das war richtig geil. Das fand ich toll. Aber also, Giraffen sind auch schon sehr imposante Tiere. Also, das könnte höchstens ein Blauwal sein. Na, um was Größeres. Mit nem Hut, der vielleicht noch... Ja, braucht mal Hut. ...irr mich mal an durch das. Okay, sieht gut aus. Ja. Scheint okay zu sein. Gut. Schau mal hier. Sie gehört zu denen. Hm. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan. Isaac lässt uns für zwei Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung. Lea. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen's rausfinden, oder? Ja, die bringt sich nicht von allein um. Es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Okay. Holen wir uns Lea. Ja. Machen wir das doch. Aber bevor wir das machen, guck ich natürlich noch mal hier. Warte mal, hier war ich ja, ne? Diese Räume hatte ich noch nicht genau. Da, siehste. Geile Pillen. Und hier waren wir auch noch nicht. Oh. Ist ja richtig viel. Nix. Boah, Alter. Das ist doch ein Kinderzimmer hier, ey. Naja, das ist ein amerikanisches Kinderzimmer. Alkohol und Waffen. Nur halt nicht zusammen. Nur nicht kombinieren. Timmy. Das kann ich mir richtig vorstellen. Dann kommt der Vater rein. Und da liegen Waffen und Alkohol. Und er kriegt nur Ärger, weil da... Was? Du hast Alkohol? Ein Bier? Ein offener Container im Kinderzimmer? Und nur noch vier Schuss im Revolver? Ich hab dir doch schon tausendmal gesagt! Ah, herrlich. Ich hab auch mal wieder Bock auf Barflücher. Bock auf Grillen, ne? Alles klar? Wie sie sich was rückwärts drehen und so. Ich dachte schon, dass es aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Das und also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Dachtest du, es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Aber wann ist die Rache genug, ne? Wie viele Leute musst du umbringen, damit eine Person abgegolten ist? Ich hab die Augen nach Patrouillen offen. Alle. Es waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Ich bin an zwei vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus. Und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Okay, erstmal gucken. Hier ist offen. Schöner alter, geiler Pool. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Scheint denen alles egal zu sein. Hier ist eine Blutspur. Siehst du das? Oder was ist das? Schleifspur? Ist doch irgendwas. Eine Lutspur vielleicht auch. Die hinterlässt du. Kann man eine Lutspur hinterlassen? Mal eigentlich. Ja, offene Schubladen, solche Sachen sind Blutspur. Also die Staubumrisse von Gegenständen, die lange da lagen noch. Eine. Eine Pille. Nehm ich. Nein, nein, nein. Was? Frisches Blut. Ja, ich weiß. Hab ich doch eben schon mal mehr. Ein Drache war aber in der Schuss. Ob er das ist? Nee, so laut ist er nicht. Irgendwann treppen wir ja auch auf ihn wieder. Alter, wie ich immer 111 drücke. Und ihm das nicht interessiert. Schön. Ich hab ihn schon gehört. Vor ich ihn sah. Marschloch. Das Looten macht nur dann Sinn, wenn die Lootbilanz höher ist als die Schadensbilanz. Ja. Aber es sieht gut aus. Am Bett lag auch noch was. Nee, rechter hier, genau. Da, Tape. Bestimmt mehr Alkohol fehlt uns. Die brauchen dieselben Sachen. Da muss man immer aufpassen, wo man die Prioritäten setzt. Wenn da ein Bügelbrett ist, dann komm ich da natürlich nicht rein. Was haben wir hier noch? Immer am Nachttisch gucken. Ja, geil. Drei Schrauben. Ja, wir können bei der nächsten Bergbank auf jeden Fall... Ja. Oh, nur noch ein Zettel. Tina ist etwas, wurde gebissen. Tina ist tot. Seit einiger Zeit haben wir uns auf den Patrouillen betrunken. Das war so ein beschissener Posten. Keine Infizierten, keine Scars. Die hinterste Pampa. Ihr Bruder brennt heimlich Schnaps. Also haben wir getrunken und geredet. Das lief monatelang so. Wir torkelten gerade durch den Lebensmittelladen, als uns diese Runner überrascht haben. Ihr Bruder soll wissen, dass es mir leid tut. Ich habe versucht, sie zu retten. Sagt meiner Mutter, dass ich sie liebe. Cherry. Okay. So eine krakelige Schrift. Oder? Die besoffen ist. Wie alt ist es? Ach du, besoffen. Ja, immer besoffen. Keines Detail, aber... Macht Sinn. Die hat sich einfach mit selbstgebranntem Fusel. Das kann ja auch auf Dauer nicht gesund sein. Nee. Selbstgebrannter Fusel. Und wie das ist? Rückwärts-Steps? Gut, also das Haus haben wir hier in die Lupe. unter die Lupe genommen. Dann gucken wir uns hier nochmal weiter im Innenhof um. Da ist noch eine offene Tür. Zack. Nichts drin. Oh, eine weitere Schurkenkarte. Kinnert Esquire. Esquire. Aha. Eine Schraube. Bisschen Alkohol. Und nochmal die Treppe auf. Oh. Na. Ja, so sieht es aus, als hätte sich da jemand verbarrikadiert oder so. Das sieht so aus, als hätte sich jemand verbarrikadiert. Aber wir werden es nicht erfahren. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein billiger Trick, ne? Wenn man nicht will, dass der Spieler irgendwo hinkommt, dann mach ich da mal eine kleine Barrikade. So, ich glaube, das war's auch. Hier kommen wir her, ne? Ich weiß nicht, ob hier noch groß was zu looten ist. Dann können wir mal weiterlaufen, sagen wir so. Also, Open World ist ja hier eigentlich nicht, ne? Aber so ein bisschen. So ein bisschen rechts gucken kann man. Ich dachte am Anfang auch, es wäre offener, als es nun den Anschein hat. Aber es macht einem nicht viel aus, find ich. Nee. Ach, das ist schon okay. Also, was halt natürlich, manchmal denkt man so, okay, ich weiß, ich komm hier rüber mit meinem Skillset. Ja, eigentlich. Und das Spiel bietet mir das nicht an, denkt man manchmal, okay, das ist, wenn da halt nix ist, dann muss ich, dann hab ich halt umsonst geguckt, sozusagen, aber es war meine Entscheidung, da zu gucken. Und, ähm, da können wir irgendwie, so, ne? Aber, okay. Dann, ein altes Fahrrad. Und weiter geht's hier lang. Capital Inn, also. Nee, die wollten nur Rache an Joel haben. Was? Vielleicht war die nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben wir uns zu Ende? Ist doch egal. Sie haben's verkackt. Stimmt wohl. Ja? Wie wär's mal aufzuhören? Haben sie die ins Gesicht getreten oder ihr? Also, ich mein jetzt mal ernsthaft, wo liegt deine Loyalität? Echt? Jetzt, das, jetzt fängt sie an. Sie geht mir langsam auf den Sack. Sie sind die im TV-Sender? Lea. War sie die, äh, war sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heute, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Oh, Alter, sie ist auch echt krass. Was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Ja, es ist wirklich... Und was davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Ja, also sie sagt schon das, was wir uns auch gedastet haben. Ja, aber... Ja. Es deutet sich echt schon aus zwei Kilometer Entfernung an. Er wüsste sich ja mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Hm. Diese... Sprengbüchsen müssen wir häufiger nutzen. Ja, die sind gegen Menschenmassen gut. Weil die so blenden die ja dann irgendwie, lenken die ab oder betäuben die oder was das war. Ja. Ja. Ich finde aber auch immer, mehr oder weniger nichts kann das Ungeschehen machen und deswegen muss die Rache vollstreckt werden. Wie sie auch sagte. Sie haben verkackt. Game over. So einfach ist es. Da lasse ich mich am Ende nicht mehr umstimmen. Ich sag's jetzt schon mal. Ich werde die erschießen. Ja, na klar. Definitiv machen wir das. Ja, egal. Ich meine, was weiß sie denn schon, ne? Sie ist der Nebencharakter im zweiten Teil. Was weiß sie denn schon, dass wir alles durchgemacht haben? Ja. Denkst du, jetzt nur, weil du hier, weil du das Love Interest bist, kannst du jetzt hier einen auf moralischen Sieger machen? Nein, nein. Warte mal ab, die wird uns noch ganz schön auf den Sack gehen mit ihrer Moralkäule. Mhm. Also ich weiß aber nicht, ob du dem jetzt unbedingt das linke Rückgrat, okay, das Rückgrat entfernen musst. Der hat doch eigentlich nichts gemacht. Hey, sieh dir das an. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Hört echt. Dass ich mich mal frage, wie haben die denn diese Plakate alle hergestellt? Mann, das ist doch so... Ah, halt draufgesprayt. Aber natürlich ist das eine richtig professionelle... Professionelle... Dann müssen wir da eigentlich... Genau, da wartest du zwei Wochen, es kostet richtig viel Geld. Ja. Ähm, ja. Ah, dieser erste Wurf gefällt mir nicht. Ich möchte bitte eine Alternative dazu. Hier waren wir gerade schon. Da hab ich rausgehüpft. Äh, ja, hier ist Sackgasse. Okay, hier kommen wir wieder zu uns. Tuck, tuck, tuck. Guck mal, da ist eine offene... Äh, eine offene Situation. Da müssen wir doch bestimmt irgendwie hoch. Oder da, wo die blaue Plane ist. Beides hinweisen. Ah, schiebi, schiebi, alles klar. Ja, okay. Hilf mal. Scheiße. Oder du hilfst mir einfach. Ich glaub, du musst von da her. Jetzt hilf doch mal, Alter! Das ist jetzt hier ernst, oder? Ey, wenn du jetzt nicht hilfst, lassen wir dich da. Och. So was kann ich ja ab, ne? Und was willst du jetzt damit tun? Mal kurz was gucken. Sag mal, bist du ein bisschen doof? Theoretisch können wir halt auch hier rüber, ne? Waren wir hier schon? Weiß ich nicht, aber wir wollen da hoch erst mal. Ja. Aber es interessiert mich einfach nur, ob man da theoretisch... Also diese blaue Plane und so weiter... Die sieht so aus, als könnte man dadurch... Bin gleich zurück. Ich denke, hier ist einfach ein Loot-Raum. Ja, hier ist ein Loot-Raum. Dann geht's weiter. Wenn man diese... Wenn man nicht zurückkommt, dann so... Da weiß man, das ist der endgültige Weg. Das ist eine interessante Nilsche Loot-Rünstigkeit. Die musst du jetzt durchziehen. Ja, aber ich glaube, dass wir beide davon profitieren. Es sei denn, in der nächsten Sequenz wird einem einfach alles... Es gibt ja manchmal so Situationen, wo einem alles genommen wird. Oder in der nächsten Schublade sind fünf... Wir wurden letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, das ging allein auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du mir das sagen. Dein Sohn und du, ihr beide liegt mir am Herzen. Wir sollten noch mehr denn je aufeinander achten. Es gibt schon genug Kriminelle, die in dieser Stadt das Sagen haben. Ja. Oh, noch mehr. Gib ein bisschen Salz und etwas Wasser hinzu. Dann schmeckt es fast wie das Original. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es, dich zum nächsten Sicherheitsbereich zu bringen. Raul. Salz und etwas Wasser hinzu. Ja, super. Oder irgendwas. Ach so, okay. Du musst zu essen. Ja, man sieht einfach, die Loyalität der Menschen untereinander nimmt immer mehr ab. Aber diese Zimmer auch, ne? Wenn man sich nach einer Sekunde nimmt, sie anzugucken... Dann lernt man auch so viel über die Leute. Was haben wir hier geiles? Was ist das? Na, Bomber? Sprengfallen explodieren, wenn ein Gegner sich in ihr andrückt. Ja, zwei haben sie abzulegen. Ja, geil. Sehr schön gemacht. Ja. Nice. Guck mal hier. Zack. Ah ja, hier. Geil. Besser als die Knalldinger. Können wir direkt auch neue bauen. Jawohl, gleich zwei. Ja, und dann sogar drei, weil wir sehr viel gelootet haben. Drei Sprengfallen. Ja, das ist besonders geil wahrscheinlich, wenn man dann so, so ne Situation hat, wo so viele von diesen Klickern patrouillieren oder so weiter. Ja, auf jeden Fall. Das werden wir häufig benutzen. Und Munition. Ein guter Abstecher auf jeden Fall hier kurz ins Zimmer. Hier sind wir wieder Pillen. Ah, so ein Haargletter. Hab ich dir mal erzählt? Wahrscheinlich schon. Was denn? Es gibt in Frankreich ein, deswegen kam ich gerade drauf, weil diese Zimmer alle so viel über ihre verstorbenen Bewohner sagen und das Leben vor der Apokalypse. Es gibt in Frankreich ein Haus, da ist ein Soldat, ein französischer Soldat in den Krieg gezogen, ein junger Mann, der noch bei seinen Eltern gelebt hat und seine Eltern haben das Zimmer über 100 Jahre unverändert gelassen. Alles an Ort und Stelle. Und als sie das verkauft haben, das Haus, oder vermacht, vererbt, oder einfach, haben die zur Bedingung gemacht, dass dieser Raum so bleibt. So, dass es quasi, wenn du da rein gehst, memorial ist. Und das ist total krass, weil das halt alles so hinterlassen wurde, wie der Soldat, das da gelassen hat, bevor er in den Krieg gezogen ist, so, ne? Dann stell dir mal vor, du hast nicht aufgeräumt. Ja. Bevor du hast einmal, denkst du, ach, kann ich ja machen, wenn ich zurückkomme. Ja. Und schon, äh. Für den Rest deines Lebens. Ist das der Ausblick. Ja, so wirst du nicht noch überhalten. Deswegen, Kinder räumt immer auf. Ich weiß nicht. Ich find sowas ja irgendwie auch schön. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Aber auch ungesund. Wie willst du das machen? Aus Sicht der Eltern, oder? Ja, auch aus Immobilien-Sicht, aber aus ganz, also, viele Gründe, warum ich das so nicht machen könnte. Ich brauch keinen, nur keinen. Nennt man das, ne? Such was wert. Und dann blockt für die V-R-Access. Okay, jetzt wieder ein großes Gebiet jetzt hier. Wo fangen wir an? Erstmal mal links. Oh, 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 oh. Ich will ihn mal reden hören. Na, wo zum Teufel ist das Mädchen? Ah, sie ist hier in der Nähe. Und sie ist wirklich kein Ska? Sie saß auf einem Pferd. Nein, kein Ska. Dann werden wir mal besitzen. Da hinten ist noch einer. Okay. Garantiert finden Ska's oder infiziert sind sie vor uns. Gut. Dann nehmen wir nur ihre Leiche mit. Da ist er noch drin. Auf dem Dach. Auf dem Dach? Oh. Wir kommen auf jeden Fall auch aufs Dach rauf. Und dann können wir den zuerst ausschauen. Von oben wäre schon das Beste. Dann kannst du zur Not sogar snipern. Würde ich auch gerne mal sehen. Ja, wir haben ja noch keine Sniperwaffe. Ach ne, wir haben das Scharfschützengewehr. Wir haben den Aufsatz noch nicht. Aber wir haben genug Kohle, um das das nächste Mal zu machen. Ja, ja, wenn du jetzt schnell bist. Oder wartest. Nein, nein, nein. Das wird nix. Aber gleich, mein Freund. Es ist eh besser, wenn ich den nicht so kille, dass die anderen das sehen. So, wenn man jetzt wieder losgeht, dann darf ich nicht mehr nachher. Jetzt geht er los. Oh. Das konntest du natürlich nicht wissen. Aber es macht das Spannende. Nahkampf. Okay. Das werden wir probieren. Mal schauen, wer hier wen festnagelt. Können wir eigentlich nur durch diesen einen Aufgang kommen. Da hinten, wenn überhaupt. Können wir nur von da kommen. Da ist einer. Ah. Hab sie gefunden. Hier. Da kommt Nahkampf. Hau dir um. Rohr gegen Rohr. Hey, Feigling. Scheiße. Ich bin dran. Das ist ein schlechter Schuss. Ja, der war gut. Ja, man sieht ja auch, wie sie verwackelt. Du könntest auch mal ein Medikit nutzen, weil du hast genug Schaden. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. So. Ja, kriegen wir jetzt auch noch. Da ist einer, okay. Ja, du machst hier alle schön nacheinander. Selbst schuld, wenn ihr nacheinander hochkommt. Nie einen Film gesehen. Da ist er. Ey, der hat nicht mal eine Waffe. Und jetzt warten, bis er hochkommt. What the fuck? Ja, wieder runtergehübscht. Jetzt wahrscheinlich woanders hoch. Doch, da kommt sie wieder. So. So. Ja, komm hoch, bitte. Wir sind auf dem Dach. Komm. Und tschüss. Das tat ja richtig weh. Oh, du hast nur noch einen. Ich würde überlegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, du stirbst. Nee, du stirbst nicht. Jetzt stirbst du gleich. Du könntest jetzt aber auch das andere Rohr, was hier schon verbessert war, neu verbessern. Ich bin mir nicht sicher, ob es dadurch noch härter wird. Aber auf jeden Fall. Du kannst reparieren, scheiße. Das ist quasi ein Level-2-Rohr. Genau. Mach das mal. Ich will mal wissen, ob das dadurch quasi noch besser wird. Huh? Nein. Was war das? Ach so, das ist schon, okay. Aber du kannst es auch nicht verbessern. Ich kann es nicht mehr reparieren. Okay. Ich muss es tauschen, dann kann ich das nächste reparieren. Aber das hat halt noch ein bisschen, ich habe noch drei Schläge damit. Und wenn ich das dann, also quasi zwei Schläge damit noch und dann reparieren und dann ist es wieder voll. So, dann loote ich hier nochmal und dann ist unsere Sendung auch schon wieder vorbei. Es war wieder mal eine schnelle Stunde. Wir haben aber auch, eigentlich machen wir in jeder Folge wirklich regelmäßig Progress. Wir lassen uns zwar Zeit, aber wir kommen an. Naja, ich meine, wir looten halt auch einfach alles. So ist es ja auch gedacht. Ja, ich beschwere mich nicht. Ich sage nur, wie es ist. So kennt man mich. Herr Simon, der sagt, wie es ist. Ja, das ist okay. Ja, ich bin als nächstes dran. Ich freue mich auch drauf. Ja. Und dann geht's weiter mit The Last of Us 2 und Ellie und ihrem gnadenlosen Rachefeldzug. Am Ende darf niemand mehr überleben wie alleine auf der Welt mit unserer Freundin. Mehr brauchen wir nicht. Da sind wir wieder. Wir sind immer noch auf dem Dach des Todes hier. Im Dschungel der Großstadt. Ja, im Dschungel der Großstadt. Ja, das war ein unglaublicher Kampf in der letzten Folge. Wir haben ihn aus irgendeinem Gründen überlebt. Vermutlich, weil einfach unglaublich viel Skill zum Vorschein kam. Und jetzt kann es ja weitergehen. Ja, jetzt wissen wir übrigens auch, das neuen Schuss können wir derzeit für die große Sniper-Rifle, die noch keine Sniper-Rifle ist, tragen. Ja, und unsere nächste Aufgabe ist auf jeden Fall da, das Visier uns zusammenzubauen. Und das ist ein Riesenareal. Ups, Moment, ich wollte ja gedrückt halten. Nee. Was, die Karte? Einmal nur drücken. Also, die Karte war gezeichnet. Die zeigt die Karte nicht, ja. Aber ich glaube, die Karte ist auch nicht mehr aktuell. Sie ist nicht mehr aktuell, nur deswegen kann ich sie nicht benutzen. Ja. Okay. Okay, einfach ein Areal, das wir erst noch erobern müssen. Vorsicht, nicht so schnell laufen, das ist 25. Ah, das sieht doch auch reizend aus, aber nichts Wichtiges. Oh, da guck ich auch mal gerne rein, was so die letzten Zeitungen sind. Ja, Bucking. Und quasi, Bucking the Trent. Bring him to justice. Also, wenn ich um wen's da geht. Bring them to justice. Also, Zweifel ist sowas immer, findet immer irgendeine Aktualität. Schlagzeilen dieser Art. Das ist wahr. Das ist echt wahr. Oh, Vorsicht. Wie kommen Eindringlinge überhaupt rein? Genau so, wie Deserteure rauskommen. Wenn du mich fragst, Deserteure sind das Letzte. Ist mir scheißegal. Wenn sie nicht bleiben wollen, wollen sie nicht bleiben. Verdammte Verräter. Weiß Gas, weiß man wenigstens, woran man ist. Tja, wie gesagt, ist mir scheißegal. Man erwartet, dass man die da über die Kante ziehen kann, ne? Ja, genau. Aber der Sturz würde sie nicht umbringen. Springen die da jetzt wieder runter? Ne, da geht's weiter. Schwer zu sehen gerade. Ah ja, der geht jetzt runter. Ich glaub, ich kann hoch? Ja, ich denke schon. Immer noch recht dicht beieinander. Ich muss die ja auch nicht erledigen, aber wenn man doch mal ehrlich ist, ich kann mich hier nicht in Ruhe bewegen, wenn die nicht kaputt sind. Die könntest du zum Beispiel mal mit dieser Stun Grenade, wenn die zu zweit nebeneinander sind, könntest du die Stun Grenade nehmen. Das? Das wollten wir doch immer ausprobieren. Also, ja, die ist das genau. Wie weit könnte man die? Ja, okay. Und dann läufst du hin und machst den Nahkampf. Ja. Und jetzt richtig faustet sie richtig mit. Nein! Ich hab R2, äh... Quadrat. Ja, ich wollte gucken. So wird das bei mir gemacht. Ja, ich wollte auch mal gucken, ob es geht. Wir haben das ja bisher noch nicht ausprobiert. Und ich denke, die haben eh genug Muni. Ne, haben sie nicht. Was ist denn mit euch los? Die schicken euch auf die Jagd ohne Muni. Wie kriegen wir Lea allein? Es wimmelt von Infizierten. Wir brauchen nur eine Minute zum Reden. Oh. Floating Gun. Okay, ich geh jetzt noch mal da hoch. Da ist ein Loch irgendwo. Was war mit Loch? Da rechts ist da ein Loch in diesem Glas, äh... Dach? Ja. Ich glaub, ja. Geradeaus einfach, fünf Meter über die Kante. Moment, fünf Meter geradeaus? Da. Hier lang. Da runter, meinst du? Ja, ich wollte noch mal gucken, das ist ein Loch. Ich wusste nicht, wo es hinführt. Aber da geht's auf jeden Fall in so... Oh! Naja, wenn, dann... Nein, aber das sah so unfreiwillig aus, wie sie so ganz langsam zur Seite kommt. Oh oh. Klicker. Warum sind denn hier Klicker, wenn doch überall die Wachen sind eigentlich? You had one job. Das ist ein Klicker, oder? Ja. Ja, sicher? Nee, nee, ist keiner. Hat einen Kopf. Nee, das ist ein Normali. Okay, äh, Flasche. Ich soll den Kopf schmeißen. Ich hab' ich doch gehört, da war doch was. Haha. Oh, 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 oh. Schnell, schnell. Die kann ich ganz schnell noch durchschneiden. Ja, die... Oh, nein, Klicki, komm. Ha, 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 lauf weg. Lauf weg. Gehen, 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 gehen. L1. Ah! Ah, Fresse. Jetzt. Klicki, Klicki, hau. Gehen, gehen, gehen. Alles, nein. Ah! Hey, die sind wirklich hart. Vor denen hab ich wirklich Angst. Ah, okay, geht's noch einen anderen Weg hin? Äh, okay, wir haben uns noch gar nicht umgeschaut. Da gibt's ja viele Möglichkeiten. Das ist vielleicht auch optional. Vielleicht gibt's auch mega geile Suche. Ja, ich geh da aber auf jeden Fall hin. Natürlich, das sah aus, als wär das... Wie ist der? Gebt noch einen anderen Weg. Von hier lang, ja. Aber könnt von da oben... Ah, nee, da trifft auch niemanden. Ach, shit. Obwohl, ich weiß, was du machen könntest. Du könntest da eine Flasche runterwerfen und dann die von oben erschießen. Oder ein Dings rein, ein Molotow. Ja, von dem Dach oben, ja, meinst du? Das ist eine gute Idee. Erst anlocken und dann abhackeln. Okay, wo ist denn? Ja, da unten. Das sieht gut aus. Ja, Flasche. Und dann... Aber das lohnt sich natürlich nur, wenn mehr als einer kommt, ne? Ja. Da seh ich einen jetzt, Mollo. Einer? Na, kommt der auch noch? Ja, brenne. Der Klicker brennt auf jeden Fall. Oh. Schießt schon wieder einen auf dich. Der brennende Platz ist da hochgeklettert. Und da kommt noch der Klicker brennt auch da rechts. Ja. Das ist ein gerösteter Klicker. Und nur einen höre ich noch. Nee, ich glaub, das war der. Ja, war das sein Todesröcheln? Ja, ja. Alter. Aber das hat gut geklappt? Ja, das war ein guter Tipp, ey. Das war richtig gute Taktik. Ähm. Entschuldigung, meine Damen. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, einfach random einfach mal okay. Ich wollte anfertigen. Ach, X. Entschuldigung, ey, ich muss es halt echt auch mal lesen. Klick. Nee, hebe ich mir weiter auf. Er hat den brennenden Mollo mal zurück in die Tasche gesteckt. Jetzt können wir noch mal gucken, was da drin ist. Stimmt, wir wollten ja noch mal. Ja, also hier muss es auch wirklich Shit geben. Also dafür, dass wir hier richtig gecleared haben. Richtig geil, vieler Scheiß noch. Hab ich gesehen. Nehme ich gleich. Okay. Hier war Muni. Und hier war noch was. Ja, da war eben noch so ein Help-Dingsbums da. Hier aber auch noch. Oh. Ich muss schon sein nur. Oho. Oho, hoo. Oho. Hier könnte ja jetzt auch irgendwo noch einer sein, aber... Ne, sind alle abgehauen Hat sich echt gelohnt Im Prinzip ein Mollo und einen Schuss Mehr hat uns das jetzt nicht gekostet Ja, das war richtig toll Also die Bilanz ist auf jeden Fall Boah, was hier ist, ey Was hier alles ist Das ist ein volles, du kannst du tauschen Das wird auf jeden Fall getauscht Das andere konntest du nicht mehr nehmen, was da war? Ne, es war voll Ich weiß immer gar nicht, was es eigentlich war Die Schere, ach was was herstellen Achso, da war es dafür Na gut Na komm ich mal zu Das Superrohr Was war das für ein Donner? Hm Ach da Oben am Fenster Da siehst du auch, ne? Ich weiß immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen Ja, oben Es ist kein Rückzug Wir sammeln uns Es hat Monate gedauert, alles zu sichern Die Chefs wissen, was sie tun Wahrscheinlich Oh, er sieht dich gleich Shit, shit, warum läuft die denn genau hier hin? Hm Okay, kannst du gleich unser neues Rohr gleich mal ausprobieren an ihr Rohre sie Das ist ja noch geil Ist ja noch geiler Ist ja noch geiler Boah Töte sie doch Ja, geil Okay, das war auch sehr gut Ich war mir aber nicht sicher, ob die den Schuss hören Sie haben ihn gehört Ja, wir haben ihn gehört Blockier ihren Weg Kapiert Ich glaub einer ist runter Ja, guck mal, da ganz hinten unten ist einer Vorsicht, da rechts ist einer Ja, ich seh ihn, ich seh ihn Ich seh ihn Ja, aber ich hab auch gleich nicht richtig Boah, ich will einmal richtig zielen Der Headshots muss man Ja, ja, das ist ohne Auf die Entfernung wirklich nicht gut Shit Der am Fenster da Okay So, das nächste Mal, wenn er kommt Ey Oh ja, einer ist im Laden Sehr gut Heil dich ganz schön Ja, ja, ich Er ist tot Gut Sie ist wirklich gut Ja Fuck Klick, klick Mach es Boah Ja, schön Ich dachte irgendwie, sie schafft es Aber sie hat sich da ein bisschen geziert Sie will auch nicht alles einem abnehmen Der Typ da oben, ne Nee Da nehm ich doch mal lieber Das Gewehr, ja Also das muss eigentlich Eine Reichweite her Muss man schön Ja, sehr gut Hat sie grad auf den fallenden Typen nochmal geschmeckt? Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht vielleicht noch einer ist Ja, da ist noch einer Zwei sogar Mach mal Na, die macht nicht Okay Will eigentlich erstmal wohin rennen Scheiße Okay Fang mal Stellung wechseln Interessant, wie die abhauen Ich bin gespannt, wo die jetzt hingelaufen sind Laut Musik Könnte man noch denken Es war es erstmal Ne, das Rohr behalten wir Natürlich Das ist manchmal ein bisschen So Okay Durchkriechen da links Ja, das geht sicher Aber ich glaub fast Okay Fast, dass wir da schon mal waren Ja Ja, ja Obwohl Doch doch, dass Wo wir die Klicker rausgeholt hatten Da ist ein Loch im Zaun Da sind auch durch Den einen da oben hast du ja schon gehabt Aber nur noch zwei Schuss Ich hab nochmal gucken Was ist in dem anderen Oh nur zwei Na gut, dann nehme ich Die Alte muss Also die Freundin von ihr Muss echt im Abstand halten So Die kann jederzeit Einfach random So ein Keul-Dieb Eine Rohrlänge Abstand Das muss sein Weil sie echt Sie hat so diese Zuckung einfach Sie kennen sich ja auch schon Ja Die weiß das Ja Ich hab die ganze Zeit das Gefühl Wir haben da hinten Bei diesen Klickern Direkt unterhalb der Öffnung Wo wir In die Molle runtergeschmissen haben Dass da noch eine Flasche Alkohol lag Und ich weiß nicht Ob ich mich getäuscht hat Oder ob es wirklich eine war Die ganze Zeit denk ich schon Wo war das Selbst Fenster war Lass los Man muss loslassen Man muss einfach loslassen Wir hatten schon mehrfach Volle Alkoholenergie Wir brauchen Alkoholenergie Ich hab volle Alkoholenergie Volle Energie Engage Engage So Oh was ist das Schöne Gewehrmonie Warte mal Bis wir erst mal Das abgegradet haben Ah ok Ich kann nicht mehr Doch Könntest du noch nachladen Nachladen konnte ich nicht Drei Schüsse ist Maximum Also bei der Nächsten Waffnung Achso Schere Da ist er Man kann ihn direkt In sein hässliches Gesicht gucken War es nur eine Oder waren es zwei Es waren noch zwei Aber Alter kannst du auf den Runterspringen Ne Winkelt er Ne Wo können sie sein Ja auch nur einen Kann man auf den Runterspringen Das wäre echt mega Na jetzt haut er schon wieder Ah Kann sie Ja was meinst du Runterschleichen Und die einem Im Rohr geben Also wenn ihr Ich würde Erst mal gucken Wo er gleich Landet Ne Dann gehe ich hier Lieber nach Ah ah Das war gut Das war gut Ja Na jetzt sei doch mal Mann Sei doch mal Ein bisschen Stelty Nein Jetzt einfach rüber Gib sie mal ein Nein 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 Boah So schnell kann der Gar nicht denken Das sieht aber auch Echt gefährlich aus Ja die Waffe oder Also da möchte ich Mit keiner Seite Getroffen werden Von dem Ding Alles klar Schublade Sicherheitsschublade Das gibt's doch nicht Der hat immer die Schublade Rausgerissen Durch diese Kontrollpunktmauer Die Gebäude Ah Loot Gut Sieh dich um Es muss einen Weg Rüber gehen Gehen wir in den ersten Stoff Nicht so voreilig Hab ich alles schon Ne Es macht einen Halt Wenn man die Zeit hat Auf die Animation zu achten Und ich bin auf das Menü Da macht einer so Völlig wahnsinnig Wie sich der mit dem Rucksack hantiert Ein Laden In dem man Schubladen Kaufen kann Ist doch eigentlich Ein Schubladen 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 laden Das Rollt nicht gerade Von der Zunge Okay Ein Stock weg Nach oben Zu laut Gar nicht gut Wir haben ja Schon aufgeräumt Das ist das Gute Wenn man Wenn man wirklich Nicht schleicht Sondern aufräumt Da weiß man Man kann in Ruhe looten Dann ruhig mal auch Hülpsen und so Und einfach mal Mit dem Rohr Irgendwo gegenschlagen Aus Versehen Hier waren wir schon Haben wir die Hand Abgeschossen Hast du das gesehen Ey Den Arm weg Alter Schwede Das ist ja krass Dann würde ich sagen Gehen wir jetzt Oh entweder da lang Oder noch eine Etage höher Geht wahrscheinlich Ich würde fast sagen Da lang Es sieht so offen aus Ja Hier rennt man noch mal L1 Ja also die Tastenbelegung Ist ein bisschen Exotisch Ja anders als man es Irgendwie Es ist für das Spiel Wahrscheinlich geeignet Ja Schön ausgestattet Aber so richtig War ich gerade nicht mehr Wo wir jetzt hin müssen Da lang Wir finden den Weg Nö Es ist dann doch linearer Als gedacht Wahrscheinlich hier lang Wir sind drüber Ja Und jetzt Das war schon genau richtig Mal gucken Ob es hier weiter geht Oh ja Da sieht es doch gut aus Hey Dina Ja Wer ist die Tina Dina Erinnerst du dich nicht An unsere lustigen Dina Witze Nicht mehr Schon wieder ein Tag her Ach Dina Ja stimmt Jetzt erinnere ich mich Dina Dieses runde Gebäude Sieht aus wie der TV-Sender Ja Komm Ich weiß nicht Ob ich das alles Ohne dich geschafft hätte Ne ich glaube nicht Ganz sicher nicht Aber in den ganzen Tag Team Actions Oh scheiße Oh Kligi Oh Deswegen ist der auf einen Zug gerannt Was war das? Er sonst Vor Minenwahn Eine was? Sprengfalle Exklusivfalle Pass auf Wo du hintrittst Ey die Blicke Wie sie auch guckt So verwirrt Das ist so gut gemacht Ja Ja Das ist echt krass Muss man echt auch mal loben Hier glaubst Hier sind noch mehr Glaubst du ich kann die sehen Das ist natürlich geil Auf jeden Fall muss man Ein bisschen die Augen Offenhalten Das sind Ja Das sind sie doch Heißt das ich kann den Ja 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 Komm her Achtung Weg gehen Oh 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 Den anderen von der anderen Seite Nein Spar dir die Muni Mama Spar dir die Muni Mama Spar dir die Muni Zombie Album Schlager Zombie Album Ja das ist gut Immer in den Kopf Vorsicht Vorsicht Oh Und das Herz Herz reiß ich dir raus Das Herz Reiß ich dir raus Ich arbeite gerade an irgendwas mit Hits und Apokalyps Apokalyps und Hits Apokalyps 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 Es fehlt leider irgendwie ein Buchstabe Um es cool zu machen Mit uns wird die Endzeit Apokalypt Naja nicht optimal aber Fast Hol dir jetzt das neue Album Mit zwölf herausragenden Songs wie Kopfschuss 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 Oder auch Weiß ich nicht Wir fallen keine ein Aber wir werden uns sicher noch welche ausdenken Ja also das Album kriegen wir locker voll Kriegen wir locker voll Ja Auf jeden Fall Brich mir das Herz Aber nicht die Beine So Das finde ich gut Mir das Herz Wo willst du hin? Hey warte kurz Gib mir Räuberleiter Weil ich sonst scheiter Gib mir die Räuberleiter Weil ich sonst scheiter Du weißt Wir müssen weiter Der Helikopter wartet nicht Oh Gott Kann man das bitte zensieren? Twitch Wir wussten es nicht Das sind doch die Besoffenen Oder? Waren das nicht die Besoffenen? Ich glaube das war die Besoffenen Der hat so ein stilles Gas und so Alter Schwede ey Der fotorealistische Penis da Mit den Adern und so Es ist so lustig weil Ach In der Endzeit Das ist einfach Sich im Porno einfach selbst schaffen Schwer zu sagen Schätze wir müssen hier runter Sie hat ein Seil? Ne ach Das ist der Gurt Komisch Warum ist der Gurt so komisch? Weil sie ihn nicht nutzt Das wird rutschig Das sind mal die Point of no Returns Wenn man weiß Okay Fuck Das geht's gut Na los Und? Oh sie braucht ihre eigene Rampe Mein Hintern tut weh Ach guck mal der Wasser dunst In so einem Strahl Kann man gar nicht Haben wir denn da was? Nein Kann ich da rein? Wir sollten solche Stolperdrähte Um Jackson auslegen Vielleicht ein guter Weg Mit den Horden klar zu kommen Ja Ja Das wäre gut Obwohl Wahrscheinlich auch andere erwischen würden Ja Das ist dann halt so Wir könnten Warnschilder aufstellen Das ist gut Wenn sie nicht lesen können Nebenzeichnung Ein Fuß Der über was stolpert Und Hey Da Feel her love Eine die will Dass wir ihre Liebe spüren Sie hat was mit den Wurfs zu tun? Keine Ahnung Erhobene Hände sind nie Nee Es ist jetzt zwar der Link Aber Ja das ist egal Was ist es mit diesen Zeichen Die immer alle brauchen Um sich hinter irgendwas zu versammeln Alle haben sie immer ihr Logo Also wir haben nichts Besseres zu tun Nö Das sind diese verkappten Designer Die dann denken Jetzt kann ich aber mal Scheiße Wir wurden alle erschossen Alter Ist das jetzt unser Pferd? Oh Ist unser Pferd doch Echt? Nee obwohl Kann nicht sein Oh Tommys Pferd It's not Tommy's horse Ja Das ist ja kein gutes Zeichen Oder Wenn er Wenn Ist alles okay Ja tut mir leid Es ist nur Dicke Schlack Okay Er muss zu Fuß weiter sein Können wir wieder aufbrechen? Ja alles gut Bitte Aufbrechen Okay Ups Ich hab nicht geguckt Ob da noch Loot ist Ja Ist aber auch nicht oder? Das ist ja nur Klicker und so Die haben ja nix Wieso ist diese Stadt So demoliert In Boston war es nicht so Oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg Die Fireflies haben sich nie auf diese Art Ich hab mir gedacht Da geht's lang Aber hier ist gar nix Nein Und nochmal ein Bad Aber ist auch okay Man muss in der Apokalypse auch mal An die Hygiene denken Was wollen die bei der PS5 noch machen Damit es besser aussieht Da in die Richtung Ich hoffe doch mal stark Dass es nicht irgendwann Einen Konflikt gibt Mit Tommy Und wir diejenige sind Die dann sagt Nein Du tötest sie nicht Stabile Barrikade Ja ich Befürchte das auch Nicht da lang Stop Ja Ja aber nur in der Mitte Hier links Ja rechts Drüben Ober und drüber Oder sind durch Ja Ein falscher Schritt Ja Wir müssen vorsichtig sein Viel heller Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch Das wäre dann der Silberschmacht Tod Ah alter Schwede Ha Pfff Mehr von dem Zeug Ha Nein Ja das ist doch jetzt aber unfair Muss ich denn da lang Ja das ist Du hast gesehen Waren da jetzt überall welche Ja offensichtlich Aber ich hab's Den hatte ich jetzt auch nicht gesehen Der hat mich erschreckt alter Der hat mich jetzt ganz schön Jetzt Pass mal auf Schatz So Hier Ja da Ja man sieht's wirklich kaum Du musst über das Auto und dann durchs Loch Aber ich muss ja erstmal Wie soll ich denn Dadurch Muss hier durch Lass aufmachen Da machen wir jetzt das Ding auf Äh ne Das ist nur das Ne da unten Okay Ich hätte schwören können Das wäre diese Angucken Du hast kein Lootinstinct Es ist wirklich so Krass So geht das Okay Dann geht's da weiter Kannst du aber trotzdem nochmal ins Loch rein Wahrscheinlich In welches Loch Das eben Ja in dieses Haus Das ging nicht What Ne Ja sonst wäre ich da ja rein Was da Jetzt Hallo So Durchs Fenster Lassen die dich nicht Ging nicht Nein Vorsicht Da ist noch ein Das ist ja lächerlich Okay Ah Ja man hat's nicht gesehen Durchs Fenster Ja Wegbank Endlich Also was wollen wir denn machen Wir wollten das Zielfernrohr Wollten wir machen Hatten wir uns Dafür hatten wir lange gespart Ja das machen wir wirklich Als allererstes Dann gucken wir nochmal Was zum Beispiel immer gut ist Finde ich Wenn man mehr Munition Transportieren kann auch Weil man Manchmal auch einfach Was liegen lässt Was ein bisschen ärgerlich ist Ja Muni liegen lassen Ist sehr unangenehm Und das wichtigste Was man hier eigentlich Haben kann Äh okay Sniper Kapazität Dann einfach hierfür Kapazität haben wir schon Achso Hier wäre Hier gibt's keine Kapazität Hier gibt's Kapazität Und hier auch Ja dann wollen wir Kapazität Für das nehmen Ja das haben wir jetzt schon verbessert Die ist so ein Profi Ey guck dir das mal an Ja der hat jetzt alles beigebracht Das und Gitarre spielen Ja Leider ist die Gitarre So ein bisschen wie ein Gewehr Fingerfertigkeit Klar 105 haben wir noch Wie geil sind wir eigentlich Ja wir haben richtig was gemacht So Was könnten wir gebrauchen Schaden Stabilität Wenn sowas den Schaden erhöhen Schaden ist immer gut Aber haben wir nicht Haben wir gar nicht Stabilität Feuerrate nur Feuerrate finde ich nicht so sinnvoll Schaden Da kann man Schaden machen Ich mach das Kann ja nicht schaden Dann Ja wirklich Weil dann macht die Ach 40% Geil Okay Jetzt haben wir noch 35 Das reicht wahrscheinlich nicht mehr Haben wir geil gelootet ey Boah ich bin richtig happy Äh okay Okay hier noch für Kapazität Könnte Ne haben wir Hier sind die beiden die wir haben Ja Okay dann haben wir nichts mehr Rückstoß könnte ich mir noch nehmen Oder Feuerrate Feuerrate Komm nehmen wir Rückstoß Weil Genauigkeit Aha echt So ein Ding da vorne dran Wie ich gar nichts von Waffen weiß Obwohl ich so viel Modern Warfare Und all die anderen Sachen gespielt hab So Licht aus Das ist wichtig Licht aus Sehr schön Achso wir müssen X beim Schießen Dann drücken Oh Mann Immer noch nicht Egal Nee Also Ehrlich Nicht anzünden Und den Rucksack stecken Das ist keine Idee Ja Ist man die Alkohol oder was Gut 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 Ah But no Okay Rebecca inzwischen musst du mitgekriegt haben Dass ich nicht in den Bus gestiegen bin Ich liebe dich Aber ich kann einfach nicht fassen Dass du dich mit diesem verdammten Faschisten zusammentust Die haben einen meiner Nachbarn getötet Sie zehrten ihn auf die Knie Und erschossen ihn vor seinem eigenen Haus Er hieß Jimmy Ich kenne ihn seitdem er 13 war Damals hab ich ihn dabei erwischt Wie er eine Zeitschrift aus meinem Laden klauen wollte Ich war die erste Bei der er sich geoutet hat Er hat so ein seltsames Gebet gesprochen Bevor er starb Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf Möge der Strom ruhig sein Mögen Möge sie mich heimführen Ich werde jetzt erstmal zur Hütte gehen Und überlegen Was ich jetzt machen soll Ich hoffe du kommst wieder zu Verstand Und triffst mich dort Fran Ja Da ist jetzt die Frage Wurde die besagte Person Um die es ging Jetzt quasi erschossen Weil sie in dem Fall schwul ist Oder Oder lesbisch Ich weiß ja gar nicht Um wen es da ging Oder War das einfach War halt ein Krimineller Und Pech gehabt Ey Die brauchen wahrscheinlich Wenig Gründe Um irgendjemanden Ja das meine ich mir auch Das ist ja nämlich immer so Dann irgendwann reichen Die simpelsten blödesten Gründe Manchmal ist es auch nur Einfach um Exempel zu statuieren Um für Angst zu sorgen Sodass die anderen Ja Deswegen Karate lernen Das kann ich euch allen Das ist nämlich die Message Karate lernen Da war nochmal so ein Gras glaube ich Was war da? Hinten auf der anderen Seite Vielleicht war es auch noch Eine Lichtreflexion Kann auch sein Was ist das hier Was da drin liegt? Föhn? Nee So ein komisches Muss ja irgendwas sein Was mit Ach das sind so Zum draufhauen Die hältst du Und dann Pam 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 Das sind diese Ziele Die man hält Wenn man trainiert Mit jemandem Dass der nicht dich haut Sondern Ach unten ist der Griff Und dann Also Ey Ist ne Theorie Aber wir sind in einem Kung Fu Laden Oh Ja Vorsicht bitte Gut gesehen Moment War mit Da Durchs Fenster Durch dann Ja Ach ja Die Bergbank Durchs Fenster Durch Und dann Ja Wir können auch hier durch Ja Achte auf die Drähte Auf jeden Fall Da ist nämlich ein Draht Musst du über das Ding Klettern Ja Ich will mal wissen Ich kann doch bestimmt Darüber springen Nee Geh dran Das haben die extra Aber das war ich jetzt aber nicht Aber das war jetzt Ich jetzt aber nicht Nils Wer war das denn jetzt Ich hab nur Nichts mehr gedrückt Aber dass du da Überhaupt so runterspringst Nachdem das erste Mal War schon so Das Woll ich die Scheiße Jetzt nochmal machen Ja du musst alles looten jetzt Ah Ja Okay ich mach das ganz schnell Wir machen schnell Im Schnelldurchgang Zack 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 Loot 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 Erstmal die Waffe Oh scheiße Simon Oh das macht mich wahnsinnig Oh Okay Ganz schnell So Ich wirklich gerade verrückt Gravazitäten hatten wir noch Also jetzt muss ich erstmal bauen Die Bordel Das ist die Ungeduld Ja und jetzt Die extra lange warten Genau Das ist manchmal Das ist Ungeduld Nämlich das was am Ende mehr Zeit braucht Äh Ja Kapazität Dann hatten wir noch Schaden Die Regie hat den Spaß Das tut mir ja leid Ähm Die Pistole hatten wir Schaden noch Nee Doch die hatten wir Mit Rückstoß Oder sowas Rückstoß Wir hatten ja Und dann hatten wir Noch Schaden Miffl Lippe Man das ärgert mich so sehr Jetzt Ich dachte aber trotzdem Dass man über den Wagen Drüber kann Dass man über das Dach Ja aber dafür ist ja extra die Luke Dass man da Ich weiß, aber vielleicht ... Schaden. Zwei Dinger wären auch okay gewesen, zwei Wege. Eigentlich wäre uns das Spiel es schuld. Weil sie halt nicht springen kann wie Nathan Drake. Das ist mehr oder weniger ... Naughty Dog hat mir unrealistische Erwartungen, was die Sprungstärke von Menschen angeht. Jetzt muss er noch alles looten, was er war. Zack, 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 zack. Nimm es mit, nimm es mit, nimm es mit. Alles einfach mitnehmen. Geschwind, geschwind, mein Kind. Was haben wir hier noch? Was waren hier? Der Schrank, da war noch. Da hinten war was. Nee, da war ja auch nix, genau. Hier sind die Minen. Schrank? Hm. Also, jetzt läufst du weg davon. Okay. In der Ecke hinten links war noch der Schrank. Den? Lokal- und Trophäenschrank. Schön. Und da war was? Ja. Ah, aber voll. Ja, aber da kannst du noch was bauen. So, da lass ich mich nicht lumpen, den nehm ich mit. Ja. Nicht da durch, sondern hier durch. Dann wieder da hoch und dann aber einfach runterhüpfen. Ja. Nicht springen, sondern direkt da einfach. Aber ich könnt schwören, sie war das. Ich glaub, das war meine Partnerin. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich war doch schon aus der Animation raus. Ich mach nix. Hätt jetzt runtergefallen. Also, wenn das jetzt. Wenn das jetzt so ein Roller gewesen wäre. Ja, ja. Feel a love. Lumpen noch. Schön die Lumpen eingepackt. Ich bin total paranoid, was diese Drähte angeht. Ja, ja. Da ist einer. Siehst du? Boah, die sind schwer. Ja, da ist auch meine Vorsicht. Müssen wir wieder über das Ding rum. Äh, unten durchkriechen. Ja. Genau. Durch die Fütze. Ja, schön durch den Dreck. Durch die Diesel-Fütze. Da ist direkt noch einer. Okay, da gehen wir direkt mal links lang. Da kann man sie ganz kurz sehen. Da ist auch einer. Da ist auch einer. Ah, okay. Deswegen. Schlau. Das geht. Ja, hat mich von Joel abgeguckt. Das merken wir uns. Klappst du, das hat jemand gehört. Das war ziemlich laut. Augen auf. Channel 13 News. Ah, geil, wie der wackelt. Mhm. Das ist echt nice. Da war noch was? Nee. Ist da was drin? Ja. Ach so. Oh, oh, oh. Ich mach schon extra nix. Ich mach nix. Die Treppe ist verdrahtet. Kannst du sie hochjagen? Nein. Nicht hier. Ja, aber das wird doch so nicht klappen. Da muss ich, Moment, von hier... Vom Lieferwagen vielleicht aus? Ja, das könnte sein. Oder hier rechts. Da muss ich lang. Ja, da liegt auch noch ne Flasche. Leid da oben, ne? Ach, ja. Die sind so gnädig und legen ein paar mehr da hin. Kombo. Das ist nicht gerade unauffällig. Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Da ist alles weg. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Mann, ey. Ich muss da rein. Da ist der... Channel 13 News. Leise jetzt. Siehst du schon, wie sie vor mir so... I got news for you. Pfff. Glaube ich nicht. Eine gute Phrase, oder? Rüttest du deinen Weg rein? Noch nicht. Vielleicht können wir hochklettern. Interessantes Gebäude. Mit so komischen Terrassen. Sturmgewehr? Ja. Gleicher Munitionstyp. Gehen wir rein. Ich kann das nicht nehmen. Also das ist doch ein besseres Gewehr, oder? Lade mal nach. Hat mir nicht mehr Kapazität jetzt im Lauf? Entschuldigung. Oder... Ja, nee, das ist voll, oder? Warte mal, komm mal. Kannst du auch nicht nachladen, ne? Nee, okay. Dann bezog sich das nur auf das... Ja, trotzdem denke ich mir immer, dass ich die Waffe doch dann wechseln will. Aber ist das echt dieselbe? Die sieht vielleicht noch anders aus, aber es ist wohl dieselbe. Selbe Munitionstyp. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, weil die sieht aus wie ein besseres Sturmgewehr. Ja, ja. Ja, moderner. Alter, Feile? Ja. Aha. Das ist neu. Da ist ein Lumpenseil, was da runterhängt. Oh. Nee, andere Seite. Da. Ach, ja. Was ist das hier? Nix, okay. Das ist eigentlich Munitionsboxen. Das sieht verdammt sauber aus, so irgendwie verhältnismäßig. Da ist gerade Chanel. Chanel. Ein guter Schrank. War da mit dem Schrank was drin? Mach uns mal einen Kaffee, Leute, bitte. Ich würde so gerne. Sei vorsichtig. Hier ist einiges gewütet. Oh, eine handliche Axt. Hm. Nee, oder? Ja, klar. Und das ist viel geiler. Aber ich würde gerne wissen, wie so eine Axt aussieht, wenn man die noch verbessert. Die Besenkammer, wie viele Affären sich wohl hier zugetragen haben. Exakt. Manchmal glaube ich, es gibt nur Besenkammern, damit Leute dort eine Arbeitsaffäre ausleben können. Ja. Ah. Beinahe hätte ich es gemacht. Wollte ich gar nicht. Hier wollte ich gucken. Ah, ja. Oder? Das geben wir uns. Ja, klar. Haben wir den Strang voll. Toll. Und jetzt haben wir nur noch ab hier, ja. Mhm. Äh, 40. Scheiße. Ja, dann können wir jetzt wohl aufhören zu spielen. Wenn es da nicht mehr weitergeht. Da. Oh. Alter Schwede, ey. Was sind das für Leute, die sowas immer ... Warum? Hier wird es Geballer geben, Alter. Das ist eine Baller-Area. Ich weiß nicht. Eine Glutspur noch, ne? Aber es ist eine Botschaft. Das ist Geballer passiert. Meinst du, sie sind noch hier? Ich hoffe nicht. Aber halt die Augen offen. Ja, vielleicht ist das ja hier unser Buddy gewesen. Das wär natürlich echt krass, wenn dann am Ende rauskommt, dass er einfach hier die ganzen Massaker verübt hat, ne? Ja gut, aber wir kommen hinterher, haben auch zwei Busladungen von Feinden erledigt und wollen uns dann moralisch ... Ja, das ist natürlich echt albern. Ich finde, solche moralischen Fragen, die sind wirklich in der alten Welt geblieben. Mir wär das für dich egal. Aber interessantes Studios. Wenn man das jetzt mal so guckt, so schnell so, wenn man eine Studiotour, so aus Fernsehsicht so ... Ja, ganz geil. Hohe Decken, sogar hier mit so einem Balkon. Ja. Wir hätten da Publikum. Schon nur. Ja. Aber diese Kameras, ne? Ja, die guten alten. Die können wir uns nicht leisten. Nee. Okay, das haben wir alles dann hier lang. Wenig bis gar kein Loot. Los, mir nach. Moment, jetzt wart doch mal. Sei doch mal nicht so schnell. Nö. Oh, da liegt noch. Oh! Ach, wieder nur Muni hier. Mergen wir uns natürlich. Ja, sieht gut aus. Ich hab die gerne schon angezündet in der Tasche, damit ich sofort werfen kann. Hier waren wir schon, naja, nicht wirklich, aber ... So richtig viel gibt's echt nicht mehr für uns zu holen. Alles schon voll. Hier lang, glaub ich. Ja, ist ja gut. Ja, ja, wir wissen doch, wo's lang geht. Da ist noch was. Ja. Das ist gut. Da geht's nur noch runter, ne? Ne, das ist noch nicht schön. Oh, was war das? War das Blut? Ging's da drinnen links noch weiter? Wo ging's weiter? Ah, da. Ah, ja, ja, ich seh's. Ah, ja, ich seh's. Okay, da gehen wir gleich hin. Kimi Mela. Da ist auch noch was, oder? Hier waren wir, glaub ich, auch noch nicht. Das ist auf jeden Fall hier der Boss-Room, oder? Ja. Schön, die Mädchen, ich will mir vorstellen, dass diese Person auch ein Arschloch war, wie dieses Büro hatte. Diese ganzen Sofas, ne? Was will der mit so viel Sinnraum? Macht, einfach ne. Ja, macht. Machtdemonstration. Genau, woanders drei in einem Raum und er hat hier vier Sofas. Okay. So was gibt's bei uns nämlich nicht. Wir haben alle so was gefurchtbare Büro-Räume. Also, alle gleich furchtbar. Oh, hört man da was? Ja, was ist das? Hm. Last round. Survivor Magazine, the camouflage issue. Klebebandmarken war gleich. Das kann schon nicht unwichtig sein, glaub ich, in so einem Fall, ja. Ah, Tano. Ach, war jetzt die Camouflage. Scheiße. Scheißwerfer siehst du, das brauchen wir. Vier noch. Auf den Scheiß pfeife ich so ein bisschen. Ist auch nicht schlecht. Aber das hier ist unsere Leiste. Geht nicht, geht nicht. Hab alles schon. Das ist auch nochmal. Da liegt was. Ja. Ja. Oh, fuck. Das ist sie. Lea. Sicher? Ja. Das Universum war wirklich gegen sie. Sie hat nichts dabei. Was denn jetzt? Ihre ganze Familie und ihr Hund und alles. Ich will das nicht sehen. Das sind sie alle. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln. Okay. Das ist sie, ne? Das ist sie. Abby, oder? Die hat ihn umgebracht. Drei erledigt, ja? Drei erledigt. Sechs, hier ist zwei. Bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole. Begleitet Einheit India. Ja, wir sollten hier weg. Ja. Vielleicht sollten die anderen auch weg. Ja, ich würde warten, bis die anderen und dann die auch erwischen. Ich ärgere mich, weil wir nicht mit ihr reden konnten. Ja. Ja. Aber sie hat Joel nichts getan. Es wäre falsch gewesen, sie zum Reden zu zwingen. Sie ist hunderte Malen gereist, um ihn zu fordern. Ist mir egal, ob sie die Keule gehalten hat. Ja, wirklich. Ja. Verstehe. Dass man da auch immer diskutieren muss. Leas Zeug durchgehen. Gehen wir weiter in die Stadt. Wir könnten ein sicheres Gebäude suchen. Oh, da kommen sie. Runter. Wo denn? Wie kommen wir hier raus? Gehen wir nach. Guck mal, da. Äh, nee, oder? Da, dieser. Sind die im Gebäude? Da, ja. Nee, da kommen wir her. Aber ich meine, da links. Ja, aber da sind sie. Ja, aber du meinst hier? Die sind da rechts, da genau. Das ist ja noch die zweite, der zweite Ring sozusagen. Aber nee, da kommt man nicht so ohne weiteres, oder? Aber ich kann auf diesem Ring. Aber das ist ja der Ring. Ja, ja. Ja, dass man über den dann kommt. Aber ich glaube, hier. Über diese Rampe da oder so, dachte ich. Aber nee. Das ist dafür nicht gedacht. Ja, die wollen schon, dass ich jetzt hier wahrscheinlich... Ja, dass ich das Gebäude wieder nach unten gehe. Ist halt so. Ja, ist ja auch kein Problem. Ist doch nicht unser. Ich wollte gerade sagen, das ist doch deren Problem. Ja, auf meinem Stockwerk. Da. Sehr so. Schleich mal schön. Aber wir können besser schleichen. Sehr gut. Was ist denn bei dir? Sehr gut. Jetzt haben die auch Namen und so, ne? So, ich bin da. Tschüss. Yes, das war gut. Da ist meine. Ja. Hand da rechts. Gut. Immer noch nicht scheiße, die hätte ich benutzen sollen. Ja, ist doch super. Da ist er. Mit der Lunge. Ja. Hast du den Nebel gesehen? Dein Gehirn ist nur noch feiner Dampf. Entschuldigung, aber ich fand, das war schon ganz gut den Hammer. Nee, den brauchen wir nicht. Wir haben eine richtig geil upgradete Wortsange, ey. Ist schon, was Reichweite angeht und einfach Power ist es schon das Herde. Gerade hier im TV-Studio ist die Reichweite entscheidend. Ach, so machen wir Reichweite. Ich hab das ganz anders immer verstanden. Es ist doch gar keine mehr da. Ja, irgendwer verloren hat vielleicht noch. Kein Feind, kein er. Oh. Hier vielleicht. Ich hab die einfach ausgelöscht. Irgendwann muss noch da sein. Die Musik ist auch. Ja, ja, jetzt kommt schon der... Da wird noch irgendwas kommen. Oh, okay. Ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt wieder hoch soll. Oder sollte ich nicht weiter runter, aber man ist ein bisschen verwinkelt. Weiß nicht genau, ob das richtig ist. Nee. Ah, doch da, ja, da wollten wir hin. Da ist es der. Da sind wir wieder hier. Ich hab's einfach rumgelaufen. Ja gut, aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Dann haben wir die halt erledigt. Jetzt muss ich noch einen Stock weg runter und dann... Und dann den Ausgang nehmen. Da ist die Treppe. Ja, warte. Irgendwer hat dich gesehen. Oh. Da. Da, ja. Tschüss. Na, jetzt wissen wir das auch. Noch jemand? Nee. Glaub nicht. Das ist zeitlich perfekt von dir. Ich hör noch mehr. Hier lang. Los, komm. Los, komm, sagt sie. Diese Folge, meine Damen und Herren, ist eine Weltpremiere, ein Experiment. Wir haben uns überlegt, hey, es gibt Millionen Let's Player, wie können wir als Rocket Beans TV diesem Genre Let's Play noch mal eine Innovation verpassen. Und da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Nämlich eine Verschmelzung der zwei derzeit angesagtesten YouTube-Elemente. Zum einen Let's Play, zum anderen Reaction-Videos. Wir werden ausnahmsweise in dieser Knallertdurchgenommen-Reihe einen Experiment wagen. Und zwei Folgen kombinieren aus Let's Play und Reaction-Videos, indem wir selbst auf das, was wir gespielt haben, reagieren. Deswegen haben wir, und bitte kommt nicht auf die Idee, es wären technische Probleme, die uns zu dieser Maßnahme zwingen würden. Ich bitte euch. Deswegen haben wir uns überlegt ... Wie lange machen wir das schon? Habt ihr einen eigenen Sender? Hallo, ich glaube kaum. Profis. Ja. Die Wahrheit ist, wir haben tatsächlich mit den Kameraaufnahmen Probleme. Wir haben doch gerade eben noch gesagt, dass das nicht der Fall ist. Ja, und dann hab ich mir überlegt, vielleicht war ich nicht überzeugend genug. Nee, eher wir lügen so gut, dass die Leute dann wirklich glauben. Ja, und dann denken sie vielleicht, ey, endlich sind die mal innovativ, die Rocket Beans. Wir können nur verlieren in diesem Spiel eigentlich. Ja, du hast recht, er hat recht. Wir haben ein bisschen Mist gebaut. Unser Bild ist verschwunden. Wir wissen auch nicht, wo es hin ist. Ja, es war irgendeine versteckte Kameraeinstellung. Jedenfalls haben wir für zwei Folgen das Kamerabild und den dazugehörigen Ton auch leider nicht, sodass wir uns überlegt haben, es wäre völliger Quatsch, die Sequenz noch mal zu spielen. Nein, das geht gar nicht. Und so zu tun, als wenn wir das zum ersten Mal spielen, weil da auch sehr emotionale Dinge in diesen nächsten zwei Folgen passieren werden. Aber es lohnt sich. Es sind wirklich tolle Momente. Also auch wenn ihr ... Bleibt einfach dran, wirklich. Weil selbst wenn ihr das Spiel nicht kennt, das wird euch überzeugen, das Spiel sofort zu kaufen. Ja, und wir fangen jetzt einfach an der Stelle an, wo wir eben auch das letzte Mal aufgehört hatten. Das Gameplay ist nämlich erhalten geblieben. Das ist das authentische Original-Gameplay. Da ist nichts von weg. Nur unser Gesicht und unser Kommentar dazu. Und den liefern wir jetzt quasi nach. Und wir sagen nicht, wer wann spielt. Nee, ich weiß es auch nicht genau. Wir klicken mal. Ich weiß nicht, wir wissen wirklich nicht, wer wann gespielt hat. Also, wir haben beide gut gespielt, glaube ich, kann man so sagen. Wir gucken mal. Ich drücke nun Play. Drei, zwei, eins, Play. Ich glaube, dass ich in diesem Spiel dran war, tatsächlich. Jetzt läuft ja auch noch das Menü. Da können wir ja noch ... Ja, es kann gut sein. Ach so, das ist ja noch die Synchronisation mit dem ... Weil wir müssen immer ... Können wir euch ja mal erklären, wie das hier läuft in der Branche. Wenn man ... Mega spannend. Man muss manchmal Ton und Gameplay so synchronisieren. Und dann macht man mit dem Pad immer so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch. Aber ich finde, auch die Ladezeiten können wir fast überspringen. Ich war mir nicht ... Wir haben leider keine. Wir haben nur die Maus. Und du weißt, wie das ist, wenn du mit der Maus versuchst, was zu skippen. Das ist ... Zack, sind wir bei zwei Minuten. Irgendeine Zwischendequenz. Drei Leute sind gerade gestorben. Spoiler-Alarm. Nicht, dass das passiert jetzt nicht. Keine Sorge. Das ist ja eigentlich auch wieder ein Spoiler. Das ist nicht passiert, dass jemand stirbt. Aber vielleicht passiert's ja doch. Ja, und ... Wir können ja jetzt noch mal so ein bisschen resümieren. Wir haben ja jetzt ... Wir wissen ja jetzt, was kommt. Und für mich war das eines der Highlights. Deswegen tat's mir auch ein bisschen weh im Nachhinein, natürlich, dass das Bildmaterial weg ist. Weil man jetzt ... Darf man das alles schon vor ... Ich will halt auch nicht so reden. Weil man jetzt einfach ein bisschen mehr noch die Bindung zwischen allen Hauptcharakteren so ein bisschen sich festigt. Also, die Leute verbringen mehr Zeit in Situationen, in denen sie nicht jemandem das Messer in den Hals stechen oder mit dem Pfeil abschießen. Sondern sie reden mal miteinander. Es gibt auch ein Flashback. So viel kann man vielleicht anteasen. Also, für mich hat das viel gebracht. Und ich weiß noch, dass wir sehr emotional engagiert waren, als wir es gespielt haben. Ja, definitiv. Ehrfürchtig. Also, gerade in der nächsten Folge, dann wird es auf jeden Fall sehr emotional werden. Und das ist auch der Hauptgrund, weshalb wir uns entschlossen haben, das nicht noch mal zu spielen. Weil es ist eine Sache, jetzt ein actiongeladenes Gameplay noch mal zu machen. Wenn das jetzt nur Ballersequenzen wären, dann könnte man sagen, okay, das mach ich jetzt vielleicht noch mal. Dann ist es vielleicht sogar ein bisschen sauberer. Aber am Ende des Tages muss man jetzt nicht irgendwas euch vorspielen. Aber dadurch, dass das eben tatsächlich auch sehr emotionale Momente waren, ist es besser, wenn wir, glaube ich, das einfach so machen und dann das noch mal so reflektieren. Ich weiß noch, dass wir hier, haben wir natürlich gestartet und haben wir euch auch das letzte Mal verlassen und darüber gesprochen haben, warum die immer Channel 13 und Channel 64 und Channel irgendwas heißen. Und ob es da wirklich so viele Kanäle gibt. Und wie man an so eine Zahl kommt. Haben wir über die ProSieben geredet, dass die es richtig gemacht haben. Stimmt, ja. Aber das hier verlässt es mich auch. Das ist die einzige Erinnerung, die ich noch habe. Ja, aber das ist tatsächlich so. Und dann, genau, Channel 13, da haben wir noch überlegt, es gibt wahrscheinlich verschiedene Programmplätze oder Frequenzen, die dann irgendwie einfach ausgegeben werden. Das war ja früher beim Kabelfernsehen auch so, da gab es dann nur 31 Plätze oder 32 oder so. Ausgegeben in Verkauft. Ja, genau, die konnte man erwerben und so. Und dann hattest du diese Frequenz, war dann halt deine Frequenz und das ist wahrscheinlich genauso. Aber ich weiß noch, dass wir jetzt gerade in diesem Moment so drüber geredet haben, dass es auch spannend ist, das ist halt ein richtiges Fernsehstudio, ne? Und echte Fernsehstudios sind halt wirklich sehr groß und dekadent, verschwenderisch auch vom Platz her. Und da stehen dann viele Kameras, viele Leute. Also dieser Raum, den die sonst dieses Studio hat, ne? Wirklich. Du kannst, die Kameras kannst du zu einem Zehntel zusammenschrumpfen mittlerweile. Ja. Eine Quelle kannst du dir eins kaufen. Hauptsache HD, packst du auf einen kleinen Stock. Aber die arbeiten ja auch alle mit Telepromptern. Das sieht man ja in dieser Kamera. Ja, die kannst du ja nicht einfach frei reden lassen. Wer weiß, was dabei rauskommt. Eine eigene Meinung oder so. Oh, fuck, du bist auf San Diego. Muss abgesegnet werden. Nee, ist ja wirklich so. Nein, ja, aber das ist irgendwie verständlich. Ich finde übrigens, ich habe einmal, habe ich für MTV ein Casting gemacht, für, da war Markus Kafka, war der Casting-Director sozusagen. Und da habe ich zum ersten und zum einzigen Mal mit einem Teleprompter gearbeitet beim Casting. Und das war sehr irritierend und sehr faszinierend, weil ich es wirklich nicht hingekriegt habe, das so wie es nötig war, abzuliefern. Und er dann irgendwann meinte, ja, willst du es mal ohne probieren? Ich meine, ja, auf jeden Fall, Alter. Und dann war das einfach eine ganz normale Gigamoderation, die wie immer völlig in Ordnung war. Und die Leute sind dann immer überrascht und sagen, ah ja, geht doch voll, war doch voll gut und so. Aber wenn du plötzlich so einen Text hast, an dem du dich halten musst, dann wirkst du einfach nicht mehr so ganz authentisch. Ja. Weil du dich halt auch so komplett konzentrierst auf den Text. Du schaust durch den Zuschauer durch. Ich kenne das. Ich habe das ja damals auch machen müssen, meine fantastische Show. Wie lange es zurückliegt. Ah, ja, aber du bist doch einer, du hättest dir das doch merken können wahrscheinlich den Text. Naja, nee. Ihr habt das so runterproduziert. Also wir haben ja wirklich pro Tag zehn Stunden stand ich da und habe einfach zehn Stunden Texte, die ich nicht kannte, einfach gelesen. Vorgelesen. So. Ich kann es mir wirklich verarbeiten. Das ist irgendwie Lost in Translation. Du stehst nur noch da und wartest, dass dir jemand sagt, was du machen sollst. Bist völlig willenlos. Ja. Und hoffst auf den Ahrfeierabend. So ungefähr. Und dann, ja, also es ist eine eigene Kategorie Teleprompter-Moderation. Ich glaube, dass es ein bisschen weniger anspruchsvoll ist als Freie-Moderation logischerweise. Aber auch das muss man erst mal lernen. Ja, das wollte ich eigentlich auch. Beides ist einfach unterschiedliche Skillsets. Ja. Jetzt kommen die Angreifer, ja. Genau, denn du hattest die erste Welle platt gemacht und ich muss mich jetzt hier mit der zweiten Welle rumschlagen. Ähm, denn da kommt, ja, genau, kommen halt eben noch mal Nachzügler. Und da sieht man, wie ich dann auch direkt wie ein Panther mich ducke. Bin ich das jetzt oder bist du das? Das bin ich. Okay. Das sieht man noch, wie gut ich spiele. Ja, jetzt sehen könntest du. Oh, nein, überrascht von hinten. Da oben. Das ist ja nicht schlecht, dass sie auch oben sind. Ellie, nein, nein. Jawohl. Da haben wir noch drüber gelacht. Der hat es gleich gesehen, dass ich nämlich Gitterentdeckung hinter dem Gitter. Ja. Guck mal, wie dumm er ist. Ein dummer, aber Evolution hattest du, glaube ich, auch gesagt. Ja, dass die, die das für eine Deckung halten, die sterben aus. Ja, genau. Aber hast du diesen tollen Treffer von mir gesehen, wie präzise ich das gemacht habe? Denn das Aiming ist tatsächlich jetzt nicht so easy. Es wackelt ein bisschen, sonst hätte man ja auch keine Upgrades. Ganz genau. Wozu bräuchte man die sonst? Und diese trommelnde Musik. Oh ja. Und dann, dann. Ellie, durch das Fenster hier. Von hinten zuschlagen. Von hinten zuschlagen. Ich glaube, das ist die Stelle, wo du auch meintest, dass wir wahrscheinlich abhauen müssen, weil das einfach Munitionsverschwendung ist. Ja, da dachte ich schon, okay, das Spiel will von mir, dass ich abhaue. Aber man will sie auch alle erledigen. Ich hab keinen Bock. Zack. Ich hab keinen Bock, mich von denen einschüchtern zu lassen. In einer echten Welt, wenn man die Welt ernst nimmt. Und das will die Welt, ja. Dann wäre ein Verfolger weniger ja auch später einer weniger. Das heißt, man würde sich ja später alles erleichtern. Ja. Indem man sie vorher ... Aber das wäre natürlich, naja. Es ist eh verdammt viel, also deren Opfer, wann? Ziehen die sich zurück und lecken ihre Wunden und sagen, ey, das muss die Abgesandte des Himmels sein. Oder sie ist Rambos Tochter. Rambos Tochter. Wir dürfen nicht mehr mit ihr interagieren. Wir müssen sterben. Ja, so sieht's aus. Wir hinterlassen einen Leichenberg. Und die müssen wirklich denken, Alter, was ist das für ein Mädel, ey. Die Wut, deren Wut kann ich auch immer mehr nachvollziehen jetzt. Also, mittlerweile kann ich sagen, gut, jetzt habt ihr wirklich eine Fede untereinander, miteinander. Jetzt mögt ihr euch nicht. Weil die hat eine Menge Ärger gemacht. Das ist so, wenn man in etwas viel investiert, dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo man denkt, ey, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Weil sonst ist alles umsonst und dann stürzt man sich immer weiter ins Schwert, weil man den Absprung nicht mehr rechtfertigen kann. Ja, du hast den Point of No Return überschritten. Du hast zu viel Energie investiert. Ja, und so ist das hier auch ein bisschen. Aber tatsächlich. Sunken cost fallacy heißt das, glaube ich, wenn du schon zu viel Geld versunken hast oder emotionale Energie. Sunken cost fallacy. Also, das erklärt noch nicht, warum Leute dann manchmal bestimmte Meinungen einfach nicht mehr ändern wollen, obwohl sie im Unrecht sind. Wenn jemand 20 Jahre lang gegen ein Thema ist, öffentlich, kann der nicht einfach plötzlich seine Meinung ändern, auch wenn die Fakten sich ändern. Das ist, glaube ich, das Problem von vielen Menschen. Ja, und hier sieht man eben auch eben diese Leute da aus dem Jeep. Da kommt schon wieder so ein halber Trupp. Und spätestens da war jetzt auch klar, okay, alles klar, also wir sollen jetzt einfach abhauen. Das ist halt eine Abhau-Mission. Die haben aber auch ein Glück, ne? Die beiden sind wirklich, dann werden sie auch mal angeschossen, kein Problem. Special Cola. Ich habe jetzt ein bisschen Munition in dieser Sequenz auch verschwendet. Aber hey, so ist das halt. Es ist ein junges Mädchen, die keine Special Forces Ausbildung hat. Ja, aber sehr schön, die Apokalypse hat sie ausgebildet. Und vor allen Dingen hat sie ja ihr Ziehvater ausgebildet. Oh, jetzt kommt die U-Bahn. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass es so, dass der Akt, sich eine Maske aufzusetzen, überhaupt nicht mehr befremdlich wirkt. Nee, ich beneide die Menschen in Spielen. Die haben immer diese geilen Masken. Und ich würde gern mal, nicht weil ich glaube, dass es besser ist, aber ich möchte einmal mit so einer geilen Maske einkaufen. Das ist wie ein Typ, der so ein megageiles Handy hat oder irgendwas megageiles, einfach nur, weil es mal vorzeigen will. Wie der Typ, der ja frühere 90ern in den Werbespot seine Jeans gewaschen hat in diesem Frauenwaschsalon. Ja, ja, ja. Und sich dazu ausgezogen hat, er hatte nur eine Klamotte. Gott, die 90er. Ich vermisse ihn ein bisschen. Heute ist das eigentlich Sexismus. Da kommt der Mann mit seiner toxischen Maskulinität und zieht sich das Hemd aus, setzt sich da halbnackt hin und zwingt die Frauen, ihm dabei zuzugucken, wie er sich wäscht. Ja, heutzutage wäre das auf jeden Fall nicht mehr drin, nee. So. Ja, das ist für uns jetzt auch ein bisschen komisch. Wir müssen mal ein Pacing finden, weil wir natürlich jetzt, wenn wir das selber spielen, ganz viel das Spiel atmen lassen und alles, was wir da machen. Jetzt haben wir so ein bisschen... Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Ja, du hast recht, wir reden vielleicht zu viel über andere Dinge. Ich war kurz ruhig, weil sie geredet hat. Was ich sagen wollte, ist, dass jetzt so dieser Impuls von uns viel zu reden ist, so ein Moderatorenimpuls, weil Stille ist, geht nicht. Und wir gucken ja nur ein Video. Wir gucken ja nur ein Video. Aber für euch ist das alles neu. Deswegen, ich glaube, wir müssen gar nicht so viel reden. Oh, fuck. Sie hat sich vergessen. Kleiner Teaser. Ja, und diese Sequenz... Die hatte ich schon auch mit euch zusammen in meinem Moin Moin damals mit der State of Play von Sony gesehen, als sie zu Last of Us 10 gezeigt haben. Und da war eben diese Szene auch bei. Das ist genau das, wovon wir eben noch gesprochen haben. Dass die sich auch wundern. Was ist mit denen los? Und die Opfer bekommen Namen. Auch, ne? Ja. Die haben den und den umgebracht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass... Und wir werden die jetzt auch gleich umgeben. Ihr Onkel, ihr Stiefonkel sozusagen, der ist ja vorausgeeilt und hat ja auch noch ganz viel umgebracht. Aber, wie ich immer wieder wiederhole, sie wollten es auch. Ja. Die haben es provoziert. Was ich hier mache, ist, dass ich eben die Flasche werfe, nicht um die Soldaten abzulenken, sondern um die Typen daraus zu locken. Und was ich nicht wusste, ist, wo die herkommen. Und jetzt passiert Absurdes. Ich greif den Typ, will mich jetzt, will ich mich umdrehen, schaff das nicht. Und dann kommt er von hinten und frisst mich auf. Erster Versuch. Ah, aber das war ein guter erster Versuch eigentlich. Das ist ja auch unfair, dass du direkt in dem Wagen gefangen bist, auch noch vor dir jemanden hast, und damit er hinten wirklich... Ja, das war wirklich, dass der Typ da auch noch reinkommt. Und ich hatte wirklich... Prediktion, die anzulocken, ist, glaube ich, auch so gedacht in dem Moment. Und funktioniert eigentlich auch. Definitiv, das ist genauso gedacht. Deswegen bekommt man den Klicker vorher gezeigt. Und das ist, wie gesagt, auch die Szene aus State of Play, wo die ja natürlich immer zeigen, wie etwas gedacht ist. Und das war dann auch genauso gedacht. Und jetzt bin ich ein bisschen schlauer und gehe natürlich auf die andere Seite des Wagens. Jetzt kommt er von rechts. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert. Tatsächlich kommt er davon. Kommt wirklich von rechts. Mann, Mann, Mann. Ja, aber die sind überraschend schlecht in ihrem Kampf gegen die Klicker. Ja. Guck mal, da ist schon der erste Feld, der zweite da hinten auch. Da sieht man aber auch, wie viele Klicker das sind. Also, allein hier sind es ja vier, glaube ich, ne? Ey, die sind einfach nicht reif für die Apokalypse. Guck dir die an. Die werden von uns niedergemacht, von Klickern, von jedem. Und jetzt geht die da nämlich links in den Raum rein. Ich erinnere mich. Und jetzt versteckt die sich da und jetzt versuche ich ihr die Flasche vor die Füße zu schmeißen. Was total der Dick-Move ist eigentlich. Ich glaube, in einem Film ist ein guter Move, auf jeden Fall. Da steht sie. Aber das ist ein Typ, die sind mir dann nicht. Ich meine, die Situation ist einfach so lustig. Du stehst da, das Herz schlägt dir bis zum Hals. Flasche. Ja. Explodiert auf einmal neben dir eine Flasche. Wie scheiße ist das eigentlich? Oh, geil, wie die laufen. Es ist immer wieder gut. Abgehacktes Laufen. Aber sie erwischen sie nämlich nicht. Ich weiß es nicht. Ja, sie ist gut abgehauen. Ja, guck mal, also irgendwie ist sie abgehauen, ja. Wie ist da weiter den Raum rein? Die haben sie wieder ab, aber sie haben sie irgendwie nicht gekriegt, glaube ich. Das Bild ist auch sehr schön mit der roten Farbe und so. Mich wundert nicht, dass sie das für die State of Play genommen haben, weil du hast die Partikeleffekte in der Luft, diese Sporen, du hast dieses geile Flackerlicht, der Schattenwurf, den du hier siehst. Sie können da einfach alles showcasen, wenn man so schön sagt, was die Engine drauf hat. Und du hast noch die Gameplay-Elemente. Und du hast sogar am Anfang noch so eine wunderschöne Exposition. Sie suchen sie, okay, sie hassen sie auch. Achtung. Ach ja, dann sag ich dir das, Nils. Der Nils in der Vergangenheit hat das doch ja längst gesehen. Ich wüsste gar nicht, wo ich ihr den Mund zuhalten soll. Ja, das würde mir am meisten Angst machen. Du willst ja nichts davon anderen Körper ranlassen. Du hast ja keinen Kratzerkrieg. Ich meine, bei ihr ist das vielleicht jetzt, ne? Stimmt, bei ihr kann sich das auch gemacht. Joel hat das, glaube ich, ähnlich gemacht. Mal einen Wachstein einpacken. Guck mal, ob man da die Treppe hochgehen kann. Nee. Nee. Alles zugeschüttet. Sieht physikalisch ein bisschen komisch aus, dass das in der Luft schickt. Und hier hatte ich noch überlegt, dann noch links reinzugehen, wo die Klicker eben verschwunden haben, wo ich auch die Flasche reingeworfen habe. Weil ich gucke ja gerne in alle Räume rein, weil ich immer der Meinung bin, gerade die Räume, die am schwierigsten zu erreichen sind, man wird belohnt. Da kann man sich eigentlich sicher sein. So wie hinter jedem Wasserfall irgendeine Kiste liegt. Sehr schön. Völlig unnötig. Der hat durch diese Tür gezwängt, weil die hier komplett offen ist. Natürlich muss man immer überall looten, ist ja klar. Wie sie auch immer so um einen rumwieselt, ne? Und im ersten Augenblick weiß man immer nicht genau, wer da kommt. Ah ja, okay. Dina? Oh, shit. ja und da sind wir nämlich dann den richtigen weg direkt gegangen und ich muss auch sagen ich hatte da jetzt auch mit diesen ganzen klickern nicht mehr so das bedürfnis jetzt da noch mal es gibt immer wieder in dem spiel auch so wie jetzt eben auch diese abschnitte wo einem die tür sprichwörtlich zugeschlagen wird man nie kein backtracking machen kann der raum ist ja abgeschlossen hier brauchst du nicht mehr zurück das habe ich immer sehr gerne in spiel ist eigentlich mein lieblingsszenario okay sie machen irgendwie die große großen balken runter oder irgendwas stürzt zusammen so okay du weißt hier komm ich nicht mehr hin ach das hatte ich auch alles gelesen ja kannst du noch mal lesen jetzt ich hoffe du hast es raus geschafft und findest diese nachricht wir hatten ärger mit ein paar klickern aber nichts schlimmes und es ist nichts passiert wir haben uns hier über nacht verkrochen um unsere wunden zu lecken die leiche eines längst verstorbenen mannes wacht über uns eine grausame erinnerung daran warum wir das alles tun diese infektion war wirklich eine warnung es ist besser von dem zu leben was die er uns schenkt als an diesem verwesenen chaos festzuhalten zackery sagt wenn wir weiter nach norden gehen treffen wir in ein paar tagen auf das seraphiten lager er nennt es haven und sie haben alles dort selbst aufgebaut wenn man ihn so reden hört ist es schwer nicht inspiriert zu sein sogar optimistisch ich bete für deine sicherheit ich will gar nicht daran denken was isaac tun wird wenn seine schläger dich erwischen ich warte gespannt auf ein zeichen dass es dir gut geht gray die meisten von diesen briefen bleiben unbeantwortet und die verfasser sind meistens auch schon längst irgendwo verflüssigt ja das ist ganz interessant weil man halt diesen weg nachgeht der leute die diese briefe geschrieben haben aber das ist immer so entmutigend das ist wie bei den goonies wo sie da auf der mitte des weges und diesen schatz der kam nur bis hierhin das stimmt ausgeweitet hat alle um die verletzten totale psychos sag bloß scheiße was Es ist total interessant zu sehen, ob ich wirklich auch das mache, was jetzt mein Impuls noch wäre. Wirklich, zu 90 Prozent der Fälle würde ich sagen, ja. Also, so sehr unterschiedlich macht man's nicht. Nee. Also, so Sachen wie zum Beispiel immer in diese Ecken zu gehen, wo man sieht, okay, da ist der Hauptweg, aber ich check dann immer erst den anderen Weg. Genau, das wirst du auch ein tausend und erst mal wieder so machen. Aber ist ja so, wenn man jemandem zuguckt, dass man halt auch dann halt will, okay, nee, man geht doch jetzt so ... Oh, du sollst sein, bei dir, du bist die eine Person auf der Welt, die das gucken kann und sagt, ja, genau richtig gemacht. Ja, hast du gut gemacht. Deswegen, wenn ich meine Let's Plays gucke, weil andere sie kritisieren, denk ich auch immer, hier ist doch alles in Ordnung, hier macht's doch alles genau richtig. Ja. Ja, da haben wir noch spekuliert, was den da so ... Er sieht ja aus wie gekocht. Aber es sind ja wirklich Sporen, die dann irgendwie auf ihm arbeiten, ne? Ja. Das, ähm ... Wir sehen den Erzeuger auch gleich noch natürlich. Ein neuer Gegnertyp. Ja, aber ... Tote Klicker. Die mag ich am liebsten. Ah. Wie gehen wir vor? Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir da hin? Das sollte gehen. Am Bergpunkt, ne? Aber da hatten wir kurz zuvor, glaube ich, hatten wir schon upgradet, ne? Ja, ich weiß nicht genau, was du da noch... Ja, fünf hatten wir da nur noch. Und Licht aus. Einmal gecheckt. Ich auch nicht. ich hätte auch so wie sie einfach runterspringen können vom boden aus aber da war das viel cooler ich habe mich gewundert dass sie nicht an das seil springt ja sie lässt hier wirklich den vortritt du bist eindeutig der rudelführer definitiv sind alpha auf jeden fall wenn wenn in meiner gruppe werde ich auf jeden fall auch den alpha team auf jeden fall wird nicht diskutieren damit definitiv schon hast du eine spitzhacke im nacken nehmen so weit hoch Das ist wirklich die klassische Gitterperspektive. Irgendetwas passiert in einem Raum darunter und nie sieht jemand den Helden, der oben drüber liegt. Ja. Ach, du Scheiße. So was frage ich mich dann immer, wenn ich jetzt schnell wäre, würde meine Waffe ziehen und durch das Gitter nach unten schießen und sozusagen denen helfen, könnte ich deren Schicksal ändern, ne? Meistens nicht, weil immer man das versucht, merkt man, es geht nicht irgendwie. Aber ich mag Spiele, wo so was geht. Meistens bringt's ja gar nicht viel. Nee, aber einfach nur, dass die Illusion, dass man Einfluss nicht hat, die Illusion wird dadurch stärker. Oh, jetzt geht's los. Was macht der da eigentlich? Er explodiert so minimal irgendwie um ihn herum? Also, seine Haut scheint so was auszusondern, irgendeine Art von Spornwolke? Ja, so eine Spornexplosion, ja. Ja, weil der kann das ja ständig. Ja, der muss ja auch erschöpft sein und leer. Und er ist halt ein Typ, der schon, ich glaub, zehn Jahre oder mehr infiziert ist. Bitte fahren. Also, es gibt nicht in dem Sinne unterschiedliche Zombie-Arten, sondern die Dauer, die die schon infiziert sind, ist dafür verantwortlich, in welchem Stadium sie sich gerade befinden. Er ist einfach ein sehr erfolgreicher Infizierter und entweder war er lange weggesperrt oder er hat sich einfach gut bewährt. Ja, er hat einfach lange überlebt. Wie ein großer Baum. Ich glaube aber, hier überlebst du als Infizierter wirklich nur, wenn du dich fernhältst von Menschen. Ja. Weil irgendwann kriegt dich einer. Die sind nicht so klug. Das Nervige ist, wenn die kombiniert sind, ne? Ja. Also, wenn jetzt ein Infizierter des ersten Grades, der kann ja noch sehen. Der verrät einen halt einfach. Ja, man kann richtig sehen, wie die Entwickler, die Pfade der Monster, also die Patrouillen so anpassen, dass sie irgendwann zwangsläufig sich vermischen. Oder so was passiert, dass sie wirklich von beiden Seiten kommen. Aber einen von hinten kannst du theoretisch erwischen. Ah, der eine ist weg, oder? Nee, direkt da vorne. Ja, jetzt. Nee, von wegen, ey, direkt explodiert, ey. Ja, aber du hast offensichtlich auch gedacht, das wär der richtige Moment. Ja, aber ... War's nicht. Ja, und siehst du, das meinst, von links kommen sie auch runter. Ja. Ah, fuck, das ist echt weh. Spätestens jetzt fängt man dann alle zu alarmieren, die sich in diesem Complex befinden. Die sind einfach nicht langsam, man kann sie auch schwer abschütteln. Er explodiert die ganze Zeit. Wenn der Wegs immer kleiner werden würde. Jetzt hab ich mir gedacht, okay, Panik, Panik, Mollo, gute Idee wär das. Wenn du triffst, ja, wundervoll, alter, schön, auf den Kopf. Nur leider haben wir ja gelernt, dass Feuer nicht ausreicht. R2, und das hab ich zu spät gesehen, sodass er jetzt noch mal den Mollo geworfen hat, obwohl ich nur R2 drücken wollte, um zu gucken. Was? Ja. Und das war die Kacke. Jetzt hatte ich die beiden platt gemacht. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, das war ja voll gemein jetzt. Ja, und dann stand einer in der Tür und hat mir hier einfach gebissen. Wo ist die herkommen? Der ist mir auch irgendwie hinterhergelaufen, ja. Aber ist toll, wie das Feuer sich verflüssigt nach unten, ist toll, sieht einfach toll aus. Ja, ich glaube wirklich, für die sind die Molotovs nicht geeignet, weil die sie eher wütend und brennbar machen. Für die Dickmobse? Für die Dickmobse. Die anderen ja, oder auch Menschen, aber ich glaub, wie gesagt, denen, es tötet sie nun mal nicht. Doch, ich glaub schon, doch. Nein, also die überleben, immer mindestens einen Molotov überleben die, glaub ich. Wir schauen mal, was wir jetzt machen. Vorsicht! Also, was ich meine ist, ich hätte lieber eine Waffe, die sofort funktioniert, statt irgendetwas Zeitverzögertes, wo ich nicht weiß, ob's am Ende zum Ergebnis führt. Oh Mann! Oh nein! Ja! Den hast du! Oh nein! Ey, das ist halt auch einfach verrückt. Zwei von denen im kleinen Raum. Zwei von denen im kleinen Raum. So, jetzt würd ich zur Sprutflinte wechseln und, na gut, okay. Ist auch gut. Da komm, ich wollt mich heilen. Ja klar! Kann ich verstehen. Du hast ja auch nix mehr. Du hast ja wirklich gar nix mehr. Scheiße! Okay. Sie hilft aber jetzt ganz gut. Sie macht ihren Job. Ja, kannst du heilen. Puh. Die lassen sich nicht abschütteln. Nee. Bin gespannt, wie du das jetzt gleich machst. Genau, Molotow. Doch, der ist so. Das meine ich. Aber ich kann mich erinnern, dass in der Vergangenheit, die dann brennend weitergelaufen sind. Und du kannst halt nicht, wie du siehst, das ist ja auch keine effektive Nachkampfwaffe. Nee, da war ich nicht weit genug weg. Ja, da sind wir wieder bei meinem Argument. Die sind nicht geeignet, weil die so schnell auf dich zukommen. Ich bleibe bei dem Argument, Molotow ist nicht die beste Waffe gegen die. Wir werden mal gucken, wenn ich dann dran bin. Ich werde die Falle im Bogen ist es. Oh, schön. Das ist auf jeden Fall ein guter Einsatz hier. So eine Tür. Alter, hast du die gesehen? Ja. Ich dachte, du hättest hier mehr oder weniger einfach um die Tür zu blockieren. Nee, nee, nee. Schon gesehen. Das war auch beim zweiten Mal jetzt noch. Intensiv, oder? Intensiv, ja. Oh, scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein. Alles okay. Schambler? So haben sie sie genannt? Ja. Woher kommen jetzt wieder Schambler? Ja. Und nein, glaubst du da oben rechts? Glaubst du, sammelst du das noch ein? Ja, hoffentlich. Sie sind ekelhaft. Ja, so sehen die aus, ne? Ja! Jetzt gucken wir uns hier erst mal ein bisschen um, weil es liegt auf viel Kram. Und wenn man so viele Zombies in einem Areal hat, dann muss man das natürlich erstmal komplett alles nochmal sich angucken. Please follow all new Fedra-Protocols. Und was wir auch echt festgestellt haben, es gibt ja die Wolves und die Fedras, die verfeindeten Fraktionen, wie wenig sich das Regime ändert. Der Name ändert sich, wem du untertan bist, aber nicht die Gebaren. Ja. Nicht die Regeln. Nicht die Strafen. Und das wird hier irgendwie so schön dargestellt, auch durch die vielen Briefe und durch diese Wandkritzeleien. Und nach jeder Revolution hast du immer ein bisschen weniger Leute. Es wird immer ein bisschen weniger, je nachdem wer übernimmt ... Weiß nicht. Das sieht ja auch alles so gleich aus, ne? Diese komischen Maschinen, ne? Ja. Wo waren wir hier? Ich glaube, ich war auch Zeit meines virtuellen Lebens fast die Hälfte aller Stunden in irgendwelchen Lagerräumen oder Maschinenräumen. Mal sehen, wohin uns das führt. Wie viele Tore ich geöffnet habe virtuell in meinem Leben. In echt noch nie. Ja. Das würde mir die Finger wahrscheinlich irgendwie anreißen. Das wäre auch wieder ein schöner Point of no return. Jetzt haben wir natürlich nicht das ganze Areal gelootet, aber in dem Moment ... Sieht okay aus, soweit ich das sehe. Gut. Shambler? Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Diese Erklärung, dass die Zombies sich mit dem Alter verändern, gibt einem natürlich auch die Option, wenn man noch weitere Teile macht und mehr Jahre anzieht, immer wieder neue. Ja. Ich mag die Idee auch. Hat man das jemals ... Ich weiß, das gibt's ... Alien hat mehrere Phasen in der Entwicklung. Mhm. Und es gibt das wahrscheinlich noch häufiger, aber das hab ich selten gesehen, dass man so eine ... Das Ding hat ja dann auch so ein bisschen diesen Rhythmus so. Je nach Host kann es sich verändern. Aber ich find das einen guten Ansatz für ein Monster. Ja, da lauf ich zurück, weil ich dachte, das ist der Weg, wo wir lang müssen. Deswegen wollt ich diese Räume hier noch mal looten. Das ist vielleicht auch eine gute Idee für einen Zeitreisefilm. Und zwar Monster, die eben immer irgendwie stärker werden. Irgendwann sind die aber so stark, dass du die Menschheit nicht mehr gewinnen kannst. Und dann reißt die in der Zeit zurück. Zu einem Zeitpunkt, wo die Monster noch weniger stark sind. Ja. Aber noch weiter geht nicht, weil dann wär's ein langweiliger Film. Gute Begründung. Ja ... Wir haben nämlich einfach noch zehn Jahre früher. Wir haben nämlich nur Illyrium 163. Daher stimmt. Das Illyrium, ja. Da hast du dann den mit dem Bart, der erklärt das schnell, warum das Zeitfenster nur so und so weit geht. Mann. Das schreibt sich von allein. Da wolltest du, äh, genau ... Ey, du hättest da drunter kriechen können. Du machst das jetzt auch noch! Alter, Nils. Wie lustig. Der Loot-Effekt. Der Loot ... Das ist der Loot-Effekt. Und nichts bekommen? Schiss. Was? Ja, hier auf der Seite jetzt. Der Loot-Effekt. Ich hab dir übrigens einen Kaffee hingestellt, aber ich hab das vergessen zu sagen. Ja, das ist aber auch schon kalt. Du bist ja ein geiler Typ. Nee, den kannst du nicht mehr trinken. Aber ich mach dir in der nächsten Stunde ein. Du bist ein lieber Mensch. Und Daniela Star. Denk, die ganze Zeit, während wir diese Karten einsammeln, dass ich voll Bock drauf hätte, so ein, ähm, Quartettspiel zu machen mit Superhelden, die man sich selbst ausdenkt. Ich mein, das ist ja im Prinzip das. Aber weißt du, es gibt ja früher so diese Auto-Quartetts, Hubraum zwölf sticht und so. Ich bin da völlig bei dir, find ich. So einfach sich eigene Superhelden, das ist eine coole Idee. Ich weiß gar nicht, ob es so was überhaupt gibt, aber ... Wahrscheinlich schon. Ich glaub, es gibt wahrscheinlich zu allem Quartieren, aber so, dass man selbst ... Sie selber sich die sozusagen überlegen kann und so, ja. Gibt's da, wahrscheinlich gibt's da auch schon eine Plattform, wahrscheinlich so was wie deinquartett.de. Ja, deinquartett.de. Erstell dir dein eigenes Quartett auf deinquartett.de. Ja. Ich mein ... Scheiße ist ... Mach halt, was du willst, ich druck dir den Scheiß so. Ey, ich muss mal gerade ... Ich muss kurz laut werden. Möchtest du eine Bourbon-Vanille-Waffel? Ich bin einfach mal aus Neugier. Das sieht doch aus wie die Frau vom Scar-Graffiti. Ah, das ist eine Süßigkeit. Ja. Ja, leider schon. Das ist ja geil. Danke. Nach dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich's gar nicht wissen. Hm. Ich auch nicht. Da hab ich erst verstanden, dass sie einen Wortwitz gemacht hat und gesagt hat, ich will das gar nicht wissen. Aber ich hab's wirklich verstanden. Ja, das hat sie nicht. Das will ich's gar nicht wissen. Aber das hat sie wirklich nicht gesagt. Aber das wär lustig, wenn sie das gesagt hat. Wenn du den Text geschrieben hättest ... Neben vielen anderen. Und dann wären sie übereinander hergefallen. Dann hätten wilden Sex gehabt, weil das so lustig war. Weil der Humor hat die ... Der Humor hat die entflammt, die Leidenschaft. Es ist wie Öl auf Feuer. Ja. Na, aber die sind beide jung und hot. Ich glaube, die haben beide kein Problem, andere Begründe, um zu finden, miteinander herzufallen. Ich mein, in so einer Zeit, ey, da musst du wirklich auch jede Minute ... Ist doch so. Da würd ich aber auch ... Da würd ich sagen, die Hemmungen sind aber wirklich dann auch weg. Scham kann ich mir nicht leisten. Macht auch keinen Sinn mehr. Sondern das ist das vergebene Lebensmühle einfach. Ja. Hm. Man kommt bestimmt irgendwo durch. Sehr optimistisch. Ganz gut. Hm. Das sind schon die teuren Waffen gewesen. Es gibt ja auch noch die ohne Puderzucker, aber das geht nicht. Ne, also wenn schon sündigen, dann mit Stil. Aber bitte mit Sahne. Ja, da kommst du nicht durch, ne? Aber ... Dieses Verschlossen, man denkt immer, da bräuch ich einen Schlüssel. Aber vielleicht gibt's gar nicht. Vielleicht musst du einfach nur drumrum. Oh ja, jetzt kommt auch eine schöne Szene. Hm. Weil diese Nachricht immer, ne? Die ist irreführend. Bist du sicher? Weil ich glaube immer noch, dass die das vielleicht nicht sehen. Aber du meinst, du sehen nur die ... Die Stufe 1 Infizierten, glaub ich, sehen, dass die noch Augen haben. Ich glaub, die sehen das Licht. Na, eigentlich hast du immer ... Von der Logik würd ich sagen, ja, klar. Die sehen dich. Die Klicker können ich nur hören. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ... Ich mein, das Spiel sollte eigentlich sich besser kennen. Ich bin mir sicher, Spieler, ob du da recht hast. Aber ich weiß, dass ich mich das hier nicht getraut hab. Die ganze Zeit, weil ... Hm. Und ich kann's mir nicht verspielen. Okay. Da, zum Beispiel, siehst du? Obwohl ich da ... Ich hab mir nichts gemacht. Du hast es nicht mal, ja. Warum ... Ja, und jetzt kommen sie alle, oder? Mhm. Ah, da kommt der Molly. Da komm ich nicht mehr hoch. Aber ich dachte, ich kann da wieder hoch. Ich dachte, ich kann wieder rückwärts hoch. Und jetzt bin ich komplett, da kann ich nix mehr machen. Da kann ich nix mehr machen. Da sind wir ins Grab gestiegen. Ja. Das war, also ... Wie du richtig sagst, hab ich mich ins eigene Grab gelegt. Ja, und die, die hinterher kommen. Hast du grad das Bild gesehen? Ja. Chamberlain haben ne starke Panzer und benutzt seine besten Waffen. Und was war auf dem Bild drauf? War das wirklich so? Ein Molotow ins Gesicht geschmissen. Sehr gut, sehr gut. Okay. Oh nein, meine Waffe. Du mehr. Das reicht nicht. Und da steht er hinter dieser Säule und will einfach nicht sich bewegen. Und diese Langsamkeit, ne? Aber man muss sie ja ... Also, das ist auch ... Man traut sich auch nicht. Man weiß, okay, ist alles voll von diesen Viechern. Aber man muss irgendwann ja mal loslaufen. Aber man hat dann schon echt ein bisschen Schiss. Schau mal, du siehst ... Wie weit kann man hier sehen? Nur ein paar Meter? Gleich sehen wir ein bisschen mehr. Ja! Ah! 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 Eigentlich können die nicht wissen, wo ich bin. Ich bin da hingeschlichen. Ohne Licht. Aber da sieht man, wie viele ... Da kriegt man noch ein bisschen Angst, wenn man sieht, dass sich alle bewegen. Alle irgendwie ein Ziel haben. Dich. Da wandern sie wieder auf ihre Pfosten zurück. Das unterstellt denen ja auch so ein gewisses Revierverhalten, ne? Dass sie einfach wieder zurückgehen an ihre ursprüngliche Position. Das ist ja eigentlich voll ihrer Quatsch. Das ist ja nicht wie bei Wachen, die irgendein Gebiet jetzt so, ne? Zugeteilt bekommen. Eigentlich müssten die da stehen bleiben. Das ist echt ... Da ist nämlich der Dickmops, der hat's überlebt. Also ein Molo reicht definitiv nicht. Ja, aber ich denke auch, du hast recht, wenn sie es einem selbst zeigen, ist das schon ... Wir haben ja andere Waffen noch nicht wirklich ausprobiert. Deswegen kann es sein, dass die noch schlechter wirken. Also ein Molo und dann ein Schrotflintenschuss, das ist auf jeden Fall reicht. Aber ohne den Molo vorher brauchst du wahrscheinlich drei Schrotflintenschüsse oder so. Ja, was auch nicht so doll ist, weil du natürlich nah rankommen musst. Also, und das ist kein Gegner, wo du nah ran willst. Das ist schon okay. Aber man hat ja meistens nur drei Mollos dabei. Also, mehr geht ja erst mal nicht. Boah, diese Soundkulisse. Und auch gepaart mit diesen schlechten Sichtverhältnissen. Das ist wirklich ... gar nicht so einfach. Aufpassen! Ja, das ist so saftig. Verdammt. Ah, Fehler. Da ist er. Oh nein, noch einer, auch genau rein. Da hab ich versucht, mich zu ducken und da unten durchzuschlüpfen. Deswegen leg ich mich auf den Boden, aber es hat nicht geklappt. Hast du gesehen? Eigentlich war ja der Weg frei. Ich hab nicht geschossen. Der Typ kommt auf mich zu, ich geb ihm schon mit dem Rohr. Auf einmal stehen auf beiden Seiten dieses Tunnels die Dickmöps, es ging so schnell. Vor allem war der Fehler bei unserem Companion, weil sie hat geschossen und damit die Leute angelockt. Das wär schön, wenn man noch einen Befehl geben könnte. Wie Spille oder Angreifen, aggressiv, defensiv. Bleib hier stehen. Und hier auch wieder eine neue Lektion, guck mal, was ich versuche. Ich will sie da reinziehen, damit die anderen nicht kommen. Aber die befreien sich nach einer Zeit wieder aus dem Griff. Das wusste ich nicht. Ja gut, sonst könntest du ja durch den ganzen Lennon ... Ja, schon. Und dadurch, dass die sich befreit hat, ist das wieder passiert. Ja, es sollte vorher noch mal vor dem befreienden QTE geben. Also so eine schnelle Abfolge, wo du merkst, okay, oh, okay, ich muss jetzt was machen. Ja, das war schon wieder. So ist das halt. Aber ich find's ganz gut, weil dadurch, dass du permanent Munitionsnot hast, weil man wirklich nicht viel Munition A findet und B auch nicht tragen kann, du siehst ja, wir haben sieben Schuss und schon dürfen wir nix mehr mitnehmen da für diese große Blinte. Man kann ja nicht Rambo spielen. Man muss schon echt smart sein. Das ist ja völlig richtig. Du hast, wie gesagt, nur ein Ticken zu lange ihn festgehalten. Aber du willst natürlich auch rechts ihn nicht triggern. Das Interessante ist, jetzt, während du stichst, geht sie immer noch weiter zurück. Ja. Man kann wunderbar, oh, aber der eine hat dich gesehen, siehst du? Ja. Es ist nicht einfach. Der hat mich schon wieder gesehen. Aber das sind ja zum Glück leichtere Gegner. Oh! Und da ist er schon wieder gut aufbewahrt, ey. Hey, los jetzt! Hier war er Treffer, ja. Auch in nächster Nähe, doch, das reicht. Puh! Aber der lebt noch, der muss sich noch eingeben. Wie soll man denn da irgendwas erkennen? Ja, man sieht nix. Ja. Also in nächster Nähe ins Gesicht reicht ein Schuss. Ja, der eine war vielleicht schon, den hast du vielleicht schon ein bisschen. Ah, okay. Ja, krass. Krasses Shit, ey, krasser Shit. Vielleicht von ihr, ich weiß es nicht. Ist ja schon am Schluss. Genau, sie hat ja auch viel geballert. Okay. Ich wär dann soweit hier abzuhauen. Ja, und dann haben wir's dann doch, dann ging's dann doch am Ende schnell, wenn man dann... Aber so ein, zwei Versuche brauchen wir schon noch hin und wieder. Das ist aber auch echt, also man sieht auch so schlecht, das ist schon... Das Beste ist, finde ich, immer wirklich, wenn man die Musik aussetzt, man weiß, okay, ich hab alle, jetzt kann ich mich hier nochmal in Ruhe umsehen. Ja. Und oft ist das ja auch nicht nur wegen des Loots, sondern damit man auch mal selbst zur Ruhe kommt und sagt, okay, jetzt für einen Moment Sicherheit. Psychologisch ist ja wichtig. Wie so ein Klippo. Ich denk mir eh mittlerweile, also die guten Spiele, die so ein Feeling haben, was man oft schwer beschreiben kann, warum es genauso gut ist oder besser als andere Spiele, die haben oft auch ein Pacing, was genau angepasst ist. Die haben irgendwie, die haben das Rätsel einfach gelöst, ne, die haben das Rezept raus. Und das hat Naughty Dog auch mit Uncharted unter Beweis gestellt, wie die mit jedem Teil diese Rezeptur perfektioniert haben, wie so ein Koch, der an seinem Rezept feilt. Und du kommst nach einem Jahr hin und denkst, ey Alfredo, du hast ja nochmal geiler gemacht. Ja, genau so. Wenn du jedes Mal das, was du gerade brauchst, liefern die einem dann. Und auch nicht zu lang, jeder Einzelne. Nee, einfach nicht. Und das macht das Pacing auch so angenehm. Das ist, wenn du endlos feilen kannst an der Sache. Mhm. Wir kennen viele, sag ich mal, Spiele in der Geschichte, jetzt durch Nünkem oder so, wo das endlose Feilen eher ein Nachteil war oder wurde. Aber es kann, ich glaube, es ist eine Mentalitätsfrage des Teams, ob das dazu führt, dass ein Spiel besser wird oder eher, dass es sich so irgendwann verselbstständigt und irgendwas Verrücktes, anderes wird. Ich glaube, dass es auch einfach ein stetiges Arbeiten an der Evolution ist, weil Uncharted war auch, also der erste Teil war ja, also grafisch schon überragend, aber wenn du den, wenn du jetzt das mal vergleichst, wie, genau, also wie da eben die Abmischung ist aus Action, Rätsel, Klettern und so, die wird einfach mit jedem Teil besser, weil die sich, die machen einen Teil, gucken sich, okay, verbessern den wirklich, Schritt für Schritt und haben jetzt auch nicht den Anspruch gehabt, okay, das erste muss perfekt sein. Hatten sie wahrscheinlich schon, aber sie waren demütig genug, um zu wissen, dass es nicht funktionieren kann, so, ja. Und da auch wieder Point of No Return, Tür zu. Was zur Hölle war hier los? Ich finde auch, wie die Gespräche, ne, diese kleinen Kommentare sind super eingebettet in das, was passiert. Ja. So, das fühlt sich total natürlich, genau, so einfach, sie reagieren auch auf das, was sie sehen, auf das, was wir sehen und das sind Fragen, die man sich selber stellt. Ja. Was ist da passiert? Das gefällt mir auch so daran und das, wirklich, das macht Naughty Dog wirklich besser als andere irgendwie, dass, dass du das Gefühl hast, die Figur steht auch zum ersten Mal in diesem Raum. Ja, genau. Das ist echt cool gemacht. Sie schaffen es auch, dass man, da ist dann selten, also Nathan Drake redet schon mit sich selbst, aber hier hast du halt häufig in solchen Situationen dann immer auch eine Person, zu der gesprochen wird, sodass es nicht so unnatürlich wirkt. Ja. Also, es ist, wie gesagt, einfach gut gemacht, Mann. Das ist ja, finde ich, auch nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du einen Film oder eine Serie machst, weil du ja wirklich, ne, das Set ist begehbar und du kannst nicht entscheiden, wann jemand was triggert und wie es funktioniert, du musst es aber trotzdem für alle geil machen und superschwer eigentlich. Ich bin echt gespannt, wie sich das auch noch entwickelt. Hier graden wir wieder was ab, wir haben 51 Medizin und da diskutieren wir beide, was wir machen wollen. Ja, eigentlich alle, also ich finde den zweiten, einen von diesen ist nicht so doll, aber da hat grad dieser Schalldämpfer und die Sachen, die drunter noch kommen, das ist alles schon cooler Shit. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Das finde ich auch ganz gut gemacht, dass du in diesem Quick-Menü auch direkt die Sachen herstellen kannst. Ja, das habe ich zum ersten Mal bewusst erlebt bei Horizon. Ja, das war super gemacht bei Horizon. Aber ja, das ist ja auch diese Evolution. Oh. Na dann hoch. Entschuldigung, ich wollte auch nicht reinnehmen, manchmal kriegt man es hier schwer mit. Dina? Ja, ich komme. Diese Evolution findet natürlich auch nicht in einem kleinen geschlossenen Ökosystem statt, sondern eben durch andere Teams auch angetrieben. Irgendein Team hat eine gute Idee, andere übernehmen das. Das ist ja das Tolle, dass man sich irgendwie, dass der Austausch von Ideen tatsächlich auf dieser Ebene funktioniert und nicht alles kann sich abgesichert werden. Ja. Ich habe jetzt das Patent auf Nachrichten, die man im Spiel findet. Stell dir mal vor, so wäre das. Hallo, Jules. Ich hoffe immer noch, dass du kommst. Hier unten sind unglaublich viele Infizierte. Allmählich bewundere ich Zachary. Er ist ein guter Nahkämpfer und er hört einfach alles, was im Dunkeln herumkriecht, fast wie eine Fledermaus. Außerdem betet er jeden Abend für seinen kranken Vater und stimmt in meine Gebete für diejenigen ein, die ich liebe und vermisse, besonders dich. Einen Satz sagt Zachary immer wieder. Sie führe dich. Und an den Satz muss ich immer denken, wenn ich mich frage, was mit dir ist. Vielleicht gibt es ja irgendwas Größeres, irgendjemand Größeres, der über uns wacht. Ich klinge allmählich wie ein religiöser Spinner, was? Also, sie führe dich, Jules, auf eine schnelle und sichere Reise. Right. Äh, ja, genau was du sagst. Also, damals die, weißt du noch, früher musste man immer Medica... Medi-Pack suchen. Und nach jedem Gefecht gab es dann ein Medi-Pack. Egal, ob man in der Höhle war, die noch nie jemand gesehen hatte. Weil es notwendig war. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wer der Erste, ob es Call of Duty war. Ich glaube, es war Call of Duty. Die dann angefangen haben, dass du in einem Kampf Lebenspartnerst, der regeneriert sich aber nach dem Kampf. Und das wurde mega belächelt am Anfang. Alle haben sich drüber aufgeregt. Ganz am Anfang meint, das wäre scheiße und es würde irgendwie... Dabei war es offenkundig eigentlich besser. Und es wurde halt als schwächer und casualiger und sowas abgesehen. Das haben aber auch fast alle übernommen. Ja, einfach, weil es auch besser ist. Du kannst die Herausforderung eines Spiels auch woanders haben und musst sie nicht frustrierend für den Spieler machen. Wohin auch wieder lustig, wenn dann Spiele eben die alten Regeln wieder auferleben lassen, dann werden die wiederum dafür gefeiert, dass sie es eben machen wie ein Dark Souls oder so. Es ist ganz interessant, so die verschiedenen... Ja, hier bei Uncharted. Aber ich persönlich mag auch lieber Regeneration mittlerweile. Es gibt nichts Nervigeres, als wenn du eine dumme Passage hast, die ein bisschen kniffliger ist und du hast absolut keine Energie und müsstest eigentlich neu laden oder so. Ja. Das kostet einfach Spielzeit und Lebenszeit. Ich finde, hier ist es gut gemacht. Hier ist es ja auch so, dass man seinen Lebensbalken beibehält. Was ist das? Aber hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man sich diese Helpbacks bauen und es ist auch eine strategische Entscheidung, ob man seine Ressourcen dafür aufwendet, weil man kann dafür ja auch Molotows bauen oder so. Sie bringen ja mal auch was. Deine Ressourcen bringen immer irgendwie in irgendeiner Form was. Und das andere ist, dass du hier... Ich hab das geschafft. Geh voran. Ich will auch nicht mit sie reinreden. Dass du hier so diese kleinen Medi-Snacks, nenn ich sie mal, bekommen. Medi-Snacks, das ist gut. Die, ähm, ja, wie kleine Medi-Packs sind, die du nur dann nehmen kannst, wenn du Bedarf hast auch. Die liegen da ja auch immer ständig rum. Ja, aber in dieser Welt ist es auch. Ich meine, in der Welt kannst du es echt gut machen. Da findest du eben immer wieder Dinge, die dir was bringen. Shit. Geh auf! 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 Geh! Ellie, deine Maske! Hier, wir können meine trauen. Nein, nein, nein! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Stopp! Nein! Ellie, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Bin immun. Ich huste nicht. Siehst du? Fuck. Gina? Ja! Shit. Kannst du laufen? Ja! 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 Dann ich sie weg! Los! Boah, Alter! Wie steht du so dabei? Halb! Lang! Ich bin hier! Geh weg, Kommandär! Die falsche Taste hatte ich der gedrückt. Fuck, fuck, fuck! Oh, wie du auch raus siehst. Ja, da hatte ich einmal ... Ja, aber was hat's jetzt? Wir werden's gleich sehen, aber ... Was genau hast du jetzt falsch gemacht? Ja, ich hatte Quadrat statt X gedrückt oder so. X ist ja Klettern. Ja, ach, so was sollte der automatisiert ablaufen. Du siehst, wie ich einmal zur Seite gestraft bin, kurz, und das hat gereicht. Der verklemmt das schön. Wie genial so was für Zombies ist. Du kannst die einzeln da durchführen. Immer Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss. Oh, shit. Aber eben wie sie auch reagiert hat, das Erste, was sie gemacht hat, ist Maske vom Kopf und uns die anbieten. So, das sind die Momente, wo du ... Ja, aber ist auch nicht smart. Nee, aber du siehst, sie liebt uns. Ja, ist ein Zeichen von Liebe, auch von Dummheit. Das klingt absolut traumhaft. Was geschafft? Ich hab dich. Hier. Geht's? Ach, oh. 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 Ach. 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 Okay, sieht gut aus. Ja, komm. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporn eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay, du bist immun? Ach, komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Wussten. Und jetzt du. Ich kann... dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht eins. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll es ein Bett sein. Wie lange weißt du es? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten... Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich... Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruhe dich aus. Ja, das mussten wir erst mal verdauen. Mhm. Du hast ja schon spekuliert auch, vorher schon. Also, dass irgendwann der Moment kommt, wo Ellie noch mal darauf hinweisen muss, dass sie übrigens immun ist, weil das scheinbar nicht angekommen ist. Zum einen das. Und zum anderen hat man auch vorher schon gesehen, dass sie nicht mehr körperlich in Topform ist. Ja, ja, das hat sich jetzt hier die letzte Stunde angedeutet. Oh, damit sind wir am Ende dieser Stunde. Das war eine geile Geschichte. Also, ich will jetzt direkt weiterspielen. Beziehungsweise weitergucken. Ja, ich auch. Das Tolle ist, es gibt noch eine Folge in dieser special innovative Let's-Play-Reaction-Video-Combination made and invented by Rocket Beans TV. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Es ist eine tolle Stelle. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Verhältnis dieser beiden jetzt in naher Zukunft in der nächsten Folge nämlich entwickeln wird. Okay. Da sag ich nichts mehr dazu, denn man weiß, man darf mir solche Informationen nicht anvertrauen. Das ist korrekt. Der ein oder andere hat vielleicht den kleinen Spoiler, den Simon sich nicht runterschlucken konnte, bemerkt. Ich hab nix dazu gesagt. Vielleicht ist er untergegangen. Ja, ich merke, dass du nix dazu gesagt hast. Da kommt mal wieder mal eine Sache, da hab ich halt ein bisschen was geforestedt. Das weiß doch keiner mehr davon. Aber es wird gleich richtig toll. Viel Spaß mit der nächsten Folge und jetzt erst mal noch viel Spaß mit dem restlichen Rocket Beans-Programm. Und nach dieser nächsten Folge haben wir's dann auch alles geregelt. Ab da wird dann wieder normal gespielt. Ja, so sieht's aus. Letzte Woche hatten wir ja eine Folge, in der wir kommentiert haben, was wir vorab aufgezeichnet hatten, weil unsere Kamera- und Audioaufnahmen leider verschillt gegangen sind. Das wird heute noch mal passieren, denn insgesamt hat das Desaster zwei Folgen vernichtet. Nur zwei Folgen. Also, was ihr jetzt seht, Verzeihung, ist Original-Gameplay vom ersten Mal spielen, aber Simon und ich kommentieren unser eigenes Gameplay eben noch mal. Genau, ich glaube, diesmal bin ich dran. Letzte Runde warst du, jetzt bin ich. Und wir sind in einem ... Es ist ein altes Theater zusammen mit unserer Freundin. Wir haben grade festgestellt, sie ist schwanger. Was natürlich die ganze Operation Rache so ein bisschen hinterfragt, weil man sich ... Ich glaube, Ellie ist auch jemand, der dann denkt, ja, okay, brauch ich jetzt wirklich noch die Rache? Weil jetzt mit Kind und so, das ist ganz schön ärgerlich. Willst du nicht? Und jetzt erforschen wir dieses Theater und müssen erst mal mit diesem Wissen irgendwie klarkommen. Ja, und ich mach mal direkt hier auf Play. Und das ist schön, vor allem auch, weil's eine ruhige Folge ist. Jetzt, man ist mal alleine, man hat grade diese Flucht hinter sich. Man kann durchatmen und reflektieren. Und also, wenn man das jetzt am Stück spielt, meine ich, und das ist eine wunderbare Stelle, wo man einfach mal kurz überlegen muss, was das jetzt bedeutet für die Beziehung der beiden. Eigentlich sollte man annehmen, erst mal gar nix. Sie ist jetzt halt schwanger, die beiden sind trotzdem verliebt. Aber, ich mein, Simo hat ja ihre Rache, ne? Was machst du damit? Ja, das ist genau das. Ist das wichtiger? Naja, was heißt wichtiger? Also, was sie, und deswegen hat sie auch so reagiert, ähm, auf die Nachricht, nämlich nicht, oh, das ist ja toll. Genau. Sondern sie war erst mal pisst. Und das ist auch klar, weil die beiden sind auf diesen Rachefeldzug gegangen, ähm, wo sie beide in Kauf genommen haben, dass sie dabei auch sterben können. Und Elli ist das in ihrer Wut egal. Und Dina hat aber gesagt, ey, ich komm mit. Und Elli hat mehrfach gesagt, du musst das nicht machen. Aber sie hat aus eigenem Stücken gesagt, ey, ich begleite dich. Das heißt, die hatten einen Rachepakt, der inkludiert, dass man dabei sterben kann, dass es gefährlich ist. Und in dem Moment, wo jetzt aber die Nachricht kommt, dass sie schwanger ist, ist es zum einen emotional eigentlich nicht mehr möglich, diesen Zustand, diesen inneren Zustand aufrechtzuerhalten, dass man diesen Rachefeldzug macht und dass man sich selbst in Gefahr bringt. Ja, und zum anderen, ja, hat sie natürlich jetzt dieses Gefühl hinzubekommen, dieses Kind auch zu schützen. Und das geht halt einfach nicht. Das ist nicht vereinbar mit diesem Rachefeldzug. Ja. Deswegen ist der eigentlich vorbei, kann man sagen. Eigentlich ist dieser Rachefeldzug vorbei. Ja, zumindest steht alles auf der Kippe. Das Dumme daran ist nur, dass wir jetzt schon so viele umgebracht haben, dass die Chance sehr hoch ist, dass das unsere ehemaligen Ziele nicht mehr interessiert, dass wir eigentlich gar keinen Bock mehr an Rach haben. Sondern die werden jetzt auf jeden Fall zurückkommen zu uns. Ich glaube, hier haben wir gemerkt, dass man ja vielleicht noch mal die Scheiben aufschlagen kann. Ja, aber da war nichts drin, ne? Ja, ich glaube mich zu ändern, dass da tatsächlich was drin ist. Ich finde das ja immer so ein bisschen frevelhaft, diese Dinge zu zerstören. Mach es jetzt, mach es. Du bist das ja. Aber die Karte wird jetzt erst angezeigt. Das wäre mir viel zu gefährlich, das zu zerstören. Also auf diese Art. Zum einen, jede Schnittbunde kann das Ende sein. Teter muss, lässt grüßen und so. Ja, vor allem, du haust ja auch so drauf, da spratzt es dir ins Gesicht. Das willst du doch nicht. Ja, ich rede mal vor, du kriegst einen Splitter ins Auge, ey. Alter. Es gibt ja keine Ärzte mehr so wirklich. Ähm, nee, aber ich finde ja zum Beispiel so, wenn man ... Schwanger. Scheiße, Schwanger. Wie kann man sowas nur geheim halten? Wenn du so ins Kolosseum guckst oder sonst was, was ja auch zerstört wurde. Also bewusst von untergegangenen Zivilisationen vor langer Zeit. Scheiße. Wohnt hier jemand? Ja, so scheint es. Ein Zerro. Das würden irgendwann auch mal solche Ruinen einer untergegangenen Kultur. Alles, ja. 4. September. Ich, Paris, Green und Adams haben es vor zwei Tagen zum Horchforsten geschafft. Und bisher läuft es insofern gut, dass die WLF hier noch nicht aufgetaucht ist. Die Stadt ist an die WLF gefallen. Nur durch pures Glück und gutes Training konnten wir aus dem Hauptquartier entkommen. Taurus, Ward und die anderen sind wahrscheinlich tot. Wir haben ja unsere Lage aufgeschlagen. Im Moment bin ich einfach nur froh, dass ich am Leben bin. Ich kann nicht schlafen. Ich habe hohes Fieber. Keine Medikamente. Ich habe überall gesucht. Wir haben nichts außer unseren Uniformen. Über Funk? Von Funk bekommen, ja. Die Uniform von Funk, genau. Kriegen wir keinen Kontakt. Wie viele von uns haben es rausgeschafft? 7. September. Ich habe immer noch Fieber. Ich habe keine größeren Wunden. Es kann also eigentlich keine Infektion sein. Die anderen wollen warten, bis es dunkel wird und dann im Krankenhaus Medikamente für mich besorgen und Vorräte für die Weiterreise. Wohin auch immer. Sie sind echt okay. 10. September. Das dürfte nicht so lange dauern. Okay. Die Notiz ist alt. Trotzdem. Lieber vorsichtig. Ich finde es immer schön, dass er sich da so in diesem Gebäude noch ein kleines Zelt aufgestellt hat. Das ist, als wenn er sich drin verkriechen wollte. So, ne? Man könnte ja auch einfach da auf der Couch pennen oder so. Ne, die da steht. Ne, ich brauche noch ein kleines Schutzhäuschen für mich. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Habe ich früher auch immer gemacht. Wer hat das nicht gemacht? Als Kind im Wohnzimmer gecampt. Oder irgendwo anders. Ja, und auch da wieder diese schöne Notiz, die einem so ... Ja, wo wir dem Leben anderer Leute hinterherlaufen. Also, das auf dem Weg einfach so mitbekommen. Ja, in gewisser Weise sind wir so was wie eine Historikerin. Wir laufen so durch. Alles untergegangene Zivilisationen und Kulturen. Und wir selbst verstehen nur wenig davon. Müssen uns das quasi durch Deduktion oder so irgendwie herausfinden, was eigentlich genau, wie Menschen früher funktioniert haben. Wobei sie natürlich viel erfahren hat von Joel. Ja. Aber trotzdem ist das für sie alles nie erlebt. Im Grunde ist mit Joel die letzte Verbindung auch zur alten Welt für sie gestorben. Ihre Freundin ist ja auch in der neuen Welt groß geworden. Ich glaube, je älter man hier wird in dieser Welt, desto wahrscheinlicher ist, dass man irgendwann ablebt. Also, so viele alte Menschen wird es nicht geben. Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Da liegt noch eine Karte. Das sehe ich doch hier mit Adlerauge. Von hier. Beyond. C. 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 Habe ich nicht mit dir gemeckert? Ich glaube, du gehst jetzt noch mal runter, weil ich dir gesagt hatte, da war noch eine Tür und ich war mir nicht sicher, ob man da wieder zurückkommt oder ob man dann quasi, dass dann wieder irgendeine Tür kommt, die sich schließt und dann kommt man nicht mehr zurück oder irgendwas. Ja, es ist ja alles cool. Deswegen gehst du noch mal wieder runter. Uns ist ja vor allen Dingen, uns ist ja auch bewusst, das ist ja alles ein bisschen undankbar, weil wir haben natürlich währenddessen über was geredet, haben dann auch mal stehen geblieben, haben auch mal die Kamera gedreht, einfach nur, weil man gerade quatscht. Es sieht dann für euch natürlich aus der Perspektive jetzt ein bisschen doof aus alles, aber wie gesagt, besser als wenn wir es noch mal neu hinspielen und irgendwie so fake machen, das muss nicht sein. Okay, es gibt wieder was vorzulesen. 13. September. Sie kommen nicht zurück. Entweder sind sie überfallen worden oder sie haben mich im Stich gelassen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich krank geworden bin. Wenigstens ist das Fieber jetzt weg, aber dafür sterbe ich vor Hunger. Ich sollte mir in den Häusern hier was zu essen suchen und dann mal sehen, ob ich irgendwen über Funk erreichen kann. 15. September. Der Dauerregen bedeutet zumindest, dass ich nicht verdurste. Leider setzt dadurch auch ständig die Stromversorgung aus. Nicht gerade günstig, wenn man funken will. Nicht es antwortet, ne okay. Nicht es antwortet ja sowieso niemand. Die WLF kann unmöglich alle väterer Heuchposten ausgelöscht haben. Ich muss es weiter versuchen. 16. September. Ich habe geträumt, dass ich an einer Schusswunde verblutet bin und sie lachend daneben gestanden haben. Vor einer Stunde bin ich aufgewacht. Ich habe im ganzen Körper gezittert. Ich brauche eine Zigarette. Man sollte ja meinen, dass in einem Theater irgendwo ein oder zwei Päckchen herumliegen. Aber nichts. Ja, 19. September war ich jetzt zu schnell für mich selbst. Der Strom ist schon wieder aus. Ich sollte besser auf dem Dach nachsehen gehen. Und das ist der eigentlich wichtige Part, der einzig wichtige Part hier. Auf dem Dach. Strom. Ich muss den Strom einschalten. Ich kann aber echt gut verstehen, dass Leute sich aufregen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Let's Play mache und eben nicht so spiele, wie andere es machen. Oder ich gehe halt zum Beispiel immer den anderen Weg. Ich mache immer die Alternativvariante. Ich gehe immer erst in den Nebenraum. Oder ich gehe manchmal folge ich auch dem, was die Entwickler ausgelegt haben, an Hints visuellen oder direkt jede Nebentür noch auszusuchen. Und man ist da als Zuschauer natürlich. Du willst im Grunde eine Illusion haben. Du spielst es selbst. Du willst eigentlich, du bist zu faul zum Spielen und willst eigentlich quasi mit den Gedanken jemanden. Das ist ja auch wie beim Fußball oder so auch. Wenn du dich darüber aufregst, dass jemand den Pass nicht dahin spielt, wo du ihn jetzt hinten gespielt hättest, sondern eine andere Idee hatte. Und das kann einen schon mal wahnsinnig machen. Und das ist wirklich, ich kann das, ich habe ein, zwei Mal auch anderen Leuten dabei zugeguckt und man wird automatisch, wird man kirre, wenn das nicht so läuft. Ja, aber irgendwas ist immer. Dafür, finde ich, weiß man bei uns zumindest immer, was man kriegt. Shit. Wirst du hinüber? Ja. Du warst wohl kein besonders guter Elektriker. Wenn die Schuhe weg sind, ist jemand tot. Das ist eine ganz sichere Regel und in dem Fall sind die Schuhe ab. Aber ich finde, das ist jetzt echt auch so eine Geschichte, weil wir lernen den Typen kennen, seine Geschichte, ein Schicksal. Es ist nicht einfach nur ein Rippe. Und das ist das Ende, genau. Und du hast da was Schönes gesagt in dem Original, dass es so ein bisschen ist wie bei Stephen King. Geschafft. Bei The Stand. Ich habe die Extended Version zur Hälfte gelesen, du hast es ganz gelesen. Ja, aber die Mitte ist gut bei The Stand, nicht das Ende oder so, nur die Mitte. Aber da hat es so erzählt, dass Stephen King mir eben auch so ganz viele Alltagsgeschichten erzählt, die dann alle im Tod enden. Also quasi all die Geschichten, die man eigentlich nicht erzählt bekommt, weil sie dann halt abrupt irgendwo enden, ganz unspektakulär. Menschen, die unspektakulär einfach sterben, weil sie vergessen haben, dass wir keine Ärzte mehr haben. Oder weil sie irgendwo einen Fehler machen, der dann drei Wochen später zu einem Verhängnis wird. Es ist total spannend, sage ich mal, ab der Apokalypse weiterzudenken, was dann mit Leuten passiert, die die überlebt haben. Weil man denkt immer, ja, das sind doch die Glücksschweine, die haben es doch geschafft. Nee, dann fängt das wirkliche Überleben, sieht man ja wunderbar hier immer. Und deswegen, ich sehe da total die Connection. Hier fängt das wahre Überleben ja erst an. Ja. Und ja, alle diese Dystopien gehen ja ähnlich immer aus. Die Menschen werden immer mehr zu Monstern und fangen an sich selbst gegenseitig in irgendeiner Form zu zerfleischen. Ich persönlich bin da eher Optimist. Ich glaube immer noch daran, dass es auch andere Zukunftsszenarien im Falle einer Apokalypse geben könnte. Aber da muss genug Essen da sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Insofern hat Budi schon immer recht, wenn er sagt, als erstes direkt was anpflanzen. Vielleicht nicht direkt, wenn die Zombies noch da sind. Aber da wollte ich gucken, ob es Lackschäden gibt, wenn man gegen die Tür haut. Und die Antwort ist ja. Ja, da bist du einfach wieder rausgegangen und hast einfach nicht das mit dem Funkgerät gemacht. Was hast du irgendwie vergessen in dem Moment? Ja, weil wir geredet haben. Das ist ja das, ich weiß jetzt nicht mehr, über was wir gesprochen haben. Wir haben wahrscheinlich, vielleicht habe ich auch was gezeigt. Manchmal läuft man ja irgendwo hin, um was zu zeigen. Aber ich glaube, in dem Fall haben wir es beide vergessen. Sonst hättest du mich nämlich garantiert längst darauf aufmerksam gemacht. Ja, das habe ich aber gleich gemacht. Na ja, ich sage ja. Dann läufst du erstmal noch rum und so ist die Tür. Und da sind wir bei, wir gucken, Nils und Simon guckt Simon zu. Ich habe aber auch an der Stelle jetzt hier den undankbaren Job, dass ich auch nicht weiß, über was wir hier geredet haben. Und es nicht nur meine Schuld ist. Jetzt gehst du wieder um, da habe ich gemeckert. Da habe ich gesagt, da bei der Bar, bei welcher Bar denn? Hast du gesagt? War es wirklich so? Hier ist der zerstörte Gang, okay, ja. Du dachtest, glaube ich, die Bar unten. Ach ja, da, da oben meinst du. Ah, okay. Da besuchen wir es auch keine Bar. Es ist ein Schreibtisch. Ja. Bar jeder Verwechslungsgefahr mit einer Bar. Okay, jetzt. Funkgerät. Strom. Was ist das? Okay. Ich finde sie als Charakter echt irgendwie cool. Ihre Mimik ist super, auch dieses angespannte Permanent. Die kriegt mal ganz früh, kriegt die hier diese Falten, die Zornfalten, weil die immer angestrengt guckt. Ja, aber die ist halt auch einfach im Überlebensmodus. Ey, die kannst du nicht verdenken. Luxus irgendwie, keine Grüblerfalten zu haben mit 40 oder so. Ich würde niemandem trauen in diesem Universum, der quasi eine glatte Haut hat. Sie hat offensichtlich noch nie draußen gelebt. Ich finde, wie sie gewachsen ist als Charakter und wie sie abgehärtet wurde von der Welt und so. Na klar, killt sie ein bisschen, aber das ist halt einfach Gameplay, dass man halt auch viele Leute killt. Das ist halt so. In einem Film würde es anders sein, aber es ist halt nun mal ein Spiel. Genau, und das gehört halt dazu. Deswegen ist es auch irgendwie Quatsch zu sagen, sie hat schon 100 Leute getötet. Ja, da kannst du ja bei Uncharted auch bei jedem Teil mit auseinandernehmen. Gameplay halt ist halt notwendig, so soll ja auch irgendwie so ein Action-Gameplay sein. Aber ansonsten finde ich, ja, finde ich sie echt einen super Charakter. Vor allem, man will ja... Ah, okay, ich lese das mal vor. Ach, nee. Sick Habit. Brick Shit Houses. 2013. Okay, die Songliste. Was ist der Unterschied zwischen Once More Into The Breach und Once More Into The Breach? Die Karle ist einfach wahrscheinlich ein Fehler gewesen, ne? Ich weiß es nicht. Da wird vielleicht irgendein sprachlicher Gag vorhanden sein, den ich jetzt auch gerade... Den wir nicht raffen, ja, ist schade. Einmal hinter die Bühne gucken. Oh, gruselig. Niemals. Was ist ein Stranger Ort auch für so ein Rock-Punk-Konzert? Ah. Noch eine Gitarre, die sie nicht mitnehmen wird. Mhm. Mhm. Was denn? Das ist, du hast echt ein Problem, ihr alle habt Probleme, wenn Leute nicht nach den Regeln spielen, ne? Das geht nicht, wie, aber es wurde doch weiß angezeigt, wie kann er denn was anderes machen? Warum macht er das nicht wie ein Roboter, wie eine Rechenmaschine immer dasselbe, was das Spiel will? Die Lochkarte hat es doch vorgegeben. So seid ihr immer alle. So denke ich, wenn ihr alle mich kritisiert, wenn ich irgendwas mache, wo ich denke, ja, aber ist es nicht ein Spiel? Das war ein geiler Moment jetzt. Mann! Das klingt doch allmählich nach was. Ach, ich bin schlecht. Nein. Dir muss erst mal Hornhaut wachsen. Das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Nehmen wir eher halb auf den Rucksack. Zick mit Chamu. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten. Ich sag's dir nicht. Okay. Ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Komm's dir nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst ein Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Ah! 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 Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Willst schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du schimmst schon besser. Aber denk dran. Nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Elli, komm her. Zieh dir das an. Siehst du den Hirsch? Siehst du? Da drüben. Schau. Ja. Ich sehe es. Ja. Sieht aus wie... Besser, dass du das mehr oder weniger vorher gesehen hast. Gott, wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja. Eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Ich finde es auch sehr schön gemacht, wie jung sie jetzt aussieht, obwohl es nur drei Jahre sind. Und sie war vielleicht, ich weiß nicht, wie... Ja, aber drei Jahre waren viel ausgehörig. Aber diese drei Jahre hat... Sie ist ja immer noch sehr jung, aber man sieht schon wirklich die Apokalypse in ihrem Gesicht so, ne? Was ist das? Mein Geschichtslehrer aus der sechsten Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Äh, wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so leicht ist. Trotzdem. Und wieder ein Tauchgang. Da hab ich dir noch gesagt, dass das so meine Horrorvorstellung ist, in so eine unbekannte Höhle oder so abzutauen, wo man nicht weiß, wann man wieder Luft holen kann. Völlig verrückt. Das ist ja ein One-Way-Ticket. Wie viel hast du eigentlich davon? Man kann nicht mehr umdrehen. Die springen in so einem Fall ja immer rein mit der Hoffnung, dass dann da irgendwo, als ob das eine Regel ist, dass das wird schon reichen, dass jemand, die hätten das sonst nicht so gebaut. Ich hatte eben übrigens ganz am Anfang bei der Musik und allem und Joel hatte ich original direkt Gänsehaut. Das ist echt krass. Einfach, dass er wieder da ist, das war einfach echt. Ist das eine riesige Contest-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdists. Die sollen mega sein. Ja, ich jetzt. Beweg dich mal. Ich weiß noch, dass wir hier über die Grafik einfach uns bewundert ausgelassen haben. Guckt euch das an, diese Lichtstimmung, dieses Gemüse überall, die Insekten. Das ist, wir sind in einer Zeit angekommen, wo Spiele einfach aussehen wie echt, wenn man es richtig will. Wenn man Zeit, Geld und Lust hat und alles, wow. Ach du Scheiße, Joel. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Der König der Echsen-Tyrann. Na, so große. Das ist ein Dinosaurier. Was hattest du vor? Ellie, sei vorsichtig. Ich klettere auf einen Saurier. Ja, das sehe ich. Aber brich dir nicht den Hals, wenn du runterfällst. Sieh mich an! Ich bin auf einem Riesensaurier! Oh, was tust du da? Nicht springen! Kletter einfach runter! Glaubst du, man könnte auch runterklettern? An der Stelle? Wahrscheinlich nicht, oder? Also darf man halt sagen, okay, ich kletter zurück. Er gibt einem ja die Wahl. Ach so, meinst du das? Im Spiel? Ach so, das weiß ich nicht. Gute Frage. Hast du das gesehen? Ja, hab ich. Oh, war das nicht super? Super, dass du dir nichts gebrochen hast. Ah, das war super. Kinder, das macht mich wütend. Ja. Einmal irgendwie auf den Stein gesprungen, zack. Ende. Im Gelände. Tja. Ja. Aber auch das wieder so ein Moment, ne? Also du hast diesen Schwanz gesehen und gedacht, okay, das ist jetzt eine Einladung, ich probier's mal. Und dann klappt's auch wirklich und es kommt so eine Zwischensequenz. Ich weiß gar nicht, ob das ... Man hätte es vielleicht gar nicht triggern können. Ja, man hätte es vielleicht auch besser. Aber das war das Natürlichste auf der Welt, das man da hochklettert hat, natürlich. Aber wenn du mit dem Inside-Brain, deswegen würde ich auch nicht lange überleben, weil ich würde sowas dann machen, Tod. Es geht super schnell. Ich würde mich von allem fernhalten. Und mir so einen Bunker suchen vielleicht und einfach leben. Oh, was ist das? Ähm, ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Hm, okay. Schon gut. Ja, das war so Magic irgendwie. Ich bin vorhin gerade total im Dinosaurier-Game. Ich kenn die alle, weil, ähm, ich einen Sohn hab in einem Alter, wo der auch voll auf Dinos steht. Deswegen kenn ich die alle. Oh, Mann! Willst du mal? Richtig interessanter. Dein Pech. Hm. Genau, da haben wir so gefragt, was das ist. Ach, Automated Mini Wax Factory. Ja. 2,99 Euro. Ich finde immer wieder faszinierend, die, ja, der Detailgrad, der in solche Spielereien geht, ne? Irgendwelche Poster, dies und das, irgendwelche Gegenstände im Regal. Ach, es ist einfach krass. Wow, der aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Dei... Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja. Zumindest hießen die so in diesem Film damals. Hm. Hm. Diese Kralle. Ja. Ey, Dinos sind einfach so krass, dass, wenn man sich vorstellt, dass es die einfach wirklich gegeben hat und wie groß die waren und so, das ist so lächerlich. Kommt so Gnatus. Kommt so Gnatus. Huh. Großer Name für die Zwerge. Ja, die griffen als Schwarm an. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Aus einem anderen. Nämlich dem Zweifelteil. War aber nicht so gut. Das ist so lustig, weil es wahr ist. Ja. Weil die meisten wissen, was wir haben über den Dinosaurier. Das ist von Jurassic Park. Und Was-ist-was-Bücher natürlich. Von denen aber auch wieder bestimmt einige überholt sind. Definitiv. Ich habe mein altes Was-ist-was-Buch, ähm, Dinos habe ich noch. Oder ich habe viele gehabt. Und es ist wirklich lustig, dass sie teilweise wirklich veraltet sind. Es ist faszinierend, wie schnell sich Dinge dann doch nochmal ändern. Obwohl das schon... Obwohl das verdammt lange ist. Das ist ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht. Das ist ja nicht lustig, dass die Skelette der Dinosaurier selbst die Menschheitszeit überlebt hat. Und wir haben sie wieder zusammengesetzt. Stimmt. Ich habe 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhafen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was. Wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. Ich hoffe, sie hatten diesen Filmabend. Mhm. Gali Mimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Bei ihm will ich immer so wie so eine Harfe so durchgehen, wie durch den Kamm. Das ist ein geiler... So was könnte auch ein Kamm sein. Das ist wirklich ein Design. Der kann sich direkt so nehmen und... War ein Spitzenpredator. Was ist ein Spitzenpredator? Ne, viele Spitzen. Der allerkrasseste Predator. Hm. Der ist aber klein. Mhm. Warte, meinst du etwa mich? Na gut, wenn man wüsste, wie viele Leute sie noch erledigt, muss ich sagen. Ja. Sie ist auch ein Spitzenpredator. Ja, ähm. Stimmt. Aha, jetzt sammeln wir schon den Flashbacks-Karten. Von Nighthaw. Ja, das muss ich vielleicht erklären. Man kann das mit dem Button und den Sticks machen. Haha. Fantastisch. Ich bin ja großer Spiegel-Fan, Spiele-Spiegel-Fan. Weil das eine große Kunst ist, das richtig zu kriegen. Wahrscheinlich so, wenn man eine Playstation-Kamera hätte, könnte man das wahrscheinlich so machen, dass die das nachmacht, was man macht. Wenn man überlegt, wie weit mittlerweile alles ist, doch, mit Apps und so, ist es ja schon möglich. Ich bin gespannt, was die PS5, wenn wir das jetzt aufnehmen, ist ja leider noch nicht die PS5-Veröffentlichung gewesen. Aber da ist jetzt, kommt jetzt demnächst die Präsentation. Morgen. Ach, morgen schon, ja? Ja, stimmt. Also, wenn ihr das seht, ist vielleicht eine Woche her oder so. Ich bin sehr gespannt, was da wirklich an Dingen kommt, die man halt nicht erwartet, sag ich mal. Irgendwas, auch Kinect, war ja eine Sache, die hat man nicht direkt erwartet. Insofern fand ich es cool, dass da jemand was gemacht hat. Hat nicht geklappt. Aber ich finde es immer schön, wenn was Neues versucht wird. Diese Fußabdrücke. Was ist das denn? Es gibt wirklich Orte, wo diese bis heute, diese Fußabdrücke einfach im Boden sind. Millionen von Jahren. Das ist der, von dem du erzählt hast. Der Veloci-Raptor. Das ist sehr klein. Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus wie Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Was sind Donald Duck? Das erinnert mich immer ans Alien. Perfekte Eierform. Ach genau, darüber haben wir auch gesprochen. Über die Saurier mit Federn. Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Wissenschaftsfilme. Hier ist der Ankylosaurus. Der ist geil. Ah, mit dem dicken Brat von hinten. Was ist damit? Da sind wir respektlos. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hut-O-Saurier. Manchmal würde ich gerne die englische Version sehen, nur um die Übersetzung verstehen zu können. Weil ich glaube, sie haben auch hier einen Fehler gemacht. Ich bin aber eigentlich ganz zufrieden. Joels Stimme ist ein bisschen komisch, oder? Wirkt, als hätte der Sprecher irgendwie Watte im Mund. Aber ich glaube, das Original hat auch so gesprochen. Also im ersten Teil meine ich die Stimme. War so ähnlich. Es ist schon okay. Die sind groß schon okay. Es ist okay. Aber ich hätte trotzdem gerne noch mal das Original gehört als Vergleich. Du hast das ja bei der State of Play wahrscheinlich. Nee, da war ja nicht viel wahrscheinlich dann. Nee, also allzu viel war nicht. Aber ich hatte mir auch noch mal den Rückblick angefuckt damals. Da war das im Englischen. Ja. Ja, Sarah liebt das Museum. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Hey! Was wäre denn, wenn man den Hut nicht hätte? Wirklich reizt. Ja, gute Frage. Sag ich doch. Da wäre vielleicht diese Sequenz aber nicht gekommen. Ja, oder das? Wer weiß, was man für Sequenzen nicht bekommen hat, weil wir eben diesen Hut dann nicht genommen haben. Genau, was ist denn da der Stand? Ist es jetzt ein Asteroid, der alles ausgelöscht hat oder war es ein Vulkan, ein Supervulkan? Oder was ist der Stand? Ich glaube, dass sie es wirklich immer noch nicht prozentig wissen, aber ich glaube, die Vermutung, dass es ein Meteorit war. Ja, ist jetzt auch nicht, wäre nicht so ungewöhnlich. Es gefällt dir nicht. Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Sei bloß still. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Äh, hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater, Venus erklärt Erde. Oh, okay, verstehe. Das ist echt cool. Moment, was ist nochmal T? Welcher Planet ist weg mit T an? Welches Wort hat denn das T? Jeden Tag. Mein Vater erklärt mir jeden Tag unsere neuen Planeten. Uranus, neun gibt es aber auch nicht. Eigentlich ist es Sonntag. Das Sprichwort erklärt er mir jeden Sonntag. Ich verstehe. Ja. Saturn, ja. Gibt so ein Foto von Berner von Braun. Rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben es überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. So ein Foto von Berner von Braun, diesem Raketenwissenschaftler, der ja auch das amerikanische Weltraumprogramm nach dem Zweiten Weltkrieg fehlerführend übernommen hat, der vorher im Weltkrieg auch so die V2-Raketen und so gebaut hat. Und da sitzt er so und im Hintergrund sind seine ganzen Raketen, die er gebaut hat, angefangen mit den kleinen, mit der V1 oder was und dann V2 und die wird immer größer, immer größer. Und die letzte Rakete ist so groß, dass sie in der Decke verschwindet sozusagen und wahrscheinlich, weil er der Chef war, bei den Typen da über ihm ein Loch irgendwie in die Decke geboren hat, mit dieser dumme Rakete mit dem richtigen Maßstab. Ja, aber Leute haben auch gesagt, ja, können wir sich ein bisschen kleiner nahe... Nein, muss der Original-Maßstab sein, ja. Und das sieht halt so ähnlich aus wie da, die... Ich dachte, du sagst jetzt vor dem Foto, äh, mit der Farbe, die er erfunden hat. Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Das ist auch cool, dass man alles anfassen darf. Begehbares Museum. Nicht so schnell, junge Dame. Wenn du ins Weltall willst, brauchst du einen Helm. Hoho, klar. Wie dumm von mir. Das ist alles so schön gemacht. Man hat zwischendurch immer wieder noch so individualisierbare Momente, wie die, welchen Helden nimmt man und so. Das ist einfach geil, Mann. Da ist wirklich Liebe reingeflossen. Abgesehen davon, dass das, also wirklich interessant ist auch, ne? Na, halt all. Und Staub. Mega interessant alles. Würde das auch gerne rumlaufen, muss ich angucken. Endlich darf man mal was anfassen. Ich glaube, da haben wir noch den Helm gewechselt. Ja. Mein Gott, diese eidlen Raumfahrer. Was ziehe ich heute an? Ja. Darf ich erzählen, diese Tieftaucher-Rüstung, die sind krass. Oder Leute, die wirklich das gemacht haben. Das und die Raumfahrer sind auf jeden Fall Helden meiner Welt. Weil so viel Entdeckungsdrang, dass man sich das traut, wow. Ja, also diese ersten Taucher, das hattest du da auch gesagt, das sind halt so Anzüge, denen kann man nicht trauen. Überhaupt nicht. Und dann haben die dann so einen langen Schlauch und dann muss jemand am Deck bleiben, der Luft reinpumpt. Und wenn der auf einmal einschläft oder so. Ja, oder wenn der dir Geld schuldet und keinen Bock hat. Wow. Was zum Teufel? Okay. Wow. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleiner. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Schließ die Augen. Du wirst es mögen. Okay. 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 30 Sekunden und counting. 20 Sekunden und counting. 20 Sekunden und counting. 15 Sekunden. Guidance ist internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence. 5, 4, 3, 2, 1. 4, all engines running. Liftoff. 34, Norbert Auch. An alleens. Das Maine ist zumattelgewert. Aufspapoke frisch. 5, 4, 3, 1. existe Europa schilf. 30 Sekunden und 19 F AL. 35 Sekunden. 45 Sekunden. 50 Sekunden. 55 Sekunden. devast Podcast ist bei den. 50 Sekunden. 57 Sekunden. 55 Sekunden. War das okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Hey. Willkommen auf der Erde. Ja. Ach ja. Das Schöne ist, jetzt hatte ich gerade mal die Zeit und habe nicht auf sie, sondern auf ihn geachtet am Anfang und es ist wirklich wunderschön zu sehen, wie er sich schon so freut und diese Kassette dann so rausholt, dieses verschmitzte Lachen und so. Man kann so richtig diese Freude und diesen Stolz und so, dass er ihm das geben kann und so nachvollziehen und natürlich, klar, denkt er dabei an seine eigene Tochter und es ist alles so, es ist so eine simple Sache und doch sagt so viel aus und ist so voller Bedeutung und boah. Ja, es ist einfach großartig gemacht. Das ist wirklich der Inbegriff von so Show, Don't Tell, weil es ja einfach, du brauchst nichts erklären, man rafft es. Ja, definitiv. Und das ist einfach, ja, gibt ja immer wieder Leute, die sagen so, sie können da mit diesem Genre nix anfangen oder generell, aber ich denke so, ey, das ist einfach so gut gemacht, das ist so cineastisch und so, wie die die Charaktere einfach aufbauen und atmen lassen und so, das ist so toll. Das ist wirklich ein Laserschwert, weil es jetzt, sehe ich jetzt erst, dass da unten auch Space Artifacts steht. Ja. 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 Mein Gott, sie wird auch nie einen Mann finden, der an ihren Vater rankommt. Also, das kannst du vergessen. Ah, vorne ist noch mehr Museumszeug. Deswegen hat sie eine Frau gefunden, die an ihren Vater rankommt. Fuck. Dann los. Und wie genau willst du da hinkommen? Hä? Naaaaaah! Ellie! Oh Gott! Warum musst du immer auf mir rumhacken? Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Höre endlich auf damit! Na, dann spring doch mal rein! Wir müssen noch mehr erkunden! Geronimo! Mit diesen ganzen Stahlträgern da unter Wasser! Ja, nicht nur das, auch der offene Rucksack mit ihrem Walkman drin! Ja! Die Kassette vorhin von ihm, ne? Ja! Die Bücher, die Zeichnungen, ja! Egal! Komm hier nie im Buch! Ah! Aber vornehmlich die Stahlträger! Ja, das ist ja schön, wie man ihn so abtreibt. Da ist so ein leichter Abtrieb im Flug. Ja! Es gibt's wahrscheinlich dieses Museum eins zu eins so. Kann ich mir vorstellen, dass sie das nachgebaut haben. Ja! Hey! Heb mich da rein! Also, ich weiß nicht! Ich mach die Tür für dich auf! Komm, sei kein Spielverderber! Ich kann so richtig deine Verzweiflung machen! Ja, ja! Mann, schenk doch! Eine Endzeit! Okay! Jo! Jo! Doch! Aber du kannst natürlich das Kind ja auch nicht machen! Ich mach dich permanent nur, dann wird's unglücklich und das bringt auch nichts! Ey, warte mal! Diese Dialoge hast du auch ohne Endzeit! Ja! Und es ist genau diese Resignation! Okay! Schlechte Neuigkeiten! Irgendein Mist blockiert die Tür! Dann... Sieh mal nach, ob ich anders vorreißen kann! Ich geh aus dem Grund! Okay! Sei vorsichtig! Und du auch! Hier gibt's die Nosaurier! Ich seh den Ausgang immer noch nicht! Wo ist denn da jetzt her? Wo geht's denn weiter? Ach da! Ey, ich hab auch die Kunst! Genau so! Irgendwo, ey! Dass du gerade so die Ecke nicht siehst, wo du lang könntest! Aber das kann ja auch was Schönes sein! Ja, ich empfinde das! Wenn man nicht den direkten Weg immer sieht, sondern auch... eine nicht-lineare Betrachtungsweise führt ja zu neuen Ergebnissen! Dich hätte ich gerne bei Bewerbungsgesprächen einfach als Partner dabei, der das immer erklärt! Ja, aber schauen Sie mal! Kannst du auch folgendermaßen sehen! Wollen Sie Leute haben, die denselben ausgetretenen Pfad nehmen? Oder wollen Sie Leute haben, die neue Pfade für Sie eröffnen? Mein Name ist Simon Kretschmann! Meine Gehaltsvorstellungen sind gering! Da dieses Schaubild da mit dem Elch ist auch so geil, weil Elche so unglaublich groß sind! Da hatten wir auch schon drüber gesprochen! Das ist auch so geil! Schwanz von einem Stegosaurier, irgendwie Körper von einem Ankylosaurus und so! Das ist auch so ein typisches Ding, was man ja wirklich macht, dass man das zusammenwürfelt! Und die geilsten Sachen von allen nimmt! Deswegen fand ich die Karte so cool! Wie der an den Elch, ey! Ey, wir hätten so Probleme, wenn wir Menschen Geweihe hätten! Wirklich! Da müsst ihr immer dran denken! Wer braucht eine Umarmung? Alles wäre anders! Wirklich, die Hutmode wäre anders! Auch Menschen, ja, Hüte, Menschenansammeln wären ein Megaproblem! Türen! Aber Social Distancing wäre einfacher durchzusetzen! Ja! Es ist dunkel hier! Also, wir haben eben so gerade über diese Dings eigentlich drüber gelabert! Das haben wir natürlich da nicht gemacht! Ähm, The Four Soldiers at the Gate! Der Letzte hat geweint, ja! Das ist ganz klar, dass da jemand... Scheiße! So ein bisschen Buße! So ein bisschen büßt! Ne, wie heißt das? Äh, beichtet! Ja! Aber was da halt auch steht, ist das echt... Ja! Ja, aber es zeigt wieder mal, dass halt die Menschheit hier wirklich an einem Wendepunkt angelangt ist! Ja! Weil es wird, es eskaliert auch immer mehr! Das meine ich, jemand will nur essen! Mhm! Das hätte man selbst sein können, aber man ist nun mal auf der anderen Seite! Komm raus, Arschloch! Auch das wieder so, wie man auf den Spuren eines vergangenen Lebens wandelt! Ja! Und über diese Messages sich dieses Puzzleteil zusammensetzt! Ja, das könnten jetzt aber auch echt Sätze von uns sein! Ja! Also, Elli hat... Könnte da direkt daneben schreiben! Und da wird der Platz nicht reichen! Ja! Ne, alleine wie viele Leute sie erledigt hat, wo sie auch hätte vorbeilaufen können! Das ist eigentlich der Punkt, glaub ich! Den auch er versucht zu machen! Weil es teilweise eben nicht nötig gewesen wäre! Nun, da ist er! Da ist er, ne? Da liegt er! There is no light! Da ist rennlicht! Aber light... Wenn man das übersetzt, ist light light! Das ist eigentlich eine sehr treffende Übersetzung! Ich glaub, da unten links lag noch was! Bedankt! Ja, da liegt er halt, ne? So... Wir wollten das Light beenden! Wir wollten die Menschheit retten! Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagten unsere Anführer, das ist es wert! Jetzt haben wir uns aufgelöst! Und nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen! Ich dachte, hier herzukommen, würde wieder irgendwas in mir entfachen! Ein Sinn! Meine Eltern sind so gerne mit mir hier gewesen! Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von vor dem Ausbruch! Vor der ganzen Grausamkeit und Brutalität! Diese Erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht! Ich will in dieser Welt nicht mehr leben! Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich geworden bin! Tja... Ja, verständlich! Ja, es ist so dieses... Die Helden leben so lange, bis sie selbst zu dem Bösen werden oder so! Es ist so ein bisschen dieses Ding! Wer in dieser Zeit überleben will, muss sich die Hände schmutzig machen! Ja! Oder er verzweifelt daran und, äh, ja! In dieser Transformation, ja! Also, ich könnt das! Ich könnt das alles! Ich glaub, um ehrlich sein nicht, aber ich wollt's mal sagen! Ah! Shit! Man hat ja, der erste Impuls war, das ist ein Wolf, ne? Ja! Weil man ja grad diese Wölfe noch so präsentiert bekommen hat, Ich bin hier! Was war das denn? Nur irgendein Tier! Ja! Gut, wir sollten weiter! Ich will ein Feuer machen, bevor's zu dunkel wird! Na komm! Ich glaub, in dieser Zeit wird sich eher so das Familiäre durchsetzen, dass so Blut dicker ist als Wasser und man innerhalb der Familie vertraut, aber außerhalb überhaupt nicht mehr. Mhm! Ich glaub, das kann nicht mehr! Weil diese Fraktionen sieht man ja! Die sind alle brüchig, da ist Politik und persönliche... Das wird alles nicht funktionieren in so einer Zeit! Nur noch Familien werden irgendwie, glaub ich, klappen! Bisschen so in Mad Max! Oh! Der böse Fischtermänner! Der Eklige mit der Maske und so! Das ist traurig, dass seine Kinder und so... Das ist alles so ein bisschen eklig! Ja, stimmt! Entschuldigung, ich hör schon auf! Und da lässt sie ihre Jacke liegen und das macht mich wahnsinnig! Jacke und die Gitarre, mich macht die Gitarre noch rüber! Aber so ne Jacke kannst du doch gebrauchen! Da wollte ich noch mal ein bisschen klampfen! Weil's so einfach ist, weil sie die Akkorde so schön greift! Ja, ja! Ich seh besser nach! Aber der hätte ich gerne mal gesehen, du hast das ja mal geübt! Du kannst ja ein bisschen Gitarre schon! Ich kann ein paar Akkorde ja, vielleicht zehn, aber das Problem ist eher die... halt abrufen zu können und dann auch wechseln zu können, ohne dass da irgendwie eine Minute dazwischen verstreicht! Aber es ist faszinierend, ich hab Leute mit mir, die zeitlich mit mir angefangen haben, wie Chris oder so, die sind wahnsinnig gut mittlerweile! Unfassbar gut geworden! Der kann alles spielen, der hat ein richtiges Talent! Und ich sitz immer noch da und mach dieselben zwölf... Lern die selben zwölf Akkorde! Aber ich hab auch wenig Zeit und ich bin auch ein bisschen faul! Aber es ist schön, das so ein bisschen zu können! Also, ich find's nicht schade! Ja, und da haben wir uns natürlich gefragt, was ist denn jetzt los? Wo ist denn sie wieder hin? Hat sie jetzt ein schlechtes Gewissen und ist heimgegangen? Sie hat in der Zwischenzeit das Kind bekommen! Hier, das ist Frank, er ist vier Jahre alt! Vier Jahre! Du warst lange weg! Wie smooth die Übergänge immer sind, ne? Ja! Das ist so Wahnsinn! Hey! Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf! Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose! Die Antenne! Sie haben die Schule gesehen! Gut! Dieser Kerl! Owen! Er wird vermisst! Vielleicht hat Tommy ihn erwischt! Vielleicht! Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts! Einheit Romeo, komm zu Standort 2! Wiederhole! Bitte zu Standort 2 komm! Bestätigen! Also, die Zahlen stehen für Orte! Dieser TV-Sender hier, das ist die 6! Aus der 2 kommt ne Menge Lärm! Also ist das wohl ihr Hauptquartier! Das hilft! Hör mal! Letzte Nacht, das... Das war dumm! Verluste gemeldet in 14! Alle verfügbaren Einheiten melden! Over! Hier Standort 13! Einheit Lima in der Nähe! Wie viele Start habt ihr? Over! Negativ! Keine Start! Männliche Eindringling! Bewaffnet! Männliche Eindringling? Tommy! Wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher! Okay! Dann rate! Also... Wenn das die 7 ist... Und hier drüben die 12... Dann müsste es irgendwo hier sein! Hellcrest! Okay! Dina? Ja? Nicht gut! Hey! Ich übernehme das! Du überwachst sie, okay? Ja, okay! Warte! Gib her! Als Glücksbringer! Ich glaube nicht an Glück! Ich schon! Ich glaube nicht an Glück! Okay! Okay! Jetzt... Bin ich hier richtig! Bin ich hier richtig? Definitiv richtig! Ja, und da war's vorbei! Da hast du quasi auf Pause machen wollen! Weil die Stunde war vorbei! Und ich weiß, was noch kommt! Und das wird auch richtig geil jetzt! Also es bleibt toll! Ich sag nicht, aber es bleibt toll! Es bleibt toll! Und ab der nächsten Folge ist auch wieder alles normal! Das waren jetzt zwei Folgen, die wir nachkommentiert haben! Special-Folgen! Special-coole, innovative Folgen! Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gelabert! Vielleicht ganz am Anfang der letzten Folge, aber es geht schon! Ich fand's auch gut! Aber wie gesagt, ab der nächsten Folge ist eh wieder alles anders! Da geht's ganz normal weiter! Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen! Ich hoffe, ihr habt diese beiden Folgen gut überstanden! Macht's gut und auf Wiedersehen, oder? Ja! Tschö! Tschö! Moin und hallo! Herzlich willkommen zu Lasse was 2! Die nächste Folge! Ich bin wieder am Pad! Und wir sind quasi jetzt in dieser Stadt hier! In dieser neuen Stadt! Aus dem Museum raus durch die Stadt! Und natürlich aus dem Flashback auch raus! Kurze Erklärung! Ihr habt die letzten zwei Folgen natürlich mit uns in anderer Form gesehen und sind die Aufnahmen leider kaputt gegangen! Das heißt, das ist die erste wirkliche wieder Live-on-Tape-Geschichte mit euch! Tut uns leid, kann halt immer mal passieren! Aber jetzt ist alles wieder gut! Ey! Es ist alles, also so, wenn man das jetzt von außen sieht, ne? Es ist alles, ob jetzt WLF oder FEDRA oder so, das ist offensichtlich nicht von einer zu unterscheiden! Ich glaube auch, dass das ein bisschen die Idee ist! Es sind nur, dass die Anführer mehr oder weniger dieser Fraktion wollen einfach den Loot haben und die Rechte und alles! Und es geht gar nicht mehr darum, wer wirklich der Mensch hat, hilft! Niemand hat das geplündert! Das ist erstaunlich! Oder ist das... Ich meine, es sind auch nicht gerade die Überlebensklamotten! Ne, aber ich meine, so ein neues Jackett! Ja, stimmt schon! Ein bisschen! Einfach nur, weil du es dir dein ganzes Leben lang vielleicht nicht leisten konntest! Zum Beispiel! Einmal! Ich glaube, ich wäre so ein Anzugsapokalyptiker, der im Anzug rumlaufen würde in der Endzeit! Einfach nur, weil es irgendwie cool ist! Wenn mich dann einer sieht, dann... Könntest du vielleicht ein bisschen lauter machen? Ich? Ja! Am Fernseher? Ja! Das geht! Okay, dann mach ich am Fernseher lauter! Einfach das Rädchen ein Stück nach rechts oder links drehen! Nicht nach oben, sonst wechselst du den Input! Okay, nach links oder rechts? Ähm... Rechts ist lauter, ja! Geil! Danke, danke! Kann das sein? Ne, wir haben gar keinen Ton! Doch! Regie! Nein, nein! Schieß mal! Da ist kein Ton! Ich sammle dir was ein! Okay, doch! Es war so still, dass ich dachte, wenn nicht mehr ihre Schritte... Die Apokalypse ist still, Simon! Nein! In der Apokalypse hörte ich niemanden schreien! Weil ja keiner da ist! Oh, da kann ich ja immer noch lang! Da komm ich ja auch schon rüber! Gucken wir aber erstmal hier in diesen Waschsalon! Was ist denn hier noch erwartet? Special Cola! Früher gab es noch Kinder Cola, die kenne ich noch! Oh ja! Oder? Gibt es heute gar nicht mehr Kinder Cola? They're your fangs! They think we are sheep! They think we are sheep! Oh, warte mal! Das war wahrscheinlich... Vielleicht hat da ja auch jemand... Huch! Jetzt habe ich es aus wie ein... Egal, jetzt ist es weg! Ich glaube, da ist ja noch ein Code drauf! Auf der Rückseite habe ich gedacht, vielleicht noch was, aber es ist egal! Oh, jetzt ist es... Zu späeet! Oh, können wir irgendwas bauen? Ich glaube nicht! Eine! Ah! Ah! Ja! Healthpack vielleicht! Ich zweifel noch ein bisschen wichtiger als Mollo! Ach! Wir können hier, guck mal! Wir können uns mal einen Schalldämpfer kaufen! Oh! Ja, endlich! Was brauchen wir da für eine Flasche und Lumpen? Ja, das habe ich tatsächlich so auch schon häufiger gehört! Ja, das macht ja Sinn! Das kannst du maximal einmal benutzen! Ja, deswegen geht das auch relativ schnell kaputt! Aber du meinst in Wirklichkeit, ja? Ne, ich habe schon häufiger gesehen, dass man sowas bauen kann! Ich frage mich dann immer, ja! Aber muss man das an der Werkbank dann zusammensetzen erstmal noch? Ah ne! Das ist jetzt hier drauf! Ach was! Ah ja! Aber das ist natürlich jetzt für ein Moment, wo man auch wirklich wichtig leise sein muss! Okay! Dann wahrscheinlich hier mal so rüber, ne? Wie du immer den Weg findest! Aber sie machen es auch gut! Boah! Wie komm ich da hoch? Du Scheiße! So viele von diesen Arschlöchern! Wie seien die so eilig! Halt durch, Tommy! Das macht mich jetzt ein bisschen misstrauisch! Es ist toll, wie das jetzt einfach aussieht! Jede neue Location, jetzt mal wenn du über den Hügel kommst, der Horizont irgendwie sich zeigt, bin ich total beeindruckt! Wie Naughty Dog das aber auch echt schafft, von allen die schönste Optik immer zu finden! Ja! Keiner kriegt das so gut hin wie die! Ja, das ist einfach klar! Das ist deren Stärke! Und die schaffen es aber auch irgendwie halt... Ja, aber es ist nicht mal die einzige Stärke! Das ist echt faszinierend! Faszinierend! Ahhhh! Hier ist immer ein Backstein dabei! Ja klar, Mann ey! Ah Mist! Wieso kommt immer das, was man gerade voll hat? Oder fühlt sich das nur so an? Ich glaub wir können jetzt auch schon wieder was machen! Und zwar, wir wollten ja hier weitergehen, ne? Lauschmodus Klarheit! Schnellerer Bewegung in Bauchlage! Ah ja! Gut! Ah, Moni! Nice! Ah, hat sich doch... Ah! Sogar noch ein Zettel! Boris, wo sind wir hier nur hereingeraten? Die Wolves sollten alles besser machen! Das Militär hat alle Vorräte gehortet, hat bestimmt, was wir sagen dürfen und was wir tun sollen! Und bisher machen die Wolves genau dasselbe! Und jetzt sollen auch noch alle ins Stadion umziehen? Was? Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen! Ich habe hier den Ausbruch überlebt! Ich ziehe nicht in ein Flüchtlingslager, in dem mir irgendein Arschloch sagt, wann ich mir den Hintern abwischen darf! Das hier ist mein Zuhause! Wir brauchen einen Plan! Wir dürfen uns damit nicht abfinden! Uli! Ja! Und so geht der Kreislauf einfach immer weiter! Ja! Jetzt sind es die Wolves! Dann darfst du den spielen! Wie viele Fraktionen gibt es hier eigentlich, die alle Diktator spielen wollen? Ja, warte mal! Die Haupt! Die W... Irgendwas... WBF oder wie die heißen? Dann die... WLF, ja! WLF, ja! Washington Liberation Front! Davor gab es die Federas! Dann war es Federa! Dann die Fireflies sind die Revoluzzer! Hier sind es auch noch andere, oder? Äh, Entwa? Nee, Entwa! WLFs! WLFs, genau! Das ist schon ähnlich wie in Walking Dead, dass sich verschiedene Fraktionen am Ende immer gleich entwickeln. Aha! Vielleicht ist das einfach die Natur des Menschen! Ja, sich in Fraktion zu organisieren auf jeden Fall! Ja, und das dann kaputt zu machen irgendwie! Ja! Und sich so zu organisieren, dass man irgendwann alles ad absurdum führt! Ah, da war ein Zettel! Ja, da war ein Zettel! Ah, da war ein Zettel! Ah, da war ein Zettel! Boris! Wulfs sind ins Federa Hauptquartier eingebrochen und haben die Namenslisten gefunden! Sie sollen bereits an Türen klopfen und aus Soldaten suchen! Ich werde mich nicht in meiner eigenen Stadt exekutieren lassen! Ich will versuchen, unter neuem Namen zurückzukommen, wenn sich alles beruhigt hat! Ich konnte Alfie nicht finden! Ich habe sein Futter hinter dein Haus gestellt! Kraul ihn bitte ordentlich von mir, falls ich nicht wiederkomme! Er hat dich und Sophia immer sehr geliebt! Jolanda! Mein Gott, den Hund sogar dagelassen! Krass! Dann muss das eng sein! Ja! Ja, krass! Jetzt haben sie ja irgendeine Liste... Wie ist das jetzt hier passiert? Sie haben eine Liste gefunden mit Soldaten, der quasi bei den ehemaligen Feinden war und jetzt haben sie die dann irgendwann auch aussortiert, ja? Ja, so wie ich es verstehe, wollten sie die Soldaten vielleicht... Quasi ausschalten oder so? Ausschalten, ja! Damit die halt nicht... Die kampferfahrene Leute halt einfach irgendwie ausschalten! Damit fängt es ja immer erst an! Wir haben ja auch schon gesehen, wie es dann weitergeht! Irgendwann gehen denn dann die Leute aus und gleichzeitig auch die Rationen! Und plötzlich wird man für seine sexuelle Orientierung rausgeschmissen oder anderes! Ja! So schnell geht das! Ich glaube, da kannst du mal vorne die Frontscheibe von dem... Von dem... Ja, hier links... Genau! Das Ding hier, rechts! Das kannst du bestimmt einhauen! Ja! Ah, da ist aber nichts! Ja, egal! Eine Sammelkarte wenigstens! Oh! Aber wir haben die Abkalypse ein Stück weit vorangetrieben! Ja! Da ist auch nichts! Zu! Also auf jeden Fall muss ich da gleich hinten die Leiter hoch, aber selbstredend muss man immer abseits des Hauptpfades zuerst gucken! Genau! Weil da lungert der Loot rum im Zweifel! Na, guck mal hier! Noch mal ein bisschen was ins Notizbuch! Fuck the Wolves! Ne, the WLF! Fuck the WLF! Da, fuck the WLF! The Wolves! Washington Liberation Front! Okay, WLF und die Wolves sind die gleichen übrigens, ne? Ist auch interessant, ihren Monolog, ihren inneren Monolog quasi zu lesen in dem Tagebuch, was sie zu dem Thema denkt mit ihrer Freundin. Ah, spannend alles! Ich hoffe einfach mal, es läuft für beide, geht's gut aus! Ich hätte gerne ein Last of Us 3! Die, die, die ... I remember her throwing up in Kendrick, this is too much, it all fucking makes sense, the throwing up, how tired she's been, what the fuck, Dina, why didn't you tell me, why didn't you bust me? But, did you trust her? What should I do? It's too late to turn back, just gotta end this thing on, as quickly as possible. Okay. Gut, dann gehe ich mal da durch, es sei denn, hier ist noch irgendwas Erquickendes. Ach ne, da kamen wir ja her. Genau. Upp, dann geht's jetzt da weiter. Ne, da war zu, genau. Hier, was ist mit hier? Klo ist immer was Gutes. Ah, guck mal hier. Chloe. Auch ein guter Name. Für jemanden, der auf dem Klo lebt. Oh, und hinauf. Mal schauen. Da ist Stacheldraht. Ja, da lag auch irgendwas. Oh? Da, aber es ist wahrscheinlich doch nix. Hier? Okay, ich hab, Entschuldigung, vielleicht hab ich schon Phantom... Loot. Äh, ja. Kannst du ja nicht drüber? Doch, aber ich dachte, wollte eigentlich erst mal rechts daneben hoch. Immer noch meine Maske übrigens hier auf, sehe ich gerade. Die ich gerade beim Kiosk aufhatte. Fuck. Ah, der verdammte Hund. Ja, der hatte ich. Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen. Kämpfen. Diese Einzelgänger verständen sich nur. Was zum Teufel ist das? Sehr gut. Wir sehen mal nach. Mal gucken, ob der Hund davon jetzt auch abgelenkt wird. Ja. Da stand der gerade. War vom Werfen auch, ja? Okay. Ja. Ach, da steht's ja. Ich sehe nichts. Gut? Wir checken jeden Laden. Ich will kein Risiko eingehen. Aber das mit der Fährte ist auch eine schöne Spielmechanik. Mhm. Das würde auch sehr gut in Metal Gear Solid reinpassen. Echt? Ja. Ist das die Frisierladen oder was? Da. Shit! Er hatte ich noch nicht, er hatte ich noch nicht. Jetzt hat er dich. Oh Gott. War nötig. Flora! Los! Reif gleichzeitig an! Inselbaden! Was, noch einer? Ah! Ich konnte nicht schießen. Die Animation war... Ja! Okay, komm, eine haste. Jetzt erst mal abhauen. Beide Hunde sind weg. Der lebt noch. Oh! Oh, hör auf so zu schreien jetzt! Ei, ei, ei. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Schon ein bisschen lustig. Warte, warte, warte. Was ein dummer Schuss das war. Im richtigen Moment weggezogen. Ah, toll! Erledige sie! Jawoll! Der eine Schuss gerade. Wie lächerlich war der denn eigentlich? Aber schade, sie haben dich trotzdem gehört, weil sie kommen trotzdem dahin, wo du jetzt bist. Gut, es war vorher auch laut, aber trotzdem. Der Schuss eben war leise. Ah! Ja, Mann! Einer noch. Vielleicht ein bisschen heilen? Mhm. So. So. Oh, Mist. Und so. Ja. Ich wollte sagen, und so überlebt man in der Apokalypse, aber das war knapp. Ja. In der Tat. Kannst du nochmal scouten, ob irgendwie... Ja, erstmal heil kurz. Mhm. Holla! Ich glaube, das war's fürs Erste. Wenig Munition. Ah, da gibt's noch mehr. Gut. Hinter dem Tresen war der Typ noch. Er hat bestimmt auch Muni. Hier hinten, ja. Da hinten. Ah, da blinkt was. Ah, Schrot-Muni. Sehr gut. Ah, Stein machen wir nicht. Frechheit. Ja, wirklich. Hä? Was ist das denn wirklich? Da können wir auch in Ruhe uns... Ah, warte. Noch mehr? Nee. War eine Parkour. Deine Zeit ist abgelaufen. Ah, hier genau. Hier liegt noch einer, da. Das ist nicht fair. Wir haben geguckt. Das war noch ein Gewehr. Ich glaube, er sieht's gar nicht. Rechten Stick reindrücken. Oder einfach den Kopf ballern. Okay. Ich sehe jetzt nichts mehr. Okay. Ja gut, dann Looty, Looty. Jetzt haben wir ein bisschen gekämpft. Jetzt wollen wir auch ein bisschen looten. So, hatte ich dich ja schon gesnackt. Hier ist nichts. Doch. Geil. Kann ich direkt die eine Kugel, die ich aus unserem wichtigen Snipergewehr verbraucht habe, direkt wieder an mich nehmen. Denn das tut dir auch immer weh, wenn man Sniper-Modition findet und kann sie nicht mehr mitnehmen. Das ist das Schlimmste. Man hebt sich alles auf und muss dafür so viel liegen lassen. Und dann entgegen der Kampf kannst du gar nicht richtig benutzen. So ist es meistens. Nein, aber hier ist ja schon eine gute Waffe, die du wirklich sinnvoll einsetzen kannst. Ah, Tipp ist voll. Oh, Simon. Ja, ich sehe es, aber der ist zu. Den werden wir nicht mal versuchen aufzumachen. Steht auf dem Boden. Also Scherben einfach noch. Schade. Da liegt noch was. Ah, gerade noch gesagt, ne. Ich wünschte, man hätte ein größeres Mal. Ein bisschen größer, ein kleines bisschen größer könnte es sein. Der muss, glaube ich, den Rucksack upgraden. Ja. So, äh, hier waren wir gerade, ne. Das war ja das, was... Oder, Simon? Ja, ich wollte kurz schauen, wie viel Zeit... Ach, und es bleibt noch kurz. Von gerade, genau. Hatte ich den hier schon gelootet? Der hatte nur einen Backstein bei sich, okay. So. Dann können wir mal weiter. Ja. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Oh. Hier ist es richtig vermodert. Das Holz sieht vermoderter aus als andere Sachen, oder? Was soll hier, ja? Was ist hier geschehen? Den Schrank kann man hier aufmachen, oder? Ja. Das ist einfach... Hier hat der Pilz besonders viel Freude am Modern gehabt. Am Rummodern. Habe ich da aufs Dach? Nee. Hier auch, ne? Flaschen. Überall Flaschen. Nix. Aber bei sowas hätte ich auch immer Schiss, wenn da... Das reicht ja, wenn da eine kleine Restscherbe ist. Du fasst da rein. Tetanuss. Ja. Tot. Wahrscheinlich kann man sich selbst noch eine Tetanuss-Schutzimpfung geben. Wahrscheinlich kann man sich selbst noch eine Tetanuss-Schutzimpfung geben. Das kriegt man vielleicht noch hin. Ah. Absolute Horrorvorstellung. Ja. Mit einem Loch in der Wand bringt es viel. Ich wollte gerade sagen, ist das wirklich sinnvoll? Ja, wahrscheinlich geht es hier wirklich nicht weiter. Also rechts nicht raus. Ja, siehste. Okay. Hinterhof hier. Ah ja. Guck mal. Nope. Ist das ein Radio? Ne, doch nicht. Da ist gerade ein Radio Tower. Das ist einfach nur ein Verteilerpunkt. Huchawuchawuchawuchawuchawuch. Garage. Kann sie nicht hoch springen. beziehungsweise ist das ein Stromkasten da hinten? Nee, nix mehr. Ich kann ja im Knopf, dass das Tor doch noch aufgeht. Das sieht durch dieses Gitter auch so aus, als müsste man da hinten. Guck mal, das wird später noch wichtig. Ja, guck mal, da ist wieder unsere Rollbutze. Ah, jetzt kommen wir wahrscheinlich über das Gitter. Hat das wer gehört? Ich freu mich das auch, aber offensichtlich nicht. Da lag eben, egal, lag noch Loot, aber... Echt? Wo? Ja, ist jetzt nicht wirklich wichtig. Hä? Ah, da! Links, drei Schrauben. Hast du gut gesehen. Da! Oh, eine volle Flasche. Schade. Können wir wahrscheinlich nochmal ein... Obwohl? Was brauchen wir dafür? Ah, das Tuch. Du hast keinen Lappen. Ja. So. Und dann kommen wir her, mein Kumpel. Dann musst du auf die... Nee, warte mal. Da ist Stacheldreieb. Nee, genau. Stacheldreieb. Die Frage ist, wie kriegst du es da hoch? Ach, von rechts, ja. Ich muss einfach dann einmal komplett rum. Das ist ja schon fast ein Rätsel. Ja, richtig. Aber richtig cool wäre es, wenn man mit dem Fuß unten quasi die Bremse einstellen könnte. Ja. Okay, wahrscheinlich drauf und... Tschüss. Ja, schöne Idee. Wie bitte eigentlich auch, wenn wir jetzt hier verrecken sollten. Warte. Und unsere schwangere Freundin einfach... Also die ist dann ja auch komplett alleine, weißt du? Das darf nicht passieren. Wir werden dieses Kind erziehen. Da können wir mal gucken, ob wir gleich noch was bauen können. Ah, jetzt kriege ich das tun. Mal, immerhin wieder einen Lappen. Ah, ein bisschen hart. Von Uli. Boris, es tut mir so leid. Es ist entsetzlich, was die Wolfs Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolfs behaupten müssen. Als sie damit anfing, ihre Regeln zu übersprühen, habe ich sie nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würde aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wolfs rächen willst. Glaub mir, es geht mir genauso. Aber das können wir nicht machen. Noch nicht. Wir müssen clever sein. Warten, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen. Und werden sich dabei nach dir richten. Du warst hier nach dem Ausbruch ein Anführer. Du musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben, Uli. Ob dieser Boris dann eventuell in dieselbe Falle getappt ist? In die alle Anführer scheinbar tappen? Ob wir irgendwann später noch Zettel finden, wie Boris versucht hat, die Führung zu übernehmen und das auch wieder nicht geklappt hat? Tja, das könnte sein. Oder ob wir eventuell einen dieser Charaktere noch mal treffen und uns vielleicht nur wissen, wenn wir vorher die Zettel auch alle genießen haben. Aber wissen wir denn eigentlich, dass das jetzt hier noch die Wolfs sind? Ich habe den Überblick völlig verloren. Für mich ist das ein Brei aus... Ich wollte gerade sagen, wer weiß. Genau. Okay, warte. Was haben wir denn hier noch nicht? Stabilität, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate, Kapazität, finde ich gut. Ich bin immer für Kapazität. Haben wir schon. Hier aber noch nicht. Nein, hier nicht, ja. Das ist gut. Bei der Schrotflinte auf jeden Fall. Kapazität, ja, das ist auch gut. Können wir uns auch gerade so leisten. Schnipp, schnipp. Was sieht man da jetzt eigentlich? Ich merke bei sowas ja auch immer wieder, wie fürchterlich unbrauchbar ich in einer Apokalypse wäre. Ja, weil du keine Ahnung hast, wie Waffen funktionieren. Aber das kriegst du raus. Das musst du dann. Muss man dann, ja. Der Heil direkt nachgeladen. Sehr schön. Hammer. Sie ist sehr talentiert an der Schrotflinte. Schalter im Warten fertigen. Achso, das ist super. Man kann das auch direkt mit einem kurz... einen kurzen Button machen. Achso, hier war ich ja schon. Okay, weiter geht's. Warte mal ganz kurz. Wir kamen von der Seite. Achso, hier geht's wieder raus. Okay. Achso, eine Tür. Oh, die ist zu. Scheint mir. Ich hatte früher, habe ich immer Fahrräder bekommen. Also auch nicht so viele, aber halt ein Fahrrad. Und dann fand ich das immer, die hatten immer diese, die hatten den ganzen Sicherheitskram. Die hatten einen Gepäckträger. Die hatten diese Schutzmetall drumherum. Und eine Lampe. Und hatten so komische Blitzmark-Lackierungen. Und so Aufkleber. Und sie sahen so hässlich aus, wie man sich's nur vorstellen kann. Die Art Dinger, die du bei Otto-Katalog bestellst. Und dann hab ich jedes Mal, wenn ich ein neues hatte, hab ich das jedes Mal alles abgeschraubt. Mit so Striemel irgendwie die Farbe abgerieben. Oder so versucht. Und am Ende sah es so scheiße aus. Ich war fraglich bis heute, was ich mir dabei gedacht hab. Was ich wollte war, ich wollte ein cooles Chrom-Fahrrad, cooles Chrom-Mountainbike haben. Und hab nicht gerafft, dass das mit so einem Kaufhausrad einfach nicht geht. Aber ich hab's so gut hingekriegt, wie es eben ging. Das fiel mir gerade wieder ein, als ich diese chromierten Rahmen gesehen habe. Ja, wenn man jung ist, hat man selbst eine Vorstellung. Das ist manchmal einfach so. Vor allem, ich hab's ja nicht mal richtig gerafft, dass das scheiße aussieht. Ich dachte einfach, ja, ist doch cool so. Und dann hab ich mir natürlich die Spielkarten an die Speichen gemacht. Das kennst du, den Move. Ja, ja, ja. Das ist aber so ein typischer amerikanischer Move. Weiß ich nicht. Ich hab das für mich erfunden. Uh. Wo ist denn jetzt diese Deutlichkeit? Findest du, dass man das deutlicher sieht? Naja, es ist ein bisschen heller, aber es ist nicht wirklich deutlicher, finde ich auch nicht. Oh, da ist er, da ist er. Ja, schnell. Oh! Roter Regen auf dein Haupt. Gut. Schnelle Exklusion ausgewichen. Gut die Waffen benutzt. Okay. Wann sind wir nicht los, ne? Ist mir lieber, als jetzt hier so... So. Oh, das stinkt. Ich hasse Schändler. Ja, ich auch. Noch voll. Wir haben noch nicht einmal eine Explosionsfalle gelegt, ne? Noch nicht. Aber nächstes Mal. Merken wir uns auch mal. Aber die Mollos sind echt super. Und die Schrot. Das sind die beiden, die muss man sich eigentlich echt aufheben für diese speziellen Gegnertypen. vermodert alles hier, ey. Warte mal ganz kurz. Hier war ich, das wollte ich gerade sagen. Ja, hier war es schon. Jetzt kann ich mir doch her. Da sind, genau da waren die. So, dann muss das hier auch irgendwie weitergehen. Da doch. Ich habe irgendwo ein Loch in der Wand. Da. Ah. Da geht's hoch. Das ist nix. Warte mal. Das wäre ein alternativer Weg gewesen, oder was? Aha. Haben wir aber nicht gesehen. Zehn. Zehn. Oh, zehn ist gut. Machen wir da mal wieder irgendwas? Nee, das würden die ja mir sagen, ne? Die geben ja mir mal hin. Das wird angedeutet, ja. Was brauchen wir denn? 50. Zwölf. Mit zwölf? Ich denke, dass Bewegung in Bauchlage ist aber auch. Wie bitte? Ja, ich frage mich dann immer, wie sinnvoll ist es? Schnellbewegung in Bauchlage. Nee, aber das, was danach kommt, ist, glaube ich, das Interessante, ne? Und zwar verbessert der Schalldämpfer, okay, aber das hier, schnellere Laut... Oh, nee. Ja, aber schon nicht unwichtig. Hat er nicht irgendwas, was du schossst? Schneller und besser... Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, na gut. Ja, es gibt zwei, drei gute Sachen noch. Dazwischen ist nur Müll. Das ist ein Kinderhort. Oh, so ein Kinderhort. Oh, nein. Hier kommen wieder irgendwelche gemeinen Geschichten. Ist das da rechts? Das ist die Kindergärtnerin. Outdoor-Sportsman. Jetzt kriegst du noch irgendwas, oder? Glaube ich. Der große Test. 15 Zielfernrohre für Jagdgewerder. Ah, jetzt kriegst du ein Plus aufs Snipern. Ja? Ich glaube, da war sowas, ja. Geil. Präzision. Ha, das ist jetzt neu. Geil. Noch welche? Verbesserte Zielstabilität und Genauigkeit. Das finde ich jetzt aber interessant, dass da neue Optionen noch aufpoppen, neben denen, die verschlossen sind. Gut zu wissen. Das heißt, man kann viel machen. Das ist gut. Ja, aber das ist doch gut. Haben wir wieder was. Genauigkeit und Stabilität ist doch alles nice. Das ist doch das, was wir wollen. Guck mal hier. Aber das finde ich ja das Grausamste, so irgendwie. mit Kindern. Da bin ich auch alt geworden. Das wäre mir früher ja egal gewesen. Das wäre mir früher ja egal gewesen. Gertig. Das war gut. Schöner, kurzer Faustkampf. Mit einem Rohr. Ist auch nicht mehr ewig haltbar. Zwei Schläge. Holt mich doch hier, Wichser. Ja. Wie ich die Geschichten hier kenne, haben sie noch gekriegt. Ja, ich denke auch. Ja, hier waren wir schon. Ja, du hörst auch so eine Heulerin. Da. Oh Mann. Na, komm mal zurück jetzt. Alter, wo geht es dir denn hin? Nutz mir die Zeit, um mal zu gucken. Haben wir hier schon drin? Da war auch, rechts war auch einer. Hast du gesehen? Nee, aber ich glaube dir. Oh, oh. Leer gerade rein? Ah, okay. Da ist einer. Oh, das ist so ein dickmopsiger. Ja, das ist einer von den richtig dicken Mopsigen, ne? Vielleicht müssen wir an dem vorbei. Sie haben hier aber nicht gesehen, oder? Nee. Was sagen, ey. Dann gehe ich erstmal da rüber, gucken wir uns diesen Salon da hinten nochmal an. Wo ist jetzt denn die Ilse? Da hinten. Alter, die ist ja komplett da rumgerannt. Oder? Ich sitze irgendwie übersehen. Ich würde die gerne, weil wenn ich jetzt gleich gegen den kämpfen sollte und in die Situation komme, auf ihn schießen zu müssen, dann will ich nicht, dass die angerannt kommt und mir ein Rücken fällt. Deswegen will ich mich gerne vorher um die kümmern. Die ist da hinter der Wand. Na toll. Dafür riskiere ich ja die Entdeckung. Gut. Die nehme ich gerne. Oh, pass auf. Hier geht's weiter. Uli, unsere Herzen werden immer an Hillcrest hängen. Aber nach Sophias Tod haben wir uns entschlossen, mit den anderen zum Stadion zu gehen. Wir müssen an unsere eigenen Kinder denken. Die Brandmans. PS, wir haben Boris vor ein paar Stunden gesehen. Ihr wollt mit ihm reden, aber er wirkte abwesend. Bitte sprich mit ihm. Ich hoffe, ihr stießt euch uns an. Ja, was war vorher? Das oder das Gespräch mit Boris? Ist Boris irgendwann ausgetickt oder konnte er sich nochmal zusammenreißen? Wir werden es wahrscheinlich irgendwann erfahren, wenn wir die Leichen von den Dings finden hier. Von den ehemaligen... Ach so, im Stadion dann. Ich wette, wir kommen zum Stadion. Ja, wir kommen zum Stadion irgendwann, ja. Das denke ich auch. Ich denke, das wird dann auch ein wirklich heftiger Ort werden. Egal wie. Ob es überrannt wurde oder ob da noch Leute leben. Es wird auf jeden Fall hart. So, du hast noch einen Schlag. Eventuell reparieren. Ja, wenn wir eine Werkbank finden, ne? Ach ja, brauchst du ja eine Werkbank. Geht ja nicht so. Dann würde ich das... Oder? Warte mal. Nee, geht nicht mehr, oder? Nee, ich glaube, du hast recht. Geht nicht so. Doch, es würde gehen. Leider. Nee. Ja. Aber wir haben alle Materialien. Wir müssen jetzt einfach ein neues Rohr finden. Schade, aber die sind echt wichtig. Ich höre schon wieder ein. Oh. Ein. Oh. Okay, ob sich das lohnt, das da wegzuschieben? Also mein Gefühl ist, wenn ich das wegschiebe, dann geht die Tür auf und dann kommen die alle raus. Aber die kannst du gut verbrennen mit dem Molotow. Oder mach doch mal ein paar. Hier, diese Fallen könntest du jetzt mal ausprobieren. Auch eine gute Idee. Aber wie legst du die und... Naja, die würden ja hier durchkommen. Wenn ich da abhaue, würden die da durchkommen. Ich gucke erst mal, was hier noch ist. Wo willst du denn überhaupt dann hin mit der... Ja, das ist halt die Frage, ob das jetzt einfach nur eine Verarsche von dem Spiel ist, weil man das so gelernt hat, die Dinger wegzuziehen, dass man es nicht muss. Oder ob ich tatsächlich dann das brauche, um irgendwo hochzukommen. Oder ob du hier weiter musst. Oder genau, oder ob es da halt weitergeht. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Ah nee, hier links ist eine Mauer. Da rüber. Oder der Zaun, meine ich. Entschuldigung. Da. Das Ding? Da komme ich auch so rüber. Das hier meinst du? Stimmt, da komme ich auch so rüber. Da komme ich auch so rüber. Ja okay, komm, dann wollen wir es jetzt auch mal wissen. Ja, ich will es jetzt irgendwie auch wissen. Die Tonne ist scheinbar nicht wichtig, aber die Tonne, was hinter der Tonne ist, ist eine Rolle. Und da, wo der Dickmops war, da ist ja auch noch, ne? Schere voll. Da. Da ging es in diesem komischen anderen Raum, da ging es ja auch noch weiter. Als ich mich nicht getraut hatte, also wo ich erstmal die anderen platt machen wollte. Aber wir machen das jetzt einfach, weil ich bin auch echt neugierig. Wir können ja echt theoretisch hier eine Sprengfalle mal hinlegen. Wie macht man das jetzt? Wie lege ich die jetzt aus? Achso. Können wir mal hier raufsetzen? Nicht in die Sprengfalle reinlaufen. Kann sein, dass doch nichts passiert? Oh! Du hast noch einen Schuss. Ich hätte doch zuerst geschwungen. Du schaffst es, du schaffst es. Ja, aber es ärgert mich, weil ich geschwungen hatte. Ich hatte den Schwingschwung angesetzt. Aber das war toll. Das war ne richtig geile Aktion eben. Ich hätte auch nur Molo werfen können. Hier kommt wieder irgendwas. Ja, natürlich. Schippen, Dicker. Kann ich einen bauen? Brennt er? Oh, und der andere auch noch? Ja. Der rennt, oh, er brennt nicht, aber er ist reingerannt. Ah, und der andere brennt doch. Aber es hat nicht gereicht. Also Feuer ist gegen die gar nicht so gut. Ich hab den nicht perfekt getroffen. Na, ihn hast du, ja, ja, aber letztes Mal, oh, L3. Letztes Mal hast du einen voll getroffen und der hält auf jeden Fall mehr als ein Molotow aus. Aber der normale Infizierte eigentlich nicht. Aber der ist immer dann selbst reingelaufen. Ein bisschen dumm ist. Kann ich nicht, die kann ich keinen Ahnen. Ich kann keinen Neuen bauen. Okay, so schnell geht das, ne? So schnell ist man out of shit. Aber jetzt gucken wir uns natürlich nochmal an, was da jetzt in dieser Tür ist, ob sich das gelohnt hat. Ach ja, ich hab die Tür ganz vergessen. Also wir haben es ja wissentlich gemacht, ne? Das wäre ja schon jetzt schade, wenn es sich nicht lohnt. Das hat sich sicher gelohnt. Aber wie es da aussieht. Oh, fuck. Den haben wir doch natürlich noch nicht jetzt. Weiß nicht, oder erinnerst du dich an irgendwas? Dann werden wir doch hoffentlich noch was finden. Vielleicht irre ich mich, aber wir würden uns doch dran erinnern. An einem der... Zettel die Laufen, ne? Ne, need more, number 9, ne, ne, nix. Hm? Warte mal. Ne. Ne, also das wäre jetzt aber lächerlich. Ich erwarte, dass da richtig geiler Scheiß drin ist. Damit gebe ich mich nicht zu finden. Das ist wahrscheinlich doch nur ein Durchgang. Oder vielleicht findet man hier den Code. Also das muss sich lohnen da, also mit so vielen Leuten. Das muss sich jetzt lohnen. Das hat sich doch schon gelohnt. Ja, aber das ist die Muni, die ich auch verbraucht habe. Ne, die Bilanz, die Loot-Bilanz muss einfach höher sein. Das... Ne. Tape. Gehen wir mal hier an die Wände gucken, ob dir irgendwas steht. Warte, da sind Zahlen. Ne. Ne. Schon wieder das? September, Oktober? Nope. Ich gucke mal, ob wir irgendwelche Dokumente haben, weil wir haben... Ja, ja. Wir haben aber auch nicht alles uns angeguckt. Ja, 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 ja. Das hier ist auf jeden Fall eine Werkstatt. Ja. Hey, Joe, ich habe zur Sicherheit all die Waffen in den Safe in der alten Werkstatt. Der Code ist mein Geburtstag. So was, ja. Und dann ist direkt daneben ein Foto. Meine Geburtstagsfeier. 12. April 1967. 67. Da ist nix, ne? Ne. Schreiben. Ich erinnere mich auch nicht, dass wir irgendwas... Das konnte man, glaube ich... Konnte man das nicht umdrehen? Mit Dreieck, ja. Geht scheinbar nicht immer. Ah. Okay. Join the Washington Liberation Front. Naja. Miss. Tagebuch. Also, die Washington Liberation Front kam nach FINRA. Und FINRA ist der Offizielle. Vetterer, ja. Ja. Das ist der Offizielle, okay. Vetterer waren die ersten. Entschuldigen Sie, ich wollte nochmal das Tagebuch angucken, ob wir da irgendwas gefunden haben. Äh, nee, ne? Sieht nicht so aus. Naja. Nein, nee. Ich bin unbefriedigt. Ich will jetzt wissen... Ey, irgendwo muss es ein Hinweis sein. Es ist aber auch nicht schlimm. Also... Ey, es macht mich ganz... Ja, ja. Scheiß, aber du musst... Du musst da drüber stehen. Ja, aber es ist... Also, es muss ja irgendwo ein Hinweis sein. Über diese Zahlen. Das macht dir sonst... Also, die stellen ja nicht einfach ein Zähl dahin. Ja, mit Sicherheit. Klar, mit Sicherheit. Ist hier irgendwo ein Zettel. Kann auch sein, dass du ihn weiter vorne erst findest. Das habe ich auch schon häufiger gesehen. Das kann natürlich sein, ja. Ja. Theoretisch kommt man... Vielleicht kommt man mit dem... Ziehding. Gucken wir zum Beispiel über diese Mauer hier oder so. Irgendwo rauf, wo dieser Zettel zu finden ist. Könnte hier auch sein, ne? Siehst du hier irgendeinen Ort, wo man geil mit diesem... Wo man das hinschieben könnte? Ja, ich schaue auch, aber außer... Nee. Aber man sollte meinen, es ist nicht ohne Spaß hier. Ja. Also, es wäre schon ein bisschen... Kriegst du es denn... Da wird nichts mehr. Nee. Aber kriegst du es raus? Also, aus dem... Aus dem... Aus dem... Ja. Wenn das geht, wäre das ein Indikator, dass es vielleicht überhinkommt. Das ist, was man uns auch muss, ne? Sonst wäre die Lücke vielleicht kleiner oder so. Also, siehst du? Geht nämlich nicht. Das machen die nämlich aus Nettigkeit, damit du nicht ewig rumsuchst. Ja. Das ist in der Tat recht nett von denen gewesen. Dann gucken wir noch einmal... Der Safe ruft nach dir. Ja, ich kann ihn... Ich hätte gerne, dass wir am Ende jeder Folge einfach kurz ein Bild von dem Safe und dann so... Definitiv für das... Also... Und du wachst schweißgebadet auf. Simon! Wir müssen zurück! Aber wir sind doch gerade erst durch, Nils! Nein! Der Safe! Wir müssen zurück zum Safe! So, wo sind wir jetzt hier nicht... Wo sind wir panisch weggelaufen und haben nicht geguckt? Gibt's hier noch irgendeinen... Also wir müssen auf jeden Fall da rüber zu diesen Treppen. Aber irgendwo wird hier auf jeden Fall... Ach, das sieht halt alles so gleich aus. Ja, du warst hier auf jeden Fall noch nicht überall. Hier habe ich den Kampf gefühlt gerade. Kann das sein, dass es durch diese Läden dann weitergeht? Ja, hier waren wir schon. Ah, Fenster? Aber da waren wir noch nicht. Vielleicht hat ein Sterbender den Safe hier... Schnell noch mit seinem Blut die Kombination aufgeschrieben. Das würde ich machen, wenn ich ihm am Verbluten bin, mir langweilig ist, dann würde ich noch schnell irgendwie so Geheimnisse aufschreiben, die vielleicht gar keinen... Ja, die Leute auf eine Schatzsuche schicken, die er ins Wehre läuft einfach. Ich meine, so war dein Tod wenigstens nicht umsonst. Ah, Notiz? Ah, gib mir einen Code. Uli, es war Boris. Ich habe gesehen, wie er diese WLF-Patrouille abgeknallt hat. Scheiße. Ich kapiere es ja, sie haben seine Tochter getötet, aber er hat gerade unser Todesartikel unterschrieben. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen ihn ausliefern. Ich weiß, er ist dein Freund. Aber diese Wulfs haben das Mädchen wegen ein paar Graffitis erschossen. Denk mal darüber nach, was sie mit uns machen, wenn sie glauben, dass wir den Mörder von dreien ihrer Leute decken. Bitte komm nach der Sperrstunde zum üblichen Treffpunkt. Die haben aber auch nicht überlebt. Der Mr. X, den werden wir nachher noch treffen im... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Föhn. Achso. Vielen Dank. Jetzt kommen wir da auch rein. Die nehmen wir mal mit. Denn wir wissen alle, eine Flasche ist gut. Mein Ehrgeiz ist ungebrochen bezüglich... Hier! Hier waren wir noch nicht. Da warst du drin, genau. Hier war nämlich der Fatboy. Oh. Hier hat doch jemand in der Bar irgendwo im Suff die Safe-Kombination ausgeplaudert. Jetzt sag ich's dir! Hier drüben ist ein ganz schöner krasser Safe. Voll besassen! Zum Glück weiß niemand, dass ich als Einziger die Kombination 4, 8, 3, 2, 1, 2... Scheiße! Peng! So ist es in der Endzeit. Safe-Kombination immer mit ins Grab nehmen. Komm her, an irgendeinem Tisch muss er doch... Leute! Verratet mir euer Geheimnis! Nee! Da vielleicht? Da vielleicht? Ja! 30, 82, 65! 30, 82, 65! Wenn Dave vorbeikommt, wird er nach der Safe-Kombination fragen. Aber geh einfach rüber zur Werkstatt und gib sie selbst ein. Sonst kommt er deswegen noch 10 Mal. Die Kombination ist 30, 82, 65. Sehr, 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 sehr gut. Jemand muss mit seiner Frau reden. Ich weiß, sie will glauben, dass er wieder in Ordnung kommt. Aber wir müssen den Tatsachen ins Gesicht sehen. In der WLF-Basis soll es richtige Ärzte geben. Niemand würde ihn ihr übel nehmen, wenn sie geht. Außer Boris. Aber scheiß auf den. Niemand mag Boris. Ja, Boris ist eher so ehemaliger Anführer, der dann aber nicht mehr so wichtig wurde, glaube ich. Am Ende sind sie ja dann doch alles mit den Idioten mitgegangen. Ah. Aber ich glaube, Boris wird nochmal wichtig. Oder zumindest werden wir mehr über ihn erfahren. Das wäre doch schön. Jetzt will ich es wissen. Da ist die Treppe. Da wollen wir jetzt noch nicht durch. Jetzt gehen wir erstmal zur Werkstatt. Und öffnen die Save-Kombination, von der wir alle wissen, dass es sich gelohnt hat. Na, weißt du noch die Kombination? 30, 82, 65. Stimmt, glaube ich. So, warte. Ja, oder? Ja, könnte. Könnte stimmen. Darf ich? 30. Habe ich doch gerade schon gesagt. Aber du darfst. Es ist doch längst schon wieder Zeit vergangen. Was? 30, 82, 65? Ja, das wollte ich doch gerade beweisen, dass ich das kann. Beweis es mir. Ja, jetzt ist es zu spät. Du hast ja gerade im 82. Ich schwöre dir, der Chat hat nicht geglaubt, dass ich mich daran erinnere. Ja, na klar. Du hast es doch eben noch gesungen. Ja, aber da hast du eine Ahnung, wie oft ich, 65, wie oft ich solche Sachen schon, du hast doch nie ein Let's Play von mir gesehen. Zwei Sekunden ist alles, was ich brauche, um was zu vergessen. Oh, Messer, Muni. Alter, das hat sich ja so gelohnt. Werkzeug. Alter, geil, Alter. Was ist das? Das Schlangengürtel. Damit können wir noch irgendwas Geiles jetzt machen. Mehr Waffen, schneller ziehen, irgendwas. Ja, ja, oder? Das ist für irgendwas richtig gut. Gewehrholz da. Jetzt kannst du schneller Gewehrholz ziehen. Oh, du hast es beide, du musst es nicht mehr aus dem Rucksack holen. Ja, sehr, sehr geil. Und Muni. Und Werkzeugteile und Muni. Ich frage mich gerade, stell dir mal vor, du hättest die Zeitschrift zum Beispiel übersehen, die dir diesen komplett neuen Fähigkeitenbaum gegeben hat. Das wäre schon interessant. Ich frage mich, ob wir schon Sachen verpasst haben oder ob die einfach häufiger rumliegen, dass man die auf jeden Fall findet. Könnte sein, ja. Das wäre schon heftig, sowas zu verpassen. Aber das wäre wirklich krass. Aber die müssen dann eigentlich vermutlich an Orten liegen, die so linear sind, dass man wirklich wortwörtlich drüber läuft. Ja, das finde ich auch. Also so fast schon in der Cutscene, dass es genommen wird. Okay, du hast... Ja. Du kannst doch irgendwas bauen, was wichtig war. Einen Schalldämpfer konntest du bauen. Ja, genau. Das würde ich vielleicht dann aufheben, wenn wir ihn wirklich brauchen. Aber diese Anhäufung von diesen Pilzen, das ist immer, wenn irgendwo ein Mensch da gestorben ist, oder nicht? Ich habe das Gefühl, das wären immer so Menschen, die einfach sich hingelegt haben und aus ihnen dann alles gebuchert ist. Weil das war in dem Kindergarten auch so. Das finde ich immer spannend. Oh Gott. Ja, die armen Kinder. In dem Fall war es, glaube ich, ich glaube, es sollte die Kindergärtnerin sein. Weil es war zu groß. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Die Olle. Die hatte einen Job. Erwachsen. Ich finde es bewundernswert, wie du den Weg immer weißt und dich nicht verläufst. Das ist echt nicht schlecht. Ja, ich bin auch nicht der Mensch mit der besten Orientierung, glaub mal. Ja, was machen. Kannst du da drauf? Ja. Man kann immer nur rauf, also in den meisten Fällen, wenn man wirklich auch was machen kann. Was eigentlich ganz praktisch ist, aber was natürlich auch... Oh, tschau mal. Geil, kriegen wir noch einen Bogen irgendwann. Geil. Aber siehst du, das meine ich. Und wenn du den jetzt noch zehn Jahre liegen lässt, wird der raus so ein richtiger Wucherpilz. Ich würde mich so freuen auf einen Film. Ich hoffe, die Serie wird gut. Ich hoffe, sie machen es auch so kompromisslos. What the fuck? Was war das? Ja, eine Serie wäre echt geil. Aber dann einfach alles besser machen als Walking Dead. Ich glaube, Walking Dead ist am eigenen Erfolg ein bisschen zugrunde gegangen. Walking Dead ist einfach eine Sitcom geworden. Wirklich. Das könnte man mal machen, bei Walking Dead einfach so Lacher einspielt und gucken, wie es läuft. Weil ich habe das immer mit einem Freund zusammen geguckt und das war so unser Ritual, weshalb wir uns immer noch so dann auch fest verabredet haben. So, ey, oh. Toll, dass die Musik immer so der Score immer kommt. Ich habe kein Nahkampfrohr mehr. Scheiße. Du hast aber noch das Messer. Ja, aber das ist, äh, nicht so effektiv. Ich muss gucken. Der kommt ja genau auf dich zu. Ja, ich meine, das muss jetzt nicht das Schlimmste sein. Jetzt dreht der sich auch. Schwein. Da ganz hinten ist noch ein Dritter. Nee, nee, der ist schon da, quasi hinter dem Hauch. aus. Da. Da läuft der gerade rum. Ja. Sehr gut. Das ist immer so krass, ob man die noch kriegt. Ja. Ach. Kann ich da ins Haus reinnehmen, ne, verbarrikadiert. Whirlpool. Whirlpool. Whirlpool ist ja auch als Kind immer der Inbegriff von Luxus. Whirlpool, ja. Nicht, dass es jetzt anders wäre. Ich weiß noch mal. Ich weiß noch, fröhlich wollte ich immer, es war mir immer absolut klar, dass ich irgendwann Whirlpool haben werde. Ja, und? Ja. Ich weiß auch nicht, was los ist, die Vergangenheit, Simon. Versuchen wir es in der Einzimmerwohnung, im dritten Stock. Yo, Lander. Es tut mir leid, ich werde mich nicht mehr um Elfie kümmern können. Du hattest recht mit den Wolfs, sie sind wirklich noch schlimmer als das Militär. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass wir uns hier gegenseitig fertig machen würden. Alle haben gesehen, was die Wolves meiner armen Sophie angetan haben. Und was wollen sie im Gegenzug tun? Zugeständnisse machen? Ich hatte Wolfblut verdient. Sie hätten sich mir anschließen sollen. Stattdessen haben sie sich gegen mich verschworen. Also waren sie zuerst dran. Alter! Ja, okay, der ist auch nicht... Ich habe sie vergiftet. Boah. Einen nach dem anderen. Nicht, um sie zu töten. Sie sollten nur einschlafen. Dann habe ich sie in eine schworenverseuchte Garage geschleppt. Uli wachte auf. Wir kämpften. Ich habe ihn eingesperrt, aber er hat mich gebissen. Diese Verräter werden zusehen, wie sie sich langsam verwandeln. Sie werden leiden. Ich hoffe, sie denken an mich, wenn sie den Verstand verlieren. Bei mir geht es schon los. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, du hast außerhalb dieser beschissenen Stadt deinen Frieden gefunden. Und ich hoffe, dass du nicht zurückkommst und das alles siehst. Aber falls doch, es tut mir leid, Boris. Alter, so ist es also ausgegangen. So ist es jetzt ausgegangen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das passiert mit Rache. Das passiert nämlich, wenn man sich von der Rache verzehren lässt. Wir haben noch eine Minute, weil du gerade geguckt hast. Alter! Ja, und er wurde halt auch noch gebissen, ey. Aber was für eine gemeine Todart. Oh, das ist die perfide. In die Garage. Er hat sie nicht umgebracht, aber er hat sie dahin. Naja, er hat im Prinzip sehr schlimmer als das. Genau, das meine ich. Es ist eigentlich schlimmer. Plus, du sorgst dann noch dafür, dass neue Monster existieren, die wiederum andere beißen können. Ja, halt echt. Aber klar, die haben seine, also offensichtlich gab es da einen Revierkampf, die haben gewonnen und Boris. Man versteht seine Wut, also klar. Ja, klar. Also. Ich weiß nicht. Ich glaube auch, in der Zeit, wenn echt, weißt du, wenn, das ist die Endzeit, so, du kannst morgen tot sein, da gehst du anders auch mit sowas um mit deinem Leben. Wenn dir dann jemand deine Tochter nimmt, ey, da bist du nicht jetzt dran. Oh Gott im Himmel! Das ist Boris, Alter. Der hat sogar noch den Bogen. Shit. Oh ja. Maul-Handy. Ja, ja. Ah, schön, Nils. Woo! Der Bogen! Yes! Wir haben den Bogen noch. Gebt es ein schöneres Ende, als dass Nils einen Bogen bekommen hat. Haha, yes. Die Pfeile hast du schon, weißt du? Nichts kann mehr passieren. Nice. Geil. Alter. Der Kampf hat sich gelohnt, aber er hast du gesehen, ich hatte halt keinen Nahkampf, ich hatte nur das Messer, das hat es nochmal erschwert, ey. Aber ich fand, dadurch wurde es ein spannender, toller Kampf. Stimmt, dadurch war es ein fairer Kampf auf Augenhöhe. Boris, was hast du nur getan? So, äh, geil, wir können Pfeile craften sogar, oder? Ja. Bin nur eine Klinge. Ja, ist stark. So, dann werde ich noch einmal mich heilen, damit ich nachher deinem nächsten Mal einen guten Charakter übergebe. Genau. Genau. Und dann, äh, loot ich diese Schublade einfach. Ah. Ja, loot ruhig noch, mach ruhig den Raum noch zu Ende und dann. Wir gucken jeder das nächste Mal nochmal. So, ich würde sagen, wir speichern. Ja, bitte. Das ist ein sehr guter, ähm, Speicherort. Jetzt haben wir diesen geilen Kampf noch gehabt, haben den Bogen bekommen, auf einem, äh, auf einem hohen Ton, auf einem Dur-Ton. Ähm, verlassen wir dieses Spiel. Das war The Last of Us 2 für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.